Community Clash leicht verzögert, aber nur vier Minuten heute. Ich glaube, das ist ein Rekordverglichen zu den Zwischenrunden, oder Jungs? Ich gefällt es ja. Ja, schön, dass ihr schon allein geschaltet habt. Wir sehen, tausende von Menschen warten gerade. Also fast tausende von Menschen, möchte ich mir einfach mal sagen. Schön, dass ihr da seid. Das Community Clash Finale findet jetzt statt. Wir suchen die schnellste deutsche Community. Cool. Ich glaube, ich habe kurz mal Doppel-Audio und deswegen habe ich auch kurz pausiert. Genau. So, gut, dass ihr aber da seid. Ich würde sagen, wir stellen einfach mal die Teams vor, oder? Also ich denke, damit fangen wir erstmal an. Und keine Ahnung, ich würde sagen, Ray beginnt einfach mal mit seinem Team, was hier heute um die Krone kämpfen wird. Ich grüße auch erst mal alle recht herzlich zum großen Finale. Wir haben jetzt ein paar Tage darauf hingearbeitet, paar Wochen möchte ich meinen. Und jetzt ist es endlich soweit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch gleich nochmal der Hinweis am Anfang. Alle Sichten sind in der Livestream-Beschreibung verlinkt. Auch der Nightboard, wenn er denn aufwacht. Ah ja, ist da. Wird auch immer in gewissen Intervallen die Links zu den anderen rausposten. Das heißt, ihr könnt die Sicht von Dave, von Let's Play Noob, von Johnson. Und natürlich, wenn ihr bei mir schaut, natürlich auch von mir sehen. Mit mir dabei im Team haben sie sich in der Zwischenrunde durchgesetzt. Das heißt, der Vince, also der Mr. Elvinko, der wirklich unglaublich viele Stunden investiert hat. Ich glaube, der hat allein für die Zwischenrunden, glaube ich, keine Ahnung wie viel, 500 Runden gefahren oder sowas. Und dann noch der Timo Lukas, der Timix ist auch noch mit am Start, der wirklich das komplett dominiert hat in der Zwischenrunde. Und ja, ich glaube, mit meinen zwei Mates bin ich auf jeden Fall gut aufgestellt. Was ich dann dazu beitragen kann, weiß ich nicht. Aber ich versuche einfach irgendwie ganz toll in die Kamera zu schauen. Irgendwas kriege ich schon hin. Das weitere möchte ich noch erwähnen, bevor wir zum nächsten springen. Wir haben fantastische Designs bekommen von Stewie. Ja, ist ein Begriff auf jeden Fall in der Forza Design Community. Und der hat wirklich fantastische Designs gemacht für alle Autos, die wir fahren werden. Bei Timix werden die jetzt leider nicht angezeigt. Aber das kennen wir ja, dass die Designs nicht immer geladen werden. Aber ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch bereichern. Sind alle freigegeben, könnt ihr selber auschecken. Also da nochmal ein Däumchen nach oben, die sehen wirklich geil aus. Und genau, jetzt dürft ihr mal labern. Genau, ich würde einfach sagen, ich mache weiter. Mein Team besteht aus den beiden wunderbaren Individuen Ready295 und der NXS-Tobi, die sich durchgesetzt haben. Und du bist auch dabei. Und ich bin leider auch dabei. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Genau, das ist dein Team. Ich bin eine Biene, das ist übrigens auch der Fall. Und ja, also ich glaube, wir haben heute echt ein bisschen mitzureden um den Gesamtsieg. Und auch wir haben richtig coole Liverys von euch bekommen. Schaut euch einfach nur diese an von Mr. Cricked. Schon angelehnt an den Mosler, den ich auch letztes Mal in der Zwischenrunde genutzt habe. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist wirklich nochmal eine Ecke cooler. Und dementsprechend vielen Dank für diese Livery. Du bist die coolste Sau der Welt. Und ja, auch nochmal von mir Jungs und Mädels. Ihr könnt in der Beschreibung gucken. Dort sind die anderen Streams verlinkt. Und es läuft auch so ein Timer im Chat, dass ihr euch dann auch wirklich mal anschauen könnt, wie die anderen drei Jungs durch die Gegend düsen. Und dementsprechend würde ich dann einfach erstmal das Zepter an Lukas oder Dave weitergeben. Ja, dann übernehme ich das einfach mal. Sag ich auch erstmal an alle, die hier zuschauen, herzlich willkommen zum Finale. Und ja, ich habe ja auch meine beiden Kandidaten mit am Start, die sich jetzt im Zwischenfinale, ich glaube, ich hatte das letzte übertragen, meine ich, durchgesetzt haben. Gegen zwei Zwillinge, was super cool war. Nämlich einerseits den iLover, oder iLove34GTA und den Daydreamer, die auch gerade hier wunderschön neben mir stehen. Ja, mit dem werde ich versuchen heute, also die werden versuchen, mir den Arsch zu retten. So drücken wir das aus. Das trinkt am besten. Das sind bald, die beiden retten mich aus der Scheiße. Und nebenbei auch ein Danke an Waldosensuppe, an die Designs. Er hat mich für alle Autos und wunderschöne Designs erstellt, dass man uns auch direkt im Rennen erkennt und direkt weiß, dass ich ganz hinten rumfahre. So, jetzt kann ich das ganze an Dave weitergeben. Schöne Überleitung. Ja, ich mache direkt weiter mit dem, ich werde ganz hinten rumfahren, mit dem Lukas dann voraussichtlich. Ja, wir halten Händchen. Bei uns haben... Immer diese Tiefstapler hier, ne? Tiefstapler, das geht gar nicht. Lieber ein Tiefstapler als ein Hochstapler. Das stimmt. Und das war der Moment, dass ich den Stream beendet habe. Oder ein Gabelstapler, das wäre schrecklich. Oder ein Gabelstapler. Ja. Gabelstapeln können wir hier nicht. Ich habe nämlich nur eine Gabel dabei. Ja, das Ding ist, wir haben zwei sehr, sehr hübsche, sympathische und schnelle Leute dabei. Mit den zwei P's. Der Fawcett und der Pull. Und die sind beide sehr ordentlich im Halbfinale unterwegs gewesen. Und jetzt erwarte ich das auch im Finale. Und von mir hoffe ich, dass ich einen Punkt mindestens heute hole. Und mal schauen. Ich bin gespannt. Ich bin aufgeregt. Vielen Dank nochmal an den El Jefe Johnny. Der hat neblich unter anderem auch so ein paar Stigger erstellt. Unter anderem das Logo. Und das haben wir auch schon installiert. Hier bei McLaren leider hinten nicht sichtbar. Aber ja, mal schauen. Also der Pull, der ist nach dieser Ansprache auch demotiviert. Und der Nightbot, der wird das auch immer wieder alle elf Minuten posten. Alle elf Minuten. Ich stelle den Counter, Leute. Wer bietet mehr? Ja, und ich bin aufgeregt. Ich bin gespannt. Das Trainieren hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auf einen sehr, sehr schönen und hoffentlich für uns erfolgreichen Abend. Ja, das klingt sehr romantisch. Definitiv. Das hast du sehr schön gesagt. Was wir vielleicht noch erwähnen, sollte es, was uns alle betrifft. Und zwar natürlich wissen wir, dass ihr uns sehr gerne supportet. Und dafür auch Däumchen nach oben. Sei es durch Subscriptions, Mitgliedschaften, Donations, Superchat. Je nachdem, wo halt das Ganze stattfindet. Und vielen Dank dafür. Da sind auch schon einige reingekommen. Wir werden das alles geschlossen nach dem Stream. Da nochmal vorlesen und drauf eingehen. Wir möchten jetzt nicht während des Streams die ganzen Donations die ganze Zeit vorlesen. Und das den Flow sozusagen unterbrechen. Also vielen Dank, ihr dürft fleißig donaten. Das wird auch angezeigt, glaube ich, bei allen. Allen haben die Erhörts an. Das heißt, das wird auf jeden Fall gesehen. Und ich denke, auch die Moderatoren werden sich dann im Chat bei euch bedanken. Aber wie gesagt, ich oder Dave, Lukas und auch die Klaas werden sich dann entsprechend immer am Ende des Streams nochmal darum kümmern. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Clash, oder? Genau, ja. Ich glaube, wir sollten vorher noch erwähnen, einen großen Dank an unsere Partner, an Xbox Dach und an Thrustmaster. Das seht ihr ja auch auf meinem Auto gerade. Na ja, ich bin allgemein dankbar, dass ich euch alle drei kenne, dementsprechend. Das ist eine pure Dankbarkeit, die einfach komplett mitschwimmt. Und deswegen haben wir auch das zu dritt hier gemacht. Das ist das Mindeste, was ich von dir erwarte. Dankbarkeit. Ja, ja. Pure Liebe, pure Liebe. Es ist einfach jetzt schon so schlimm. Ich weiß noch, wie wir am Anfang gesagt haben, ja, so ein bisschen professioneller können wir es heute schon handhaben. Das musst du mir nicht sagen, das musst du Lukas sagen. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Moment, Lukas, hast du gerade gesagt, das musst du mir nicht sagen, das musst du Lukas sagen? Ja, genau. Ich habe zitiert. Ja, genau. Ich bin natürlich mitten im professionellen Modus schon drin. Das ist die psychologische Kriegsführung, die wir hier führen. Aber nee, du warst bei den Partnern, warst du gerade. Genau, ich war bei den Partnern. Thrustmaster und Xbox Dach, denn unser Sieger-Team bekommt heute dreimal Thrustmaster-Lenkräder. Und auf Platz zwei haben wir Xbox-Controller und drei und vier bekommen dann auch nach Xbox-Merch eine Bomberjacke und Shirts. Platz vier sind es dann sogar Forza Horizon 4-Shirts, glaube ich. Das sind halt Money-Can't-Buy-Merch-Sachen, dementsprechend richtig coole Preise. Und insgesamt haben wir, glaube ich, hier... Deswegen bin ich eigentlich Platz drei und vier fast geiler, muss ich sagen. Ja, das passt ja auch dann mehr zum Skill, das passt dann schon. Ja, Mann. Genau, genau. Go for the T-Shirts. Und dementsprechend haben wir ungefähr einen Preisgut von 1.000 Euro, sage ich mal, inklusive der Sachpreise. Gut, das sind alle Sachpreise. Und daher... Gibt es auch noch Preisgeld, okay? Ja, das ist ein geheimnisvolles Preisgeld, weil ich aber unter meinen zwei Jungs einfach und mir ausmache. Ah, so ist das. Genau, das ist ein team-internes Preisgeld. Ja, komm. Die vier Euro könnt ihr haben. Genau, genau, genau. Ich komme mir nach einer Woche in Minute schon vor, wie bei dem QVC-Channel. Doch haben wir nichts zu kaufen. Aber falls du magst... So, wir können sagen, wir werden heute zehn Rennen fahren, Leute. Ich werde das hier kurz mal bei mir zeigen. Da seht ihr die Finalstrecken. Das ist einmal Lakers-Welchen... Äh, welchen? 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 Ja, der Burg-Trust-Country, der Essmur-Heritage-Circuit, auf Deutsch Essmur-Klassisch, wahnsinnige Übersetzung. Äh, Mohat Windfarm, Bamberg-Küste, Colossus, Lakers-Wald und Goliath. Zehn Rennen, die jeweils ungefähr sieben Minuten gehen werden. Nur das letzte Rennen auf dem Goliath, das wären dann um die 14. Also der Decider am Ende... Für dich. Dann hoffen wir mal, hoffen wir mal, dass es am Ende dann noch so spannend ist, dass wir auch wirklich, äh, dieses Goliath-Brennen brauchen. Gibt's ein Exe noch? Ähm, ich habe reis, wenn ich's schaff, auch in 20 Minuten. Mehr oder weniger als 20. Äh, ja, du würdest dann tatsächlich, glaub ich, auch mir ne Kucke geschenkt bekommen oder so. Vielleicht hätte ich auch ne Kucke für dich. Aber, aber bitte signiert. Sonst, sonst ist das hier keine Motivation, ey. Ich würde sagen, wir fangen an, Leute, die Leute an. Oh, Mann, ey. Jetzt fangen wir an, genau. Jawohl. Die erste Strecke wird das, äh, wird der Lakehurst-Cops-Circuit sein. Wir werden modernen Supercars fahren, im Regen. Und, ähm, wir haben uns auch schon eine recht große Diversität. Wir haben uns vorher kurz drum unterhalten. Also, ähm, ich werde ein McLaren 570S fahren. Ich weiß, dass NXS-Tobi beispielsweise im Ascari unterwegs sein wird. Ich weiß nicht, wie das bei euren Jungs aussehen wird. Sagt mal an. Wir fahren alle 12C McLaren. Ja, Tito. Wir fahren alle 12C, oh. Wir auch. Okay, krass. Das ist natürlich jetzt überraschend. Aber unterschiedliche Tunings. Alle gleich. Das, krass, krass. Ja, seht ihr? Die guten Unterschiede. Heute, äh, heute wird es übrigens schneller gehen, als in den Zwischenrunden, weil ich alle Blueprints schon vorher erstellt habe. Gibt es eigentlich, ich wollte, bei mir wird gerade extra Punkte geben, wenn man mich überrundet. Ich mag meine sympathische Community, die hilft immer wieder, dass ich motiviert in die Rennen starte. Das Problem ist einfach, dass es nichts Besonderes ist. Also nein. Ja, das war es dann auch für den Stream. Ich beende dann jetzt mal, ne? Ja, schönen Tag noch. Wie ist es denn eigentlich, wenn man Boro, äh, hier, Dingens, Leader's Car macht, kriegt man auch dein Tune eigentlich? Ja. Ja, da geht es komplett, also Finger weg. Eins zu eins. Uuuuh. Wenn du keinen Tunein hast, dann, äh, schlag du. Ich nehme einfach mal das, was Johnson fährt und dann ist, äh, wie sie. Ja, aber du hast ja selbst gesagt, dass die Setups zu aggressiv eingestellt sind. Du bist zu aggressiv eingestellt. Da gehe ich von außen. Ich glaube auch, ich glaube bei denen, da ist es mehr, weil die möchten zeigen, was sie können. Bei uns wissen wir, dass wir, dass wir es können. Es regnet halt auch die Stadtposition. Ach, wir waren im Regen. Das ist ja neu. Ja, ja, dann hab ich gut. Das ist auch gut. Oh, vier Letzte. Ja, guck mal, Team PXH ist ja richtig schlecht. 8, 11 und 12. Was die schlechteste Stadtposition ever. Hast du gut festgestellt. 2, 6 und 7, ist okay. Hey, und Lukas starten von vorne. Das ist eine gute Ausgangslage. Lukas, wir könnten die Straßensperre machen, die mobile Straßensperre. Wir teilen uns die ersten zwei Plätze. Deal? Absolut, machen wir. Yes. Also, wenn ihr jetzt eingeschaltet habt, egal wo, jetzt geht's los. Ihr habt noch nichts verpasst, außer eine richtig geile, ausführliche Anmoderation. Aber, jetzt geht der Clash. Jetzt geht's los. Let's go. Let's go. Wenn's halt auch mal starten würde. Also, bei mir ist hier die ganze Zeit der gute Startrichter. Ja, wenn hier irgendjemand mit der Xbox unterwegs ist, dann könnte das ein bisschen länger dauern. Ja, das bin ich auch, aber normalerweise geht das schneller. Okay, let's go. Ja, dann liegt's an dir. Du musst auch noch in der Kurve starten. Gott, 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 Gott. Gott, okay. Also, Lukas und Dave starten von vorne. Das ist schon mal sehr interessant. Ja, das ist, je nachdem, wenn du im Amt Gegner aber noch drin bist, ist es länger, ja. Also, falls ich mit meinen Teamkollegen jetzt einfach ineinander das ganze Rennen und überholt euch so. Ja, das kann man machen zum Beispiel. Hey, Tobi schon mal vorne, das ist sehr, sehr gut. Die Startphase lief gut, ich bin jetzt neunter. Nice. Ich bin immer vor mir und auch der Pool. Also, Team Pexar belegt die letzten drei Plätze. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Das go für T-Shirt würde ich sagen. Dave Gaming gerade vorne auf jeden Fall. Oh, Pool, ich bin weit hier. Oh, ich würde in die Mangel genommen. Ja, ich habe extra dir innen eigentlich Platz gelassen, aber da war noch kein Mensch. Ja, so, dein Teamkollege meinte dann doch, die Lücke noch nehmen zu wollen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, ist wild unterwegs. Aber das ist gut. Oh, Dave im Weg. Dave, die Strafsphäre wollte mir vorne machen. Oh, shit, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Hilfe. Du brauchst jetzt ein bisschen angeschubst. Los geht's, Jungs. Oh, hier gibt es böse Range, nein. Kann bitte jemand ein Checkpoint verpassen? Ich würde mal gucken, ob das eingeschaltet ist. Nein. Dein Teamkollege, dein Teamkollege habe ich nicht mehr in den Checkpoint geschubst. Ich glaube, war mal ein Forderer. Mann, ey. Auf dich kann man sich verlassen. Oh, nö. Man darf man auch nicht vergessen, dass Forza Horizon dezent manchmal ein bisschen... Ja, ja, nee, das war ja jetzt auch nicht extra gemeint. Ich denke mir nicht, dass er das mit voller Absicht gemacht hat. Ja, das ist ein großes Problem. Rechen tue ich mich trotzdem, aber, na, ja, Spaß. Okay, Eilat, GTA und Daydreamer aber noch dabei, Lukas Jungs, auf jeden Fall. Ja. Kubi auch und davon schon. Vince ist wieder nervös. Mach dich nicht nervös, Vince. Ich habe dich extra vor Schruppern geschickt. Oh, was ist dann mit Grady los? Grady hat die Plätze an Daydreamer und I Love GTA verloren. Das finde ich sehr sympathisch. Oh, jetzt mal gucken, wie die da rankommen, ey, Mann. Und dann, John Point One ist aktuell gefährdet. Tobi on the fly. Ja, der ist ja vorne auch gestartet, oder? Ja, auf drei, glaube ich. Ja, hinter Lukas und Daydreams. Das war halt bei uns jetzt echt ein bisschen schade, dass wir alle hinten standen. Ja. Und es ist halt echt schwer zu überholen mit Kollision an. Bin echt gut durchgekommen. Aber ihr habt ja die Runden alle Zeit. Das ist ruhig Zeit, also alles cool. Ja, das ist ja alles gar kein Ding. Ja, also ihr könnt auch ruhig gerne mal so ein bisschen... Handgrenze ziehen, man kennt das. Man regnet vielleicht, kann man da nochmal kurz driften, was für die Fans. Sich irgendwo unterstellen, dass sie wird, man wird ja nass. Das ist ja eklig. Spielst du diesmal besser als sonst? Ja, danke. Ich werde hier gut motiviert, ist gut. Ist ja panisch. Mann, ey. Seid doch mal nett, ey. Mann, nur. Ray auf sechs, aber ziemlich gut für das Understatement vorher. Ich bin auch ganz gut für mein Mann. Ich schau dich gleich, Dave. Ich hoffe, meine Jungs kommen jetzt endlich mal an mir vorbei, weil... Ich will sie eigentlich vorbeilassen, aber irgendwie hat sich die Lücke noch nicht so richtig aufgetan. Aber die sind einfach schneller. Ja, hier gibt's noch Team, oder? Ich hab meine auch absichtlich vorbeigelassen, war mir wichtig. Die Klasse auf zwei, enttäuschend. So, ne? Hinter meinem Teamkollegen, Mist. Ich hätte damit gerechnet. Ja, Tobi war auch in der Testphase derjenige, der die krassesten Zeiten rausgeballert hat. Muss man echt mal sagen. Ich war ja auch gerade sehr auf Sicherheit, muss ich sagen. Dann verliere ich auch richtig viel pro Runde. Aber es scheint erstmal genug zu sein. Ist doch egal, du fährst ja für dein Team und nicht für Glanz und Glorie. Fäng dich mal ein bisschen an, das ist ja peinlich. Sorry. Okay, da hat er jemanden Checkpoint verpasst. Zwei, oh, ich glaube ich Checkpoint verpasst. Oh, ne, ist schon noch was. Nein, schade. Oh doch, ILOG GTR hat... Nein! Oh Leute, macht keine Faxen! Ja, mit dem verpassten Checkpoint. Oh mein Gott. Und damit bin ich fast in die Top 10 gekommen. Aber jetzt zieht er wahrscheinlich wieder davon. Oh nö! ILOG GTR, mach das nur nochmal. Leute, ihr wollt unbedingt ein T-Shirt, ich verstehe das, aber kommt schon... Die wollen wir alle. Kommt der Winter, wir suchen wenigstens auf die Bomberjacke hinzuhaben. Ich sehe gleich letzte Runde alle vorziehen, haben Bremse. So, ich werde nicht Erster. Warum motiviere ich eigentlich Lukas Team? Ne, Leute, ihr wollt die T-Shirts alle. Ihr wollt die T-Shirts alle, los! In echt sein will ich wirklich ein T-Shirt, aber ich will das meinem Team nicht können. Ich hab echt Bock auf ein Lenkrad, muss ich sagen. So ein Thrustmaster-Lenkrad wäre schon geil. Habt ihr schon 5000 Linkräder zu Hause, aber hätt ich jetzt Bock drauf. Also bodenständig, das klingt gut. Richtig bodenständig, gönnt ihr den Sieg. Mach, komm, gib Gas. Keinem Götting jetzt mehr. Das ist doch die Rolle, in die ihr mich hier eh reindrückt, die ganze Zeit. Du bist selbst schuld! Wie fand ich drückt dich? Spiel weniger. Stimmt, ihr schubst mich, ne? Ja. Du schubst nicht ab über dem Rucksack. Treten triffst eher. Warum schon? Ich hab Angst, wem ich diese Frage stelle. Ich könnte Checkpoint verpassen, ich könnte kotzen, ey. Ich stell mich dem Niklas, was ist deine schnellste Rundenzeit bis jetzt? Gerade eine 58-4 in dem Rennen. Oh, ja. Lol, da bin ich gar nicht so weit weg. Was hast du? Also nicht die 5 Sekunden, die ich auf der Dirt-Strecke entfernt beziehungsweise. Ja, ich krieg keine saubere Runde irgendwie hin. Meine schnellste ist eine 1-1-5. 1-0-9. Okay, gut, dann würde ich schon mal nicht aufholen. War gut. 58-3 gerade hinterher. Ist okay. Hör auf nachzutreten, wir liegen am Boden, lass es sein. Wollte gerade sagen. Ich hab mal eine gleiche Schändung. Das reicht. Danke. Nein, beim Training waren es teilweise 57er, aber Tobi ist dann seine eigene Liga um die gefahren. Du, ganz ehrlich? Tobi fährt da konstant 57er, wirklich. Also, Grady wahrscheinlich auch gerade ein bisschen schneller. Er kommt ein bisschen ran, aber dadurch, dass er die Bricks am Anfang mitgenommen hat, ist er einfach zu weit weg schon. Los, Pull, ich glaube an dich. Letzte Runde. Ich hab die ersten Kurven versammelt, danach wurde ich in den Checkpoint gekickt, also lief eigentlich ganz gut das Rennen für mich. Ich könnte mich nicht beschweren. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, so ab dem dritten Rennen habe ich eigentlich ganz okay performt gestern im Training. Also, ähm, ich bin happy, dass er erst mal sein eigenes Turnier kritisiert hat. Ich komm nicht mal ins Ziel, das ist ja unfair. Und, äh, ja, da ist das erste Rennen auch schon vorbei. Nee, noch nicht. Beruhig dich mal, wir fahren noch. Komm mal runter da vorne. Niklas, wir müssen nicht kurzerhand so machen, dass das erste Team die ganze Zeit gewöhnt. Ey, eins, zwei, drei, das ist ja nicht der... Nebenbei, dank an Daydreamer, der hält die Ehre hoch. Ich bin für ein Ziel gekommen. Ich bin für ein Ziel gekommen. Ja, ich hatte halt wirklich Angst, dass ich halt fünf Sekunden oder so pro Runde verliere. Ich habe halt mit Niklas die Dirt-Zeiten verglichen. Ich, ich, meine Leute fangen schon an zu... Ich bin gerade Forza, aber trotzdem... Dirt ist trotzdem vielleicht eine Referenz. Aus Verzweiflung fängt meine Community schon an zu reimen. Willst du, Lukas, oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Die nehmen schon direkt nach dem ersten Rennen. Vor allem, wenn das die eigenen Leute machen, das ist auch... Weißt du schon, ich kann auch eigentlich jetzt, das reicht jetzt auch für heute. Genau. Oh Mann, ey. Genau. Uh, Rossit sagt, es war hart hier scheinbar, das Rennen. Eieiei, war hart. Ja, hinten war echt viel Kuschelkurs, kann ich dir sagen. Also, in den ersten zwei Runden. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Danach war es einsam, sehr einsam. Lukas sagt, hinten war echt viel Kuschelkurs, als ich über Runde... Oh, die Kuschelkurs jetzt. Oh Gott, ich sollte den Runde nicht zu voll nehmen. Auf dem zweiten Rennen geht es bei mir wahrscheinlich auch super steil bergab jetzt. Man muss, lasst uns auch mal sagen, ein Dank an Andi von den Pixelhelden, der hier die ganzen Standings einträgt. Ich würde sagen, dass wir das aber erst nach dem zweiten Match dann zeigen, weil jetzt war eigentlich ziemlich klar, wer vorne ist und wer nicht. Danke. Und lasst einfach direkt das zweite Rennen starten, um auch einfach ein bisschen Zeit... Ja, ich bin mit dir. Ja, ich wollte gerade sagen... Okay, Ray geht auch... Ich habe echt schon keinen Bock mehr. Ray has left the Convoy, Ray hat keinen Bock mehr. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe eigentlich nichts verlassen, ehrlich gesagt. Ja, dann ist wieder... Aber es ist auch eine Möglichkeit, ein Statement zu setzen, immerhin. Ja, würde ich auch sagen, ja. Reicht dann für heute. Tschüss. Dann sehen wir das DG-Logo da direkt unter dem... ... wo wir uns hier... Ähm, müsst ihr mich nur einladen, oder wie? Wirklich? Aber die KW-Umstände, also die Teamstände, die sind ja die Wichtigeren. Genau, die Teamstände sind die Wichtigen, genau. Jawohl, stimmt, lasst uns das zeigen. Genau, die... Okay, wir müssen doch reingucken. Genau, wir wollen... Foss in the Pool, ihr macht das super, ihr werdet das weiterhin super machen. Ist da überhaupt schon was eingefangen? Ja, ist schon, alles fertig eingefangen. Und, ähm... Also, es ist einfach schon jetzt schon so pervers, Johnson Racing 47 Punkte, was... Schon maximal rausgeholt, was im ersten Rennen ging. So, gucken wir mal, wie es hier aussieht. So, genau, gucken wir doch mal auf den Punkte-Zwischenstand, Leute. Ich muss trotzdem irgendwie wieder ins Spiel. Habt ihr eine Einladung nochmal geschickt, oder so? Ja, warte, ich werde dir eine schicken in der Zeit. Na, warte, ich glaube, ich habe eine. Ich habe, glaube, eine von Vince bekommen. Ja, und die anderen beiden Jungs können ja mal kurz das über die Punkte machen. Der D-Man kommt gerade auch nicht in die Lobby. Ah, das ist aber relativ eng. Ja. Sechs Punkte jeweils zwischen den Pixelhelden, LPN05 und Dave Gaming. Ja, also ich glaube, wir klammern einfach das Rote. Rot ist ja auch so eine... Das ist eine Hassfarbe eigentlich. Gefahr. Ja, wer es korrigiert, das ist immer so, das wird so rausgestrichen. Das ignorieren wir einfach mal. Also, Daydreamer führt aktuell mit zehn Punkten das Turnier an. Gefolgt von diesem Rai mit acht Punkten. Dann Vince mit sechs und Timo Lukas mit fünf. Dann vier, drei, zwei, eins. Also, das ist natürlich sehr eng zusammen. Da ist noch alles offen. Wir haben noch neun weitere Rennen. Ich würde sagen, zwischen den drei Teams, um die es geht, ist es ein spannendes Turnier. Ja, also ich muss auch sagen, das ist rot. Also, auf dem roten Hintergrund, da sehe ich halt mit meinem Kontrast halt auch nichts. Ja, schwierig. Ich habe die Schrift auf rot gestellt. Ich erkenne nichts. Steht weg. Ihr wisst, das ist wie bei Bayern. Euer Hass ist unser Stolz. Und das Team ist auf rot. Oh ja, Stern des Südens. Genau, Stern des Südens. Wir sind quasi der Stern des Südens dieses Community Clashs. Hey, Team, der ist gar nicht auf dem letzten Platz. Lässt die Tabelle richtig. Das ist der Ansatz vom Niklas, Sympathie zu erwecken, indem er sich mit dem FC Bayern vergleicht. Ich hoffe, mit dem Bayern vergleicht, ja. Statt er jetzt irgendwas Sympathisches rauszusuchen, nee. Gut. Es ist okay, wie man die Fans auf seine Seite zieht, ne? Die Lenkeren, ich sehe jetzt schon im Chat, die Lenkeren werden jetzt schon verschickt. Ich habe schon unten in meinem Mindens gefordert, schon alles klarzumachen. Eigentlich stehen die schon bei dir im Raum. Da stehen sie schon. Ja, die stehen tatsächlich bei mir im Keller. Also ich muss sie halt verschicken. Das ist mein Geld. Also seid ihr mal lieber Dankbar. Ich kann es dir nicht behalten. Es ist einfacher. Es ist weniger Sportkosten. So, legen wir los. Fawcett weiß schon Bescheid, wie das nächste Rennen ausschauen wird. Genau. Pool, ich sage mal so, ja, ich kann jetzt nichts sagen, ohne was zu verraten. Egal, wir reden später. We speak after. We speak after. Okay, die nächste Strecke ist der Green Day Club Circuit. Wir fahren den Audi RS2 Avant schon irgendwo ein legendäres Auto. Finde ich. Deswegen habe ich es auch genommen. Ein halber Porsche. Da fühle ich mich daheim. Ein halber Porsche. Ja, ist es wirklich so. Ja, ja. Gut. Da bin ich auch gespannt. Also, da war Tobi auch ein bisschen dollisch schneller als ich. Genauso wie Grady. Äh, jemand fehlt. Was seid ihr so für Zeiten gefahren? Ich habe keine Ahnung. Wer ist ausgeschlossen? Weiß ich nicht. Ich habe nie auf meine Zeiten gehabt. Ich bin einfach gefahren, habe gehofft, keine Wander zu treffen. Ich weiß nicht, einer fehlt. Pool ist nicht da. Pool, ja. Warum ist denn Pool jetzt raus? Schon wieder, ja. Ah, was ist denn mit Pool? Oh, gut. Das ist für die Teamwertung nicht so gut, aber ist für mich immerhin der zweite Punkt, den ich holt. Ja, wenn Pool vorher raus war, dann ist es mein Fehler und wir starten das Rennen neu. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bin ich auch dafür. Ich weiß jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt, an dem soll es jetzt nicht scheinen. Nee, nee, alles cool. Alles cool. Also, gehen wir nochmal raus, Adel, ne? Ja, ja. Alles cool. Geht klar. Also, ausreichend startet von Platz 1 und überlege ich mir das nochmal, ne? Weil dann... Mist, ey. Donson will sich einmal Porto fürs Paket sparen. Ja, Mr. Woffel ergibt Sinn, ne? Ja, ergibt schon irgendwo Sinn. Tobi ist missing, nein, das stimmt nicht. Tobi fehlt nicht. Das war der Pool. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen schade, dass wir jetzt hier eine kleine Verzögerung drin haben, aber gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die Werbeunterbrechung Regie, oder? Regie, genau. Regie. Moment. Kurz mal klatschen. Ja, Startposition ist eh wieder nicht so geil, das ist okay. Nee, eigentlich ganz okay. Ich starte von vorne, das ist doch verarschend. Ich bin von 2 und 4 und 8 ist okay. Ist Daydreamer wirklich 1382 in Level 9? Nein, ist er nicht. Ja doch, ist er schon. Ja, ja. Aber halt nicht auf legalem Wege. Okay, Jungs, wir gehen jetzt raus. Und gewinnen das Rennen danach. Ja, wir gehen jetzt raus alle. Okay. Irgendwer hat Gas gegeben. Das wissen halt die nicht. Stimmt. Aber die werden schon merken, wenn wir rausgehen. Die sind vollkommen, die fangen gleich hier rein. Fertig und beschweren sich, warum sie die Siegen hier anerkannt bekommen haben. Unfucking fassbar, dass ich jetzt hier das neu starten muss, obwohl ich von vorne starte. Das geht ja gar nicht. Doch, doch, das ist nur gerecht. Ja. Ja, danke Pool. Danke Pool. Hashtag Danke Pool. Bitte einmal überall in den Chat. Ja, überall. Weißt du, jetzt hol der hier rum. Ja. Jetzt hol der hier rum und starte dann gleich trotzdem wieder wahrscheinlich auf den ersten drei Plätzen oder so. Ja. Joinen wir dir automatisch wieder, oder so müssen wir jetzt nachjoinen. Und seine Mails wahrscheinlich noch vor ihm, so. So. So, Jet Mode. So, Jet Mode. Genau, leiten wir bitte den Pool wieder ein. Jet Mode aktiviert. Ähm, ich müsste auch wieder eingeladen werden, ich bin auch nicht mehr drin. Oh, genau. Wir konnten alle erst mal ein bisschen, bis irgendwann mal nix machen. Genau, 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 genau. Okay. Darin bin ich gut. Und bei Ray geht's direkt wieder um Königsex. Ja, das ist auch wieder sehr gut. Wie auch gestern. Hey Ray, meinst du eigentlich, der Königsex Jesko wird mal Teil von Forza Horizon 4? Ja, was denkst du? Ich glaube, nach meiner reichlichen Nasen-Kogel-Recherche dürfte das vielleicht sogar möglich sein. Ja, oh, das ist gut. Ich habe da auch mal kurz eben Kaffee gerührt und bin der gleichen Meinung. Sehr gut. Ja, doch. Dann würde ich sagen, confirmed, nächste Season, Königsex Jesko. Ja. Oh, Mann. So, ja, das dauert ja mal mit dem Joinen ein wenig. Ich hätte auch nix dagegen, wenn wir die eingeplante Pinkelpause schon bereits nach dem dritten Rennen einlegen. Im Übrigen wollte ich noch mal so anmerken. Warum? Können wir gerne machen, ja. Das können wir gerne tun. Also nach psychologischer Kriegsführung würde ich jetzt sagen, nö. Wir machen gar keinen. Der Druck muss steigend zum Ende. Die Sache ist halt, was ist... Wenn du mal ein paar Aushältst... Die Sache ist halt, dass Dave am besten bis zum 21 Uhr weg sein muss. Dementsprechend sollten wir uns ein bisschen beeilen. Oh ja, minimal. Da gibt es nämlich noch ein Turnier, wo ich gewinnen kann. Ja, es fehlen noch... Ne, was fehlt noch? Daydreamer fehlt noch, ne? Es fehlen Daydreamer und Pool. Soll ich Daydream ein? Oder... Daydreamer ist auf jeden Fall im Convoy. Also der muss einfach nur der Lobby joinen. Pool hat der kurzen Abstecher gemacht zum Nordpool. Ist das gut? Hat der dort Pool... Ist das gut? Nein, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Er hat seine Yu-Gi-Oh! Karten gesucht. Er hatte seine Karte verloren. Die Pulemira... Pulemira... Nein, nein. Ich ruhe erst. Wie hieß die Fusionskarte denn? Ich habe keine Ahnung. Polymerisation. Ja, aber so ähnlich. Ich finde generell, die ganze Sache mit Pool hat jetzt schon ein wenig polarisiert. Und dementsprechend starte ich jetzt einfach mal das Rennen. Aber wie gesagt, ich würde trotzdem darum bitten, nach dem dritten Rennen, dass wir eine Puller-Pause machen. Wenn wir so weitermachen, braucht der Lukas gleich eine Ampulle. Ich kriege Kopfschmerzen, Alter. Jetzt ist Pool wieder rausgeflogen. Nein! Leave-Event. Nein, nein, nein. Nicht Leave-Event. Nein, nein, ich leave-Event drücken. Auf keinen Fall. Oh, ja. Hast du? Ja. Och, Dave! Oh, Leute. Ich hatte halt schon gedrückt. Also sollen wir normal drücken? Ja, weil... Dave! Ich würde sagen, ich mache jetzt eine Puller-Pause. Also, Pool, du solltest auf jeden Fall deine Einstellung mal ein bisschen überprüfen, weil das geht leider so nicht weiter. Wir können nicht jedes Rennen fünfmal neu starten, deswegen. Ja, aber Pool hat auf jeden Fall Bock auf T-Shirts. Ja, aber Dave ist ja auch draußen. Ja, Dave ist jetzt auch draußen, ja. Ja, dann sollen wir alle verlassen wieder. Ja, ich warte jetzt und sage nein beim Starten. Polymerisation. Daher nicht wirklich schlussend. So, ich habe es verlassen. Cool, wir probieren das jetzt noch einmal und wenn du dann wieder rausfliegst vor dem Rennen, dann müssen wir leider ohne dich starten. Ja. Weil das ist halt dann... Aber ist das nicht ein Nachteil für Johnson Racing? Warum? Weil... Und hier immer jemand einen Punkt. Genau. Weil ihr dann weniger Punkte bekommt. Hä? Nichts. Nein. Du kannst ihn nicht weiß. Ich habe irgendwas Lustiges sagen wollen, habe mir jetzt nichts eingefallen. Okay. Ich merke schon, die Emotionalität spielt bei dir gerade ein bisschen rein. Ja, das ist der hohe Druck, der gerade auf mir und beziehungsweise in mir lastet. Der unter dir ist. Ja. Ach, Mann, ey. Ich muss aber sagen, ich freue mich auf das kommende Rennen. Das Ding ist, beim kommenden Rennen brauche ich halt auch zwei Teammitglieder, weil das was Special Tactics mäßig. Das wird lustig. Krass. Weckram, weckram. Ich muss ja einfach doppelt einen Windschatten versuchen wie ein Monster, ey. So, dann fällt Motor aus. Aber das ist überhaupt das nächste Rennen. Ich glaube, ich habe schon gar nichts vergessen. Also, ich weiß es, oh nein, oh nein, oh nein. Es gibt ein Heutling-Event, ja, ich möchte nicht heulen, aber einmal muss ich jetzt in dem Stream heulen. Es gibt genau zwei Strecken in diesem Event, auf die ich auf den Tod nicht leiden kann. Das wird das Finale auf Goliath sein, das ist bekannt. Und es wird das Rennen hier nach sein. Das ist nicht bekannt, aber jetzt ist es bekannt. So, Thema-Event. Das Rennen danach war nochmal welches? Cross-Country, ne? Ah, nee, Holyrood war es. Holyrood S2-Klasse. Das war Holyrood, genau. Ah, genau. Mit Hypercars S2, ja. Ja, okay. Man merkt, dass Dave so mit den schnellen Autos nicht ganz so gut ist. Ach, Dave sage ich schon. Mit den schnellen Autos nicht ganz so gut ist. Das ist gut, Alter, ey. Doch, ich komme damit schon klar, aber die Strecken, ja, okay. Johnson tritt heute nur um sich, ey. Einmal muss ich mimimi trotten, ey. Das geht sonst nicht. Ja, es ist okay, es ist okay. Es ist so nett einfach alles. Ach, Mann. Ich komme gerne wieder. Ja, man merkt, der Dave, der kommt weder bitte schnell, noch bitte langsam Autos. Dave ist nicht so der Gamer, der kann das nicht. Dave, guck mal, mit dem rechten Trigger kannst du Gas geben. Nein. Ach Gott, ey. So. Komm noch aus meiner analogen Zeit, Alter. Ich habe das auf die A-Taste gelegt, das mit dem Gas geben. Das ist gut, ja. Ich fahre mit dem rechten Stick nach vorne und hinten. So fahre ich. Ne, da mache ich die Gangwechsel. Ah, auch gut, auch gut. Und Kupplung trotzdem auf LT. Ne, RT. Ne, nicht RT. RS, also rechter Stick. Also ich drücke den rechten Stick und gehe nach vorne oder hinten. Das ist geil, oder? Geiler Trick. Geil, geil, geil. So, jetzt funktioniert, wenn ich gerade so überlege. Das klingt auch ergonomisch richtig, richtig gut, muss ich sagen. Taubkoppelt ein geschwollener Abends. So, jetzt aber schon. Also, ne, das ist noch am Synchronizing. Synchronizing. Ja, das ist am Synchronizing. Ich warte jetzt auch nochmal 10 Sekunden, bis er wirklich Synchronized hat. Nicht, dass er wieder rauspult. Ja, genau, das wäre echt blöd. So, warten. So, jetzt. Vielleicht pult er sich auch einfach immer zwischen den Fingernägeln. Go, go, go. Stopp, na, na. Go, 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 go. Go, 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 go. So, Jungs, jetzt mal ein bisschen weniger hier. So, okay, jetzt go. Und? Pool ist dabei. Sicher? Mega. Pool ist dabei. Okay. Jetzt geht's ab. Halleluja. Ich bin rausgeflogen. Echt jetzt? Nein. Verarscht. Okay, auf jeden Fall nochmal einen dicken Dank an alle Leute, die hier zugucken. Wir haben bei Ray um die 850 Leute. Bei mir sind es um die 150. Ich weiß nicht, bei Lukas sind es glaube ich auch so 200. 200, ja, bis drüber. Ja, dementsprechend über 1000 Leute schauen sich gerade diesen Community Clash an. Leute, ihr seid die geilsten. Ja, ich sehe auch gerade einen passenden Kommentar. Dave Gaming, F1 YouTuber, kann nicht mit schnellen Autos. Wir wussten schon immer, dass die Formel 1 die Krücke ist, ja. Oh Mann. So, ich... Pool, jetzt musst du auch abgehen wie Schwarzpulver. Kann ich das Event noch verlassen? Ich möchte gehen. Ich habe Schmerzen. Alt F4. Alt F4, Lukas. Ja, die Lila-Lage von ihm tut weh, ne Lukas? Alter, ich trinke mich gleich in der ersten Kurve ab, ich weiß nicht. Ja, das wüsstest du nicht. Ja, vielleicht wüsstest du... Ja, mal gucken. Ich, wie gesagt, dieses Rennen ist Special Mode. Bin gespannt. Ich habe echt Schiss vor eurem Attack, deswegen muss ich es anken. Mir ist es egal, wo ich starte. In Kurve 1 bin ich auf 1. Du wehr! Ich bin jetzt hier nicht in den ersten drei Positionen. Ja, bist du. Oh, schön, geil, super. Ja, perfekt, schön. Wir wissen ja schon, welches Team vielleicht... Ja, los! Welches Team könnte gewinnen? Schreiben wir es in die Kommentare. Tobi auf 4, das ist gut. Brady auf 7. Wir haben Elvinko vorne. Jetzt kann Vince zeigen, was er kann. Oh, let's go! Ja, der war gerade eben aber richtig nervous as fuck, ey. Ja, habe ich gemerkt, ja. Direkt am Anfang zu spät eingelenkt. Hab ich auch schon gesehen. Aufsteigen, meine Setups sind ja nicht so gut. Wir sind mehr auf Handling gegangen, weniger auf Speed. Ja, Dito. Das sieht man gerade auch am Anfang. Dass ich jetzt schon letzter bin. Let's go. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn die Leute gleich nicht mehr ghosten. Ja. Ja, nachdem es jetzt ist... Hier ist sehr viel Chaos. Das Auto ist so leise, ich höre das gar nicht gerade. Irgendwie könnte ja immer leise sein. Nee. Schade. Bitte haltet doch mal die Fresse, Dankeschön. Ah, Tobi, ich wollte doch hier ein bisschen Platz machen. Daydreamer, komm, setz dich durch! Nein! Nicht gegen Fosid. Das ist nicht Dayd, das ist Nightdreamer. Jetzt ist die Zeit von Nightdreamer. Alles lieb! Ey, wir haben Vinko vorne, weiterhin. Oh, jetzt rutscht er ein bisschen um die letzte Kurve. Und jetzt hoffe ich, dass meine Jungs hier mal ein bisschen vorbeigehen. Ja, Lukas war mehr auf Handling getrimmt, ne? Ja. Vielleicht habe ich da eine Chance auf der Geraden. Ja. Den gucken, bin ich schneller. Ja, auf der Geraden habe ich letztens eine Sekunde zu Fosid aufgeholt. Ja, ich sehe es. Alter, Junge! Geh weg! Hallo! Ich habe ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein. Ich kenne eure Taktik noch nicht. Also, falls es deine gibt. Du meintest, du hast deine. Ja, das ging eigentlich nur darum, auf der Geraden gut zu bestehen. Ah, okay, ja. Gut. Taktik nicht vorhanden, habe ich gehört. Ja, Taktik ist einfach schnell fahren, aber irgendwie... Mach Ruhe, Mr. Platz 2. Nein, Vince mit einer richtig guten Leistung und ich fahre hier gerade wie der letzte Horse. Ja. Oh, und er macht den Riesenfehler! Er macht Vince den Riesenfehler, rutscht raus! Hobi, auch hinter Ray, was ist da passiert? Ray, erzähl mal. Ich bin einfach der Geilste. Alter, Dave war ein Kack-Setup ey, ich komme schon gerade nicht ran, was soll die Scheiße? Was denn? Wer fortsetzt und der Profil? Er vollzieht mich halt wirklich komplett weg. Die haben andere Setups als ich. Ja. Abgesprochen, dass wir unterschiedliche Setups haben. Ich sollte eigentlich alle aufhalten. Boah, Wind, jetzt musst du aber nicht mit Schneckengeschwindigkeit vor mir fahren. Ah, einer der beiden müsste dich aufhalten, soll ich auch an dir vorbeikommen, das wäre super. Ähm, nein. Kann jemand mal bitte ein Checkpoint verpassen? Okay. Dank daneben. Ich brauche ein bisschen Gesellschaft hier. Ich will dich wirklich nicht rammen die ganze Zeit und du bist halt echt langsam in den Kurven. Und jetzt wirst du wieder überholt, ne? Ich kann mich sehr breit machen. Das, äh, hat mir auch noch nicht weiter geholfen. Aber beim Werkspiel, das können sie breit. Wir melden uns bei ihm. Das ist ein Dating-Profil-Fähigkeiten. Nein! Mann! Brady, hast du grad den Checkpoint verpasst? Bitte? Nein. Okay. Ich hab schon Angst. Mach ich ihm schon Platz und dann macht er sowas. Grady! Mein Setup ist echt nicht so geil. Mh, immer aufs Setup schieben. Grady! Was machen Sachen? Was machen Sachen? Ey! Nein, äh, Grady, alles gut, alles gut. Zieh weiter. Wir lieben dich. Kein Druck. Kriegst du noch. Go! Fawcett, schieß dir Lukas ab. Ganz schön! C-R-S-V, ja! Alter, lass mir Platz, Junge, ey! Ach stimmt, ich hab den Streamer-Mode gar nicht aktiviert. Da hört man... Wobei, bei dem Festival hört man das immer, dieses komische... Don't you, don't you, don't you know that it's time. Das ist so furchtbar, das Lied. Was? Ahhhh! Wauw, wauw! 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 Alles klar! Wir fahren also so hart die Manöver, alles klar, weiß ich bescheid. Jawohl, es kann schon mal keiner aus meinem Team gewesen sein, der seinen Zorn, der Reys Zorn auf sich gezogen hat. Ja Niklas du hast Ray weggeschoben scheinbar Achso ja Ich würde Ray immer nur in den Arm nehmen wollen Meins wohl auch den Arm nehmen Mein Herz ich krieg eigentlich Aussetzer hier Das ist der Plan Ja super sympathisch Warum habe ich den Grady eigentlich verweilen lassen Hallo auf GTA ein bisschen anlehnen okay aber nicht abschießen bitte Hat er bei mir beim Start auch gemacht ich bin dafür dass er 20 Strafsekunden bekommt Ja das geht ja ein bisschen Kontenanz hier bitte Ich erinnere mich dass wir ihm beim Gamestart hier glaube ich auch Strafpunkte geben mussten Oha Ja Ein bisschen Kontenanz der Herr Ich habe jetzt halt den Anschluss auf Tobi deswegen voll verloren ich konnte echt ganz gut mit Tobi mithalten Was mich wundert aber Ich habe gesagt schon von Daves Team ich find's hier auch schön Ja das ist das Traurige ist wenn ich 1-2 Sekunden weiter vorne wäre könnte ich mich auch zu euch gesellt Aber so war ich halt komplett alleine hinterher Ja wie fühlst du dich das an? Scheiße ne? Hier vorne zieht es sich grad ein bisschen zusammen Freddy und ich direkt hinter Erinko wieder Es zieht sich auseinander nicht zusammen Äh ja genau Es zieht sich nicht zusammen nein Obwohl ich bin nicht zusammen wenn ich dir deine Stimme höre Du könntest dich mal zusammen reißen Oh dein Lovely Banta hier So letzte Runde Vince hat auch immer mehr Speed auf der Geraden was mir ein bisschen nervt Komm schon ich will doch an Fossit vorbei das kann doch nicht sein ey Nee Fossit mach weiter so Der fährt halt Ja das macht ja gut Das ist doch was gehts ja mit diesem Spiel Fahr weiter Foss Bleib stehen Jawoll BB von 57 0 0 0 56 7 Jetzt Niklas wieder 54 53er gefahren im Training hatte ich nur 52 Der Tobi war sogar bei 49 Und dann haben wir nochmal Ohne Tuning Ja genau dann haben wir Klasse B Fahrzeug schon mal auf Dann waren wir bei 40 Sekunden Ist ja jetzt der Audi RS2 leider Oh Mann ey Und Vince gewinnt das Rennen tatsächlich am Ende ganz gut verteidigt noch Aber Grady ich lass dich nie wieder Ja gutes Rennen Nein in die Mauer Scheiße So let's go Voll verkackt Okay Was ist denn das Ich war Och ich liebe die Forza Syncro Ich war ganz klar vor iLover 34 im Ziel Und jetzt wird der vor mir angezeigt Alles klar Das zweite Rennen was ich verenden kann Yes Foto erfolgreich Sehr gut 100% Foto bisher Sehr gut Sehr gut Sehr gut Nice Ich hab mein Tages T-Shot erreicht Ich hab meinen Punkt Ich bin happy Ja aber Glückwunsch an Elwinko und Ray Das ist super nervig Das hatten wir auch in der Vorrunde bei uns glaube ich Und bei dir auch denke ich Dass wir uns da entscheiden mussten Und da zählt dann halt wirklich halt die Die Forza Statistik am Ende Das ist super nervig Und daher ist das Spiel diesbezüglich leider auch echt noch nicht Ja iLove hat auch gerade im Chat nochmal mehr geschrieben Weil Ray war eindeutig vor ihm Ja Ja es ist schon echt nervig Aber Ray wird wahrscheinlich ein bisschen früher gestartet sein auch Als iLoveGTA Beziehungsweise iLoveGTA hatte die Verzögerung dass er später startet Und deswegen rechnet Forza das nachher wieder drauf Das ist halt total dämlich jetzt Ja ja Das ist halt vollkommen dämlich Ja 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 Naja Naja ist halt so Am Ende gleicht sich wahrscheinlich irgendwie wieder aus Naja Ja das werde ich das letzte Mal gewesen sein bei Ende Rennen Ja also Das ist sehr schade definitiv Ich wäre so ein bisschen dafür dass wir so ein System einführen Für jeden Punkt den man kriegt Muss man beim nächsten Mal ein Kilo oder ein Leistungspunkt weniger mitnehmen Oh Gott weißt du wie lange der Stream dann dauert Weil du ja erstmal einen Einbauteil finden musst Was äh Dann machen wir Dann machen wir Dann machen wir Dann muss halt für alle Leistungspunkte Den ganzen Tag Den ganzen Tag Ja Steht du aus dem Neune weg nicht wir Machen wir Machen wir Machen wir only for you Machen wir only for you nächstes Mal ja Ja oder ihr startet eine Sekunde später für jeden Punkt Wäre ich auch nicht dagegen Ich glaube da sind ein zwei Dinge passiert Möglicherweise waren es auch wie die Folster Server Die ein bisschen unterschiedliche Autos an unterschiedlichen Plätzen gezeigt haben Und das Ja also meine Fahrer Meine Fahrer wurden gepuntet Ich bin dafür dass wir extra Punkte kriegen sollen Und du kriegst schon extra Punkte weil du das hübscheste Gesicht hast von Alan Dave Echt? Ja natürlich Ja auf jeden Fall Geil Definitiv Ähm Das nächste Renn Leute ist der McLaren Senna Das können wir schon mal ankündigen Hä? Nein Ne ist er nicht Das ist Hypercars zu da Aber gut dass du dein Auto Ja ich werde den Senna fahren Sorry genau Sorry Äh die Hypercars auf dem Holyrood Park Circuit Ähm wir fahren 10 Runden glaube ich Oder nee 8 8 Runden fahren wir Und genau wir fahren Hypercars Genau Den Senna hatte ich nicht auf dem Senna Den Senna hattest du nicht auf dem Senna Oh Interessant Ja also der Senna wahrscheinlich am besten für Kurven Während der Centenario ein bisschen besser ist was Speed angeht Ja Aber ich glaube wir fahren alle den Senna Also sowohl Tobi Grady als auch meine Wenigkeit Ja bei unserem Team auch Ja ich habe sogar kurz überlegt den Falcon zu nehmen weil den mag ich auch sehr gerne Aber Ja bei uns der Fawcett der ist auch mit dem Centenario unterwegs Ich habe den Senna Ähm und ich würde sagen wir können uns nochmal die Zwischenstände angucken Jopps Wir sind jetzt finalisiert Vom guten Andi Danke nochmal dafür Also ähm Johnson Racing Gerade vorne mit 82 Punkten Auf Platz 4 haben wir die Pixelhelden mit 54 Platz 4? Auf Platz 2 Platz 54 Sorry Wow Auf Platz 2 die Pixelhelden Ja dann Ich glaube das ist ein Synchronisationsfehler Johnson Da schwamm ein wenig Sympathie mit Der Punkt ist statt der Pixel-Helden-Präsident von Ubisoft Ihr Grafik-Downgrade heute Ja, ich konnte das nicht lesen Du kannst nicht richtig lesen Die beste Ausrede Die scheiß rosa Farbe ist das Ja, ich meine ganz ehrlich, Andi, es hat halt schon eine Sauklaue Ja, muss man schon sagen Okay, also auch bei 2PXH mit 54 Dann gefolgt von LPN05 und seinem Team mit 25 Und Dave auf Platz 4 mit 11 Punkten Im Einzel-Standing können wir sagen, dass dieser komische Tex Johnson gerade die meisten Punkte hat Mit zwei zweiten Plätzen Unser partisch Typ, ey Ich wollte gerade sagen, jetzt wird es sympathisch Auf Platz 2 Tobi und 3, der Mr. Elvinko Aufgrund seines Sieges im letzten Rennen Ja Genau Bitte Ich fühle mich trotzdem Trotzdem um den Punkt betrogen Egal Ja, gut, ich kann das vollkommen nachvollziehen Ich sehe das auch so Aber man weiß halt dann nicht, was stimmt letzten Endes Und Ja, halt einfach mal an Betracht dessen Dass ich halt zweimal von I Love GTA halt schön von der Strecke fast gedrückt wurde Deswegen Aber ist egal jetzt, ist egal Ja, nein, hast du recht, hast du recht, hast du recht Ich glaube, das war nicht das einzige Rennen, wo jemand mal ein wenig dann auch von der Strecke gedrückt wurde Nö, 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 ich wüsste gar nicht, welches So, sind alle in einem Konvoi gewesen, als die Einladung rausging? Ging eine Einladung raus? Oh, warte, hoppala, sag doch was, ich bin noch auf der Tabelle gewesen, Mensch Ja, sorry, Einladung ist raus, ihr habt eine 30 Sekunden Zeit, Jungs, alles gut, einer fehlt Du siehst, dass alle im Konvoi sind, wenn dort steht Da ist einer raus Ja, und da ist wieder jemand raus, wer fehlt? Pull wieder, nö, das hieß man Nee, Pull ist da Bei mir steht Horizon Dave ist es nicht Oh, mein Spiel ist abgestürzt Oh, ja Dave ist raus, sehr gut Dann nutze ich das jetzt als Pull-Up-Pause, weil das dauert jetzt ein bisschen, bis er wieder da ist Starten wir gleich Nö, wir starten sie gar nicht Ja, wir starten sie mal neu Das ist nett Weil Bei einem sicherer Siegkandidat, dem soll man natürlich auch nicht die Chance rauben, dass er hier holen kann Wenn der Ray jetzt auch direkt zur Pull-Up-Pause gerannt ist Sonst hätte ich gesagt, eigentlich haben wir ja gesagt, wenn Leute vorher rausfliegen Hm, am Anfang haben wir es gemacht wegen Pull Ich bin dafür, dass Ray dann halt auch nicht mit Das ist das Problem, weil Ray jetzt schon weggerannt ist Sonst hätte ich gesagt, okay Leute, go, wir fahren jetzt ohne Dave Also wieder rausgehen werden Aber wir gehen dann alle mal wieder raus Dave, hast du einen sehr wichtigen Kamin um 9 Uhr, oder ist das flexibel? Ja, würde ich sagen, dadurch, das habe ich auch zudem gesagt, dass es deswegen halt knapp wird Oh, I Love GTA hat auch gekonnt Ja, jetzt können wir auf jeden Fall neu starten, super Idee Ja, das haben wir auch gesagt, wenn mehr als zwei fehlen, dann könnt ihr euch das Ja gut, dann haut es sich auf jeden Fall hin Genau Mit mir und I Love GTA sind es ja schon mal 2,5 Leute, die fehlen Das Krass Aber dann hätte ich gar nicht jetzt gehen müssen Ich dachte, ich gehe jetzt um Dave die Chance zu machen Ja, nein, ist alles gut Ja, doch, machen wir trotzdem Ist alles gut Hey, I Love GTA hat jetzt auch rausgeflogen und so, dann machen wir das, ja Ja, ich habe alles im Deckel Streamer Bonus Funk-Kopfhörer macht es möglich, auch euch mit auf die Toilette zu nehmen Ach, das war so schön Davon hast du auch Arme Ich finde auch gut, dass wir neu starten Die reinen Folge fährt mir jetzt schon wieder nicht Ja, ich starte schon wieder von vorne Alter, mit Tobi zusammen, das kann doch nicht sein, Alter Das ist doch nicht normal Und immer wenn ich von vorne starte, müssen wir restarten, das ist sehr gut Ja, Gott sei Dank, ey Ändern tut es trotzdem nichts, aber Ich glaube tatsächlich, dass mein Forza Horizon 4 zum allerersten Mal in über einem Jahr Spielzeit abgestürzt ist jetzt Es schmiert sehr selten ab eigentlich Das ist nicht krass Also super aufrecht Das kann man positiv hervorheben Und die KI fährt konsequent auf mich zu Der war sogar auf der anderen Spur Also auch ganz kurz mal an meinen Chat und meine Zuschauer Ist jetzt gut, Thema ist beendet Dass ich jetzt gerade in dem Moment ein bisschen enttäuscht bin Das ist glaube ich einfach nur menschlich Ist aber alles cool Wie gesagt, das Event geht noch lange Und wer weiß, was sonst noch für Situationen kommen Wo dann vielleicht auch ich wieder davon profitiere Und deswegen Ich glaube, mit Absicht macht niemand irgendwas Das sind halt auch immer schwierige Situationen Man fährt unterschiedliche Rennlinien Und gerade bei der Nassenfahrbahn und mit dem RS2 Da muss halt einer wirklich nur mal ins Heck knallen Dann kann es halt passieren, dass man richtig weit wegrutscht Und dann halt dieser desync jetzt am Ende Schade, aber ist halt so Und dann läuft die AWA Wir laden dich gleich wieder ein Also erstmal muss die Lobby gleich wieder da sein Vorher geht es Genau, das ist das große Problem Mit den Servern Forza von Life ist am Start Forza von Life, ey! Ja geil, machen wir, oder? Super Ja gerne, gerne Auf jeden Fall Hab ich ein paar Bock drauf Habe ich auch, glaube ich Vorher extra noch gemacht zum Trainieren Also das ist meine Vorbereitungszeit gewesen Forza von Life ist das Spiel Das ist mir das Beste zum Trainieren eigentlich Nutzt das nur Ja, ja, genau Daher mein Skill Da gibt es nämlich keine Checkpoints Why are they speaking metric? Steht bei mir gerade im Check Ja! Ich bin wieder am Start Ich hoffe, ich komme in den Konvoi schnell rein Danach kicken wir dich wieder Das ist gar kein Thema Spiel Johnson auf einer Konsole Ja, ich glaube, ich bin der einzige Der hier auf der Xbox One X unterwegs ist Oder Jungs? Also ihr seid jeweils am PC Ja Xbox, Xbox PC Masterways Entschuldigung Xbox Masterway Was? Ich bin da! Zwei Leute fehlen, aber ein Konvoi Einer fehlt jetzt beim Konvoi Ja, du spielst jetzt so ein bisschen Auf der Xbox Auf der Forza Horizon viel noch Spaß macht Aber es wird runter Ist ja Katastrophe Elf Leute im Konvoi Johnson, deine Leute haben sich hier gerade ganz doll lieb Die rammen sich gegenseitig Ich weiß nicht, ob das ein Paarungstanz ist Ich bin mir nicht sicher Ja, das ist ein bisschen schlimmstehende Maßnahme Würde ich das sagen Okay, Daydream ist auch nicht mehr drin? Nee, Daydream ist nicht mehr drin Warte mal Willst du Leder einladen oder mach ich schnell machen? Mach du das mal bitte schnell Daydream hat auch anscheinend ein paar Props, ne? Was das angeht Ja Aber irgendwie jeder gerade Ja Nochmal, hi an alle im Chat Auch die, die neu dazugekommen sind Vor allem Jensen B Und schön, dass ihr alle da seid Ich danke dir auch noch so ein Decknamen So ein Decknamen, genau Jensen B ist drin Jensen B ist mein zweiter Account Das ist eigentlich Johnson Ja, genau Jensen B Johnson B Johnson's B-Account Kann ich nicht so ein Spiel einleiten? Ist er wieder im Spiel drin? Ähm, ja Ja, er ist dabei Er joint gerade Ja, küsse ich mal Ja, er lebt wahrscheinlich Ja, okay, toll Gut, ja, schön Ja, beend Was habe ich verpasst? Genau, wir können ja mal kurz einen Zwischenstand machen Weil es ja doch eine Weile gedauert hat Wir kommen jetzt zum dritten Rennen, liebe Leute Auf dem Hollywood Park Circuit Und Johnson Racing in Führung Vor den Pixel-Helden Vor LPN Vor Dave Gaming Jetzt fängt wieder der sympathische Teil an Oh, what the fuck Jetzt musst du das aber nicht immer sagen Ja, ich würde mir einfach vorschlagen Dass jemand anderes immer die Punkte stellen Der wäre einfach schön, weil er so anfängt Nein, bitte nicht Es ist einfach so Jemand führt Dann kommen die Pixel-Helden Genau, genau What the fuck Jemand führt Jemand führt Ein anderer ist auf zwei Ich bin auf zwei Und Dave ist auf vier Dave ist jetzt da Dave halt auf seinen Platz, sage ich dann Okay, der platzt dann auch Okay, wir starten jetzt Jeder ist da Und dann kann es auch losgehen, okay? Ich habe mir nicht umsonst mein Williams-Shirt angezogen Jungs, ihr seid alle bereit? Jawohl Okay, gut Hypercars auf dem Holyrood Park Circuit Und ich hoffe, niemand wird jetzt richtig fliegen Das wird so ein Chaos werden Ich habe nicht kein gutes Gefühl Okay, und da geht es auch schon los Nice Ich versuche einfach, mich auf mich zu konzentrieren bei dem Rennen Weil das ist echt Hardcore, ey Ja, go Konstanz entscheidet hier Vor allem die erste Kurve, genau Die erste Kurve ist richtig böse, ja Gehe hier schon mal ein bisschen durch die Gegend Und übe schon mal den ersten Part hier nochmal Ja, ja Hast ja nötig Ja Johnson macht nie wieder Turnier mit uns Alles gut, alles gut Niemand rausgeflogen, ne? Niemand rausgeflogen, nein Sehr gut Ja, dann steht meinem ersten Sieg nichts mehr im Weg Freue ich mich Ja, dann würde ich einfach mal sagen, bitte eb in den Chat Weil Dave gesagt hat, er gewinnt Ich bin ja gut, dass du am laufsten Tag überlachen machst Ja, ich meine, ich bin halt nur realistisch Also jetzt nicht mit dem, dass ich gewinnen werde, sondern Ja, mit der Reaktion auf Ich gebe sogar im Chat von Mai einen, der den Hollywood Park als Lieblingsstrecke hat Gute Leute Als Anti-Strecke an sich, bin ich ganz gut dabei, glaube ich Es gibt so, ey, kann ich ja als ein Ich bin erster und Lukas zweiter und Johnson dritter Wow Der fünfter Ja, nice Ja, ist mein Team ja super, aber Tobi, Gott sei mal hinten, Entschuldigung, was? Streamer-Bonus hier erstmal Ja, das ist richtig Streamer-Bonus, auf jeden Fall Außer ich, ne? Können wir immer so machen Ja, hätte ich nix dagegen Aber 5 ist ja auch okay Ah, das ist ja der Streamer-Modus bei Forza Ah Das, ach, das ist der Modus, genau Okay, Ray, tatsächlich mit dem Centenario, okay Ray hat, äh, Bock auf jeden Fall in den Kurven und zu blockieren Genau, der Team, Lukas Okay Ich fach halt, schönen Tag noch Vorbildlich, abgeschossen, Forza, Ton, Sommer, Dankeschön Und da bin ich in den Kurven schneller Und direkt, oh, nice Boom, un-ghosting, komme ich vorbei, das ist ja perfekt Ja, der GT-Erlauber... Ja, der GT-Erlauber... Alter, Gratty-Ghostet ruhig alle Was soll das denn hier? Oh, 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 der GT-Erlauber hat mich schon verpasst Ja, ja, das war halt, ne? Perfekter Modus, wenn wir jetzt den Platz auch lassen könnten Oder du mit deinem Seifbump hier gerade Das ist kein Deufbump, also das war jetzt kein Deufbump Alles gut, alles gut, mein Freund, alles gut Timo Lukas, wenn er echt mit ganz schön viel Schulter, ey Ja, da ist halt super eng, vor allem in den Partei Ah, ich werd links und rechts überholen, Leute, beruhigt euch Der Dürmer ist okay, Tobi war nicht okay Oh, Tobi ist halt nicht gesehen, sorry Habt ne Chance, GTA zu besiegen, das ist... Erste Kurve ist halt, äh, Senna-Land, ne? Da ist halt der Senna viel besser Nein, wir haben keine Reifen gehabt, scheiße Ready auf drei hinter Ray Aber gute Performance, Ray Echt gut Warten wir mal ab Weißt du, wie viele Checkpoints ich verpasst hab, als ich das geübt hab? Ach so Ein Ein Okay, ich hab's auch Ja, ja Kannst du das bitte so wiederholen? Hey, da steht ja, könnte man ein bisschen Gas geben Nö, nö, lass mal Hab's so eigentlich ganz gern grad Boah, ich hätte die Nahe ist, komm angeflogen, Hilfe! Boah, hab ich grad echt fast die erste Kurve weggeschmissen Oh, die beiden Checkpoints in dem Herzen sich grad abgeräumt, aber richtig hart Jo Waren das jetzt meine? Ja, Erwinco und, ähm, Fawcett, die sind beide... Wollten parallel durch die erste Kurve durch, das hat halt jetzt jetzt hingehauen Boah, ich war da nochmal neben, Tobi Oh, Tobi an Ray vorbei, wie es hier aussieht? Ja, der hat sich halt daneben gesetzt, hat zugezogen, ich war aber noch daneben und dann hat's mich halt in die Wand geklatscht Weil ich das nicht mit gerechnet hab Oh, die Kurve hat grad voll verkackt, ey, scheiße Oh, shit Ich hab anmerken, dass der Fossit auch, äh, so ein Sorry-Emote direkt gepostet hat Ja, ja Ich hasse die Strecke Definitiv nicht verabsechtigt, und jetzt bin ich leider auch in ihn reingefahren Samstag fährt in der letzten Kurve Und jetzt hat... Ne, das war Pull, sorry Pull, und jetzt ist hier... I love GTA und... Jawohl, ja, moin Schieß mich erstmal weg Alter, ist der GTA auf den Grad und schnell, Junge Ja, aber wenn man halt zickzack davor fährt, kommst du halt trotzdem nicht vorbei Ja, leider kam ich jetzt nicht Das sind die ersten Kurven... Ah, wie diese Scheiße Ich war eine Scheiße zusammen, ey Also, bis jetzt die Ellenbogen wieder einfahren, wäre, glaub ich, ganz nice Ja, Jungs, macht ein bisschen ruhiger auf jeden Fall Wenn ihr jetzt auch den Stream anhabt, also, ähm Ich muss jetzt hier nicht im Wrestling ausatmen, ne? Ah, wobei, das wär auch geil Komm mal her Komm mal her Komm mal her, ja Ich bin für... Ich bin für Daumencatchen Oh, Daydreamer hat einen Fehler gemacht, jawohl Nein, Alter, mein Team, Leute Ach, nö Ihr seid dafür da, um mich aus dem Scheiß zu retten, nicht umgekehrt Mich würde interessieren, wieviel Prozent immer deiner Zuschauer abschärben, als solche Sätzen Ich... Was glaubst du, woher die Zahl 73 kommt? Die durchstellige Zuschauerschaft Durchschnittsalter der Zuschauer Die kriegen das eh nicht mehr mit, was du sagst Yo, Daydreamer Alter, okay So Linien gibt's also auch, krass Der hat grad Kull und mich dann von einer Kurve überholt, glaub ich Glaub ich vorstelle, mein Team Also nicht mich, mein Team Äh, ich hab mein Tages-T-Shirt erreicht Einen Punkt, also Alles weiteres jetzt Bonus Ah, der Tobi, unser OP-Fahrer, kommt auf jeden Fall hier ran an mich Niklas, ich glaub das ist jetzt der perfekte Moment, um zu fragen, ob es die T-Shirts auf dem XXXXXXL gibt Weiß ich nicht Müsste mal die X-Books Leute fragen Aber danke, dass du nicht sagst Daydreamer Das ist nicht ein bisschen zu viele X vor dem L Ich wollt grad sagen, Dayd, brauchst du nicht noch eine Nummer größer eigentlich Aber das ist... Okay, it's okay, it's cool Also ich glaube Was ich hier alles abziehe Das ist eine Nummer zu groß für dich Brudi Brudi Oh Gott Wie viel von den Nerb-Shirts hast du dir geholt letztens? Äh, ich hab 5-24 Stunden Nerb-Shirts Also, ja gut Ist immer das gleiche vor allem? Ja Ich lass dich auch vorbei Ah, weil auf Sicherheit fahren, äh, bringt Tobi hier ran Fuck, 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 meins nicht Scheiße, man, man, man Ich fahr ja auch grad auf Sicherheit, aber auf Platz 12 bringt es nicht so viel Fuck, jetzt 4 sind vorbei, shit Ah, das ist halt echt krass Weil die Leute so super schnell sind Da kommst du halt Hau mit Lukas, verpasst mein Checkpoint wieder Nein, halt jetzt die Klappe Hat schon, Teamkollege, reicht Die Team-Statistik läuft Alter Fawcett, der haut richtig raus Ja, ich bin in die Wand gefahren, deswegen ist es auch vorbei Mach mal nochmal Alter Ah, er läuft die Ahnung, lass fliegen Er kann gerne aus der ersten Kurve rausfliegen, da hätte ich kein Problem mit Klar, das wird das erste Rennen sein, das ich nicht beende Und lustigerweise stimmt's, Dave kommt mit den Stelldauern und das ist nicht klar Ich müsste nebenbei bei mir gerade an Crown first einschalten, hallo Also versteht mich hier schon nicht, aber Ich hab seinen Namen genannt, das sollte reichen Also sehr gut Oh, scheiße Alter, könnt ihr vorsichtig mal auf, um die Handbremse zu ziehen Jo, eine Runde mehr und Tobi hat mich gerichtet Oh, Tobi nimmt mal die Wand mit Ah Ja, ja Alter, Vorsicht, ey Du warst neben der Strecke, da heißt nicht, dass du mich in die Wand drängen kannst Kollege, ey Ich könnte bitte so sechs, sieben, acht Sekunden langsamer fahren, sonst kannst du das dann auch noch verändern Dave, fai von deinem Team-Kollegen jetzt zurück, ey Sonsten Racing-Mittler Ready auf vier auf, Ray immer noch auf sechs, das sieht doch gar nicht so doof aus Ja, ich hab Vince vorbeigelassen, weil ich gehofft hab, der kommt noch ran, aber ich glaube, dass die Jungs war lange zu machen Ja, ich wurde gerade einmal an die Wand gedrückt und dann noch einmal über den Berg hochgejagt Deswegen hab ich gerade zwei für den Platz verloren, weil Fossit meinte, neben die Strecke zu fahren, dann trotzdem keinen Platz zu machen Danke Aber das ist die beste Team-Platzierung, Q8 von Fossit, nice Nice, ne, neun ist er, neun ist Fossit Der ist da oben in den Zäunen gelanden, ist direkt rübergezogen, hat mich rübergeschubst, ey Ach, Mann Ach, Arsch Warum? Oh, Mann, ey Gut Hä, kann es sein, dass der Nightbot nicht die Streams postet? Das weiß ich nicht Ich auch nicht Ich hoffe, ich guck mal, ich mach mal gerade Ausrufezeichen Gott, was hatte ich denn da sichten, glaube ich So, jetzt kommt auf jeden Fall mein schlechtes Rennen, das ist nämlich das, äh, gute alte Cross-Country-Rennen Oh, fuck Ja, hier werd ich jetzt auf jeden Fall mal ganz weit hinten landen Mit dem Markant-Turbo war das, ne? Ja, mit dem Markant-Turbo, genau Ähm, wir können auch gleich dann mal die Zwischenstände anschauen und das letzte Rennen noch mal kurz Revue passieren lassen Ähm, ja, drei Rennen merk ich auf jeden Fall, ich fahre zu freundlich, ich bin zu nett Ja, hauen sich einfach alle weg Ja, ich wurde jetzt mehrfach weggehauen, Alter, und jetzt mach mich doch die Spätze verloren Nein, am Anfang, äh, Ray gegen mich, das war halt direkt, wir sind direkt anghostet, als es die engste Stelle der Strecke war Dementsprechend sind wir uns da ein bisschen in die Quere gekommen, aber war alles okay, war alles cool Ja gut, du bist halt nach rechts gezogen, wo eigentlich nicht die Ideallinie ist Und dadurch hast du mich dann links in die Wand gedrückt Also wärst du einfach auf der Ideallinie geblieben, wären wir da gemeinsam gut durchgekommen, glaube ich Das kann gut sein, ja, das kann echt gut sein, ja Das war ein bisschen doof, aber so oder so hätte ich das Sample hier nicht mitgehen können, also alles cool Nächstes Mal bitte so, dass ihr die beiden, äh, dass ihr beide die Checkpoints verpasst Okay, machen wir, machen wir Es war jetzt auch nicht so, dass direkt jemand irgendwie 3-4 Sekunden verloren hat oder sowas, war schon okay Ähm, ähm, schauen wir uns doch mal die Zwischenstände an Der Winko bedankt sich gerade fürs Nette vorbeilassen Gar kein Thema, immer wieder gerne Wer von euch möchte denn jetzt die Zwischenstände machen? Dave, bitte, go! Ja, dann übernehme ich halt den Job Also, ihr Lieben, auf Platz 1, wer hätte es gedacht, mit seinem ersten Sieg an diesem Abend Tja, nur 1 von 3 Rennen gewonnen Bisschen enttäuschend Ähm, Essex Johnson Wuhuuu, yeah Äh, äh Nein, das kommt aber tatsächlich überraschend für mich Also, ich hätte schon gedacht, dass ich hier in meinem Team, äh, auf Platz 3 rumgurke Also, wirklich Ja, ähm, das Tiefstapeln liegt recht gut Ähm, aber unsere Punch ist trotzdem Tschö, was? Mach weiter Äh, auf Platz 2, äh, äh, El Winko ist auf Platz 3 vor G-Ready Timo Lukas, Ray Daydreamer, Isle of GTR, dann Fawcett, Pool, Lukas und ganz hinten Tja, das soll nicht näher benannt werden Auf Platz 1 haben wir in der Teamwertung Johnson Racing, die haben sich mittlerweile 47 Punkte gesichert Ähm, habt ihr, glaube ich, im ersten Rennen direkt geholt mit den ersten drei Plätzen Also, so gesehen müsstet ihr komplett ausfallen Und die Pixel-Laden müssten dieses Rennen einen Dreifach-Sieg holen Dann wären sie gleich auch mit euch Lukas dann, äh, bei 36 Punkten das Team LPN05 Und Team Dave Gaming bei 15 Punkten Was eine wunderschöne Zahl ist, deswegen haben wir uns entschieden erstmal da zu parken, kurz Aber wir werden weiterziehen Wir werden weiterziehen, mit der Kolonne Ja, also mindestens, sagen wir mal, mindestens 18 sind nach nichts Ja gut, aber, also, ich meine, immerhin sind das, äh, habt ihr einen anderen, äh, Fahrer dort in LPN05, der auch, äh, dasselbe Tempo geht Hey, hey, ich wurde von deren Teamkollegen im letzten Rennen dazu gezwungen, das Tempo zu gehen Moment, Moment mal Niklas, war das, äh, danke Don, merci Kannst du den auch als Autotimer quasi machen, dass er immer wieder kommt Welchen, was? Ja, ansonsten, ansonsten, ansonsten gerne nach jedem Rennen Die Atombombe im Chat Oder vor jedem Rennen, so Ne, das, äh, mit dem Command Ähm, ja, ansonsten, äh, Niklas, ich dachte, du wolltest dich zum Punktestand nicht äußern, damit du sympathischer wirkst, aber wenn du Lukas so weiter dicken willst, ich hab da nichts gegen Nein, 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 ich wüsste dich das nicht, das ist einfach nur ein, äh, freundliches Miteinander von uns Mhm Das ist ganz normal, und das hatten wir auch als... Freundlich Ja, ja, auf jeden Fall Miteinander Ja, ja, auf jeden Fall Statt der Hand gibt's immer direkt die Basie ins Gesicht Zuckerbrot und Peitsche, das musst du doch... Aber hallo, nur ohne Zuckerbrot Zuckerbrot und Baseballstürger, der kannstehen Wir kommen auf... Wir kommen auf... Wir kommen auf... Und plötzlich sind noch weniger Zuschauer, Dave Ja, der eine kann halt weggehen aus... Alter Und, äh, ja, Leute, schaut doch auf jeden Fall auch mal in die anderen, äh, POVs rein, während die anderen beiden Jungs sich einfach mal kurz kaputt lachen Falls ihr auch mal das Fahrerfeld sehen wollt Genau, falls ihr mal das Fahrerfeld sehen wollt, genau, vor allem bei zwei bestimmten Channels, ich nenne keine Namen, ähm Also, ähm... Stry and Error, geht einfach mal durch Gleichzeitig gerade auf unseren Channels, dementsprechend schaut doch einfach mal vorbei, wenn ihr auch mal die anderen POVs, äh, sehen möchtet Also, äh, das wäre sicherlich ganz sexy und vor allem, vergesst nicht, Däumchen nach oben, das wird uns freuen Ja, versucht es bei mir gerne Ja, versucht es bei Lukas, da wird es nicht ganz so funktionieren bei Twitch Ein Follower ist auch okay Ein Follower ist auch okay, genau Dagegen haben wir natürlich auch nichts So, haben wir alle, sind wir alle da? Ähm... Ja Das siehst du aus, oder? Ray ist auch wieder am Start Bin immer am Start, ich höre genüsslich zu Und das ist sehr gut, das ist sehr gut Ja Ähm, jetzt das Cross-Country-Rennen mit dem Porsche Macan Da hab ich leider auch keine Livery für, also nur standardmäßig unterwegs Dann würde ich schon mal sagen, direkt mal 5 Sekunden am Start stehen bleiben Ja, bitte Ja, denke ich auch, denke ich auch Aber keine Angst, in diesem Rennen bin ich halt auch echt scheiße Ähm... Sag dir, gewann nur mit 10 Sekunden Vorsprung Okay, ich bin mal sehr gespannt, also, oh, ich bin nur Dritter geworden hinter meinen beiden Mates Ich bin so scheiße Johnson, da hattest du sehr viele Freunde in der Schule Ich sprach nur aus Interesse so Oh, ich war so schlecht in der Arbeit, ich hab gar nix richtig Oh, es ist eine 1- geworden Ey, das war... Meine Mutter wird enttäuscht von mir sein Hallo, das war letztes Mal mein Narrativ, das hab ich letztes Mal gesagt, als jemand denen das mal auf den Sack ging Ey! Johnson hatte richtig gute Freunde, hat sich mit jedem Lehrer angefreundet Ja Hat die Schüler gezischt Bei Elternabenden, da war ich der Liebste, ne? Da war ich der Beliebteste Da musst du nämlich gar nicht hingehen, weil es gab eh nix zu erzählen, war ja alles super Ich hab mich selbst vertreten Niklas hat die Lehrer überzeugt davon, E-Sport-Turniere zu veranstalten in Forza in der Schule Und dann sind sie immer gefahren, er hat einfach alle weggebashed Vielleicht kommt noch die ganze Trainingszeit Ich habe Forza studiert Ja, dass du das Spiel viel gespielt hast, verstehen wir aber Nee, nee, ich hab schon studiert Forza Forza Ja Gut, Cross Country, also es ist wirklich, sagen wir mal Es ist wirklich schon die Disziplin, die ich am wenigsten mag Und ich glaube, das ist bei euch nicht groß anders, oder? Ja Ja Also, wollen wir abschätzen, wie vieles Es kann schon Spaß machen, aber nicht in der Kombination Ich wollte gerade sagen, jetzt, wir können mal Wetten abschließen, wie viele sich gleich beschweren, weil sie irgendwann an der Burg hängen geblieben sind Ja Weil ab dann ist nämlich schon wieder nicht mehr mit Ghosting Ja, mal gucken Ich meine, jetzt beschwert ihr euch alle Oh, schöne Startstoff, finde ich gut Jetzt beschwert ihr euch alle Ja gut, ich starte sogar vom letzten Platz Drei, vier, fünf, ist in Ordnung Ich bin nicht weit weg, ich stehe direkt vor dir Ja, aber du bist spätestens nach der ersten Kurve weg Weiß ich nicht, keine Ahnung Alle so, ja, ich mag die Kombination nicht Und dann plötzlich denken Ja, weißt du, ich bin trotzdem jetzt Nee, das ist Also, ich fahre es gern Also, mir hat es Spaß gemacht zu fahren Allerdings, als ich jetzt heute Morgen mit den beiden Jungs von mir gefahren bin Die waren halt einfach so im Schnitt drei, vier Sekunden schneller pro Runde Und der Kurs ist jetzt nicht so lang Also So krass, ja? Ja, das war echt krass Ich weiß aber auch nicht, warum Also, ich bin eigentlich Also, klar, ich wusste schon, wo die kleinen Fehlerchen lagen Aber so krass hätte ich auch nicht gedacht Das war schon echt heftig Ich Sie haben ja zwar erklärt, wo es liegt Oder was man machen muss, um hier schnell zu sein Aber Das sind, glaube ich, auch die Linien, ne? Ja, ja, genau Ja, ja, du musst hier teilweise auch ausholen von am Anfang Ja, das ist halt sehr wichtig Ja, ja Und das ist halt das, ja Also, ja, hier waren Grady und Tobi auch wirklich eine Sekunde schneller, glaube ich Ja, ich merke es schon Da kommt nämlich Grady und Tobi Ja, ja, genau Also Vor allem Grady war hier richtig schnell unterwegs Mal sehen, was der Rest gemacht Au, au Oh, ich hab den Checkpoint verpasst Ja, ha, 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 ha Ich meine, oh Ja, das ist was, was hier ganz schnell immer passiert Ja, ja Keine Sorge, mich fix doch Ja, gut Alter, da ist er halt Schaut auf der Wediweb, ich fass es nicht Ja, da hat doch jemand zu sagen Ach, I Love GTA, Junge Mach doch keine Faxen heute Der hat dein Checkpoint verpasst Ja, mal wieder Der schießt dich gleich wieder ab Ja, doch stimmt Ist er wieder vor mir Oh Mann, ey I Love GTA auch mit dem verpassten Checkpoint Dabei hat er eigentlich die Pace Oh Ja, ja, ja Ich hab mehr Schwung auf die Gerade genommen als die Spitzenfahrzeuge Ich hab's grad aufgeholt Nice Geil Stark, Dave, stark Das klingt irgendwie so ironisch Sack der, während er Sehntel für Sehntel rankauft Nein, ich fahr gegen die unsichtbare Mauer Es war so klar Ach, nee Ja, deswegen fahr ich Ich springe jetzt so ganz anders ab Irgendwie so voll aus Panik Dass ich dann nicht gegen die Mauer schnallt Ja, der Stand hat sich da verhackt gehabt Was tust du? Dave, was tust du? Ich war nicht Was tust du, Alter? Dave, wie immer deine ganzen Hoffnungen liegen auf dir Ja, jetzt ist eigentlich Guck mal, wie viel Zeit das gekostet hat Ja Was tust du, Alter? Ja Was tust du, Alter? Oh, Mann, ey Das ist die einzige Chance, die mir bleibt Oh, mein Gott Okay, egal, egal Weiter geht's Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott Oh, mein Gott Nein, komm zurück Nein, komm zurück Was hast du? Fühl mich grad so'n bisschen Wie die Frau Rose in Titanic Hey, wir gehen aber hier grad nicht unter, Ruhe jetzt Ja, komm, ja doch, hier nicht, aber Du schon Du spielst das Titanic Endeavor, was dich auch ins Wasser gestürzt hat Erstmal Copyright Claim überall Ja, Text Hallo 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 Aber mit dem Porsche, man kann, da kann man Da kann Da kann man schon Wow Man kann gut pushen mit dem Ding Aber manchmal muss man auch wegpullen Ey Geh nicht im Weg hier Ja, hör auf, in die Karre zu fahren die ganze Zeit Ja, geh mal weg die Nö Verpiss dich Oh, Vince, Mann, was war das jetzt für ein Manöver Nice Das macht der eigene Rating und Rennen kaputt Oder uns besser gesagt Ach, Lukas Ja, sorry Lukas springt einfach rein und packt dann davor Nice, nice driving hier, wirklich Hammer Ja, Niklas, ich muss auch sagen Vielleicht hab ich gegen dich auch ein bisschen absichtlich aggressive Herdhänden gebracht Freunde der Burgsektion Wurdlich Wurdlich auf jeden Fall Ey Ey Du, schau mich an Wer weiß wie sportlich Ja So Hey, das ist mein Anspruch Drei Runde Dateweaver ist nicht so Wir haben jetzt mal einen Teamkollegen, der gut unterwegs ist gerade Der Pull geht richtig ab hier vorne Ja, der Dateweaver meine ich Der Pull ist richtig geil Der ist richtig schnell Also auf der Gerade, ey, da guckst du nicht nicht Nein, der Fäck wurde nicht gezählt Lenken Oh nein Und da ist der Ray auch weg Als ob der nicht gezählt hat, ey Ja Kann ich bei meinem leider nichts sagen Weil ich war eigentlich 80 Jahre weg Warum fehlen mir Warum fehlen mir plötzlich 14 Sekunden zum nächsten Auto? Tja Überleg mal Und der unsympathische Geist Geht an Ja, Niklas Nächste Fall Spiel mir doch mal F1 Ja Ja Nein, das war ja Ach nee Ich bin extra aggressiv gefahren Ich bleib an der scheiß Burkheim Weil mir die Hinterachse weghüpft, ey Oh nee Ich sag's mal so Ich möchte niemandem was schlechtes Aber ich würde schon gern ein bisschen Hier Gemeinschaft haben Hi Lukas Meine Motivation ist sowas von hart im Keller, ey Ich hab grad noch mal drauf getreten I love GTR Ja Der Keller steht schon in Brand Lukas, Lukas, nicht schlimm Wir sind auf P10 und P11 Wir holen Punkte Ja, vor meinem Teamkollegen, der keine holt Wow, ich freu mich den Assen ab Achso Wow, danke Danke Aber egal, dass wir Ich glaube, dass du nur die Persönliche lachst Weil komm, von mir wirst du ja eh Also wohl in dem T-Statting als auch hier jetzt gerade brennt Ich könnte ein Stücklicher sein, Dankeschön Ja, ey, du... Ist so, wenn du erzählen bist Ey, dein Hund ist gestorben Oh, sei froh, es war nur ein LKW Du bist immerhin in die Bomberjacken, also der könnte gegen LKW gut helfen Entschuldigung, Junge Ach man, jetzt hab ich noch falsch gesprungen, echt Ich will nicht mehr Ähm, Granny auf jeden Fall gerade vorne vor Daydreamer Oh, Daydreamer, ja Ehre Drei Heißt ja, der Teamkollege vor dir bis auf 2 und der beschwert ist Ja, weil die anderen auf 10 und 12 ist Ja... Aber trotzdem, Daydreamer, go Die Schattenseherrschaft von Attic Johnson muss beendet werden Ja, Grady führt ja zum Glück Daydreamer auf 2, Lukas auf 3 Tobi nur auf 4 Irgendwas ist passiert, ich glaub er war vorne Äh, Winko dann auf 5, Full auf 6 Meine Wenigkeit auf 7 Ray 8 Vorsitz, Lukas Dave Und ganz hinten Eiler von 8 Ne, doch nicht mehr Daves letzter Ja, ich hab den Checkpoint verpasst Ja, ich hab den Checkpoint verpasst Und Rewind und ich hab den Checkpoint wieder verpasst Oh, und Poole springt gegen die Burg Boah, das war immer knapp am Ende Das war immer knapp am Ende hier Los geht's, Poole Ich versuch's von außen Ja Ich fahr auch nochmal gegen die Burg Ach, ich heul bald Ehrlich Oh mein Gott, nein Der Checkpoint hat aber alles gekostet Ja, klar auf jeden Fall Hatte ich auch Oh, ich bin vor Pool ins Ziel gekommen Danke, Forza Das war das beste Rennen jemals Ich habe eine Motivation Die jedenfalls von gut und böse ist Ja, das war X-Cross Country Aber Daydreamer, Dankeschön Erinnern wir jetzt ein bisschen uns die Ehre hier Dann wird man dich komplett geben Nicht dastehen Ja, Didi auf Pool Bestes Ergebnis aus dem Team bis jetzt geholt Ich bin aber dafür, dass jemand anders den Punkt ist Ich will den auch nicht lesen Das ist demotiviert Ja, komm, bei dir ist wenigstens jemand auf 2 jetzt gewesen Ich würde gerne in der Wasserflasche gegen anderen durchsichtige Flüssigkeit tauschen Gegen was? Gegen was, ja? Ich sie gerade weinen derweil? Oder ich kann mir einen Baileys anbieten? Ja, egal was was beknallt Ach so, das ist aber sehr, sehr gut 900 Zuschauer hier am Start Nice Vielen, vielen Dank Checkt auf jeden Fall auch die anderen Sicht Hammer Die Videos sind Uh, 4600 In der Videobeschreibung In der Videobeschreibung Ne, Donations Aber die kommen am Ende Ja, bei mir Ja, bei mir Ich mach's dann am Anfang des nächsten Streams dann Was kommen jetzt? Retro Supercars, gell? Oder sowas Jetzt kommen Retro Supercars Und jetzt bin ich richtig gespannt auf eure Autos die haben werden Das ist tatsächlich das einzige Auto, wo wir uns nicht ein eigenes Setup zusammengebaut haben, sondern uns tatsächlich von jemand anderem beliefern haben lassen Was fahrt ihr denn? Ich hab zugegebenermaßen Äh, den Esprit V8 Den Esprit V8, das ist interessant, den haben wir zum Beispiel gar nicht auf der Rechnung Also den hatten wir auch ganz lange nicht auf der Rechnung, wir haben M1 und so noch auf der Rechnung gehabt Ich glaub den 355 Ferrari Ja, den von mir Die waren in engeren, die waren in engeren Auswahl auch Und dann sind wir auf einmal und haben gesagt, hey, lass mal noch den Esprit V8 probieren, weil der ist echt auf A800 echt ein richtig krasses Auto Und das Problem ist, dass man da einen ganz speziellen Fahrstil braucht und den beherrsch ich halt sehr gut Sehr gut Sehr, sehr gut Ja, wir fahren mit dem TVR Tusken Kommt jetzt wahrscheinlich auch überraschend durch Das ist ein purer Speed Build mit TCS Wir haben 850 kW oder so in dem Auto in der A-Klasse Dementsprechend werden wir am Anfang erstmal komplett hinten sein wahrscheinlich Also die letzten drei Plätze überlegen Seine startet halt wieder vorne Ne, auch dann, nein, auch dann, glaub mir Und ich bin ja jetzt auch die Letzte dann trotzdem immer ziemlich weit hinten gestartet, wenn wir dann mal Wenn wir dann mal gestartet sind Ja Also Punktetechnik, die drei Johnsons ganz vorne tatsächlich Die drei Johnsons Wie ein schlechter Westfilm Ich hab's auch mal aufgerufen Daydreamer, da wird auf Platz 6 nach vorne geschossen Das ist ja krass Ja, stark Der war richtig stark in dem Rennen Ja Ja Johnson Racing 163 Punkte Fast schon uneinholbar, würden manche behaupten Ach Wir haben jetzt vier Rennen durch, also von daher geht da noch alles Und den Bayern-Einlauf-Ti Und um Bomberjacken Und um Bomberjacken Und um Slang sprechen würde Ja, ganz wichtig Ganz wichtig Ähm Here we go Das ist mir scheißegal Das ist vielleicht einfach ein Stück Stoff oder so Dann will ich das Stück Stoff Ein Stück Stoff Ja, das ist halt Das sind halt zwei T-Shirts übereinander genäht Das, was Dave bekommt eigentlich nur zweimal Das war der Moment, wo Xbox Siege Ich muss nicht gegen meine Müde kann ankämpfen Dadurch, dass ich ja nur heute Nacht Zeit hatte zum Trainieren Dass der Schlaf ein bisschen kurz gefallen ist Muss ich doch mal mein Cheat-Energy nehmen Daydream Ich musste mir einen Wecker stellen, um das Rennen in Russland nicht zu verpassen What the fuck? Startet das nicht um eins? Das muss man sich mal vorstellen, ne Normal in der Formel 1 so Japan oder so Oder Australien Da stellt man sich mal den Wecker Aber nicht eigentlich für Russland Ja Hm Wenn man bis 7 Uhr morgens arbeitet dann schon Ja, ja, nee, klar Logisch Ich verstehe dich absolut Sag mal so Das GT3-Rennen in Silverstone Das hat halt Das um 6 Uhr morgens gestartet hat Das hat meine Sympathie dann nochmal geweckt Ich bin jetzt bei fast 2k I-Rating Ehre Ja, das ist schon ziemlich gut Ich bin schon so gut Danke Da reden wir nachher drüber Ja, 2 da, aber nur am Anfang Hey, 7. 5. So, Esprit, Vorsitz, eben 360 CS, okay Los, Vorsitz! Ne, Vorsitz hat Gramm zu viel Ne, Vorsitz ist toll Pull auch Pull fährt mit dem 355 Also wir fahren alle mit Ferrari Okay Jet Mode aktiviert Jetzt schaut wie ich äh Nach ganz hinten kommen wir am Anfang Tschüss Tschüss Oh nein Geil wenn wir parallel tschüss gesagt haben Boah Scheiß Ferrari rutscht halt wie die Hölle So Mein Ferrari rutscht überhaupt nicht Wo ist Grady? 2017er Scheiß die Spezifikation bei euch Ihr habt Freund mir die 2019er Alter, wie schnell seid ihr auf der Geraden bitte Ja, warte ab, warte ab Wie lange gerade kommt ihr als Essen noch? Ich weiß euch alle Ja, Daddy Hümer, gib ihm Hauptsache, Grady tatsächlich ey Ja, stark sind, danke Ey, hallo Ein bisschen Platz lassen, Kollege Okay, hat sich natürlich Alles super, cool, passt Ja, das war sehr gut auf jeden Fall Warum ist auch Grady direkt vorbei? Der war über eine Sekunde weg Ich habe keinen, tut mir leid festgelegt Ich habe nur das gut gefahren Also das sarkastische, tut mir leid Ja So Aber Tobi fährt jetzt kein Fußgänger Sorry, das war kein Abzug Jetzt ist das Heck weggekommen Ich meins ernst Kostet mal so 5 Plätze Ja Dann Tobi auf 1 Ja genau, Tobi hat hier nicht Tobi hat einfach Close Trads entwickelt Nein Lass ich dir einfach durch Ja, okay Ich hätte noch einen durchlassen sollen Das sieht weiter so Immer noch auf P2 Mit der Krücke Die auf der Grabe nix kann Aber den Kuchen super gut ist eigentlich Hilfe Ich habe 2 Toskaren im Nacken Ja, geh wir mal weg hier Ja, ne Ja, das war halt die Schwierigkeit Die wir uns auch gedacht haben Und deswegen fährt Tobi Nicht diesen Wagen anscheinend Gute Entscheidung Weil sonst wären wir zu dritt hinter Lukas Weil wir halt in den Kurven super Akwert überholt Ja, Mann Ich hab ein bisschen Lego geprüft Und ihr seid viel schneller als ich auf der Graben Tschüss Ja, das ist halt echt krass Wie schnell die sind Junge Ja, der Wagen fährt 380 Topspeed Also in der Hand Nein Passt das Auge Auf dieser Strecke Oder allgemein Ne, auf der Strecke Knapp 300 Ich glaube allgemein wahrscheinlich Ja, ja, allgemein Keine Ahnung Ja, das war ein Gag 380 auf dieser Strecke wäre ein bisschen overpowered Wäre bitter, ne Komm Daydreamer, komm Jawoll, Fossit doch auf 4 Oh Daydreamer Oh Mann Sowas mag ich halt gar nicht, ey Jungs, ey Oha Jungs Jungs, ihr seid aber Ihr müsst auch mal gucken, dass ihr da nicht Jede Lücke mitnehmt, ey Also leichte Berührung ist ja alles okay Aber so dieses Reinpompen Ich weiß ja nicht So wie I love GTA gerade gegen Fossit auf jeden Fall Ja, die sind beide sehr motiviert Also wenn man sich schon nebeneinander setzt, ist doch alles cool Aber nicht quasi auf der Bremse reinstechen Also der einzige, den man pumpen darf, ist Niklas Ja, anscheinend ist das die neue Regel hier, ja So, jetzt fahre ich hier mal in den Bros vorbei Ach du Schreck Und dann hinter dem Ray Probe natürlich vorne weg, der das Rennen jetzt auch gewinnen wird Schade Ja Um deine Führung Gibt's bestimmt nachher noch Ärger im Team Ja, auf jeden Fall Auf jeden Fall Wird ja direkt mit dem Wesen Die Reihenfolge war von vornherein abgesprochen Ja Ich wusste tatsächlich auch nicht, dass Tobi doch den F-355 nimmt aufgrund der unterschiedlichen Praktiken Aber alles richtig gemacht Sehr, sehr gut Ja, der ist am Start direkt richtig gut weggezogen Ich glaub, den Toskender der erstmal Plätze verbunden Definitiv Radio und ich waren ja wirklich auf den letzten zwei Positionen am Anfang Schon mal Fossit mal auf, sehr gut Hallo Hallo Ja, Pool wieder auf 5 Achtung, ich muss ein bisschen langsamer um die Korbe Ja, ich aber auch Ja, ich lass dich hier mal ein bisschen vorbei Ja, du bist jetzt eh auf der Geraden Ja, genau das wäre Oh, Hinterachse geht rum Scheiße Ah Seid nicht, weil Zickzack fahre ich aber nicht, keine Sorge Und vielleicht noch Wenn du ein bisschen langsamer fährst, könnten wir beide gemeinsam fahren Nein Das ist doch ein gutes Angebot, oder? Eindeutig nicht, schreckt mich, leg ich in die Richtung ab T-Ready auch mit dem Tusken, ne? T-Ready fährt auch mit dem Tusken, ne? T-Ready fährt auch mit dem Tusken, genau Ja, okay T-Ready fährt gerade laut Der erste Schlag gehört mir Weißt du, der erste Schlag gehört mir Den renne ich einfach weg Ja Du bist ein Jogo von gutem Schlag Sagt man dir auch so gut Okay, so Timo Lukas hier im Kampf gegen mich gerade Team PXH gegen Johnson Racing Das ist leider Ihr habt leider DRS bekommen von der Rennleitung Wir nicht Das BOP ist irgendwie nicht richtig Ne Ja, ich bin happy wie mein Team gerade performt Ich versuche an Fosse dran zu kommen Von mir bin ich ertäuscht Oh Gott, das leide ich viel zu sehr Oh Gott, wie ein letzter Noob Wie ein Lens Play Noob oder was hast du gesagt? Ja, wie ein Lens Play Noob leide ich dir in die Gegend Okay, danke Voll der Diss, Alter Dass ich nicht super weit vorne sein werde Aber Timo Lukas, dein Ernst? Zieh dir einfach direkt rüber vor mir Ah, ich wollte eigentlich auch den Tusken nehmen Können wir das Rennen neu starten? Ich wollte genau deinen Tusken nehmen Ja, ich glaube Da musst du so diszipliniert mit dem Fahren Ja, das ist super krass Das ist super krass, ja, ja Voll gerade sagen Das hätte deine Position wahrscheinlich eh nix groß verändert Ja, das macht super schwierig zu fahren Komm schon, Vorsicht, mach nen Fehler Das denk ich mir bei dir auch die ganze Zeit Lukas, komm schon Ich glaub ich mach einige, ich bin schon so oft jetzt in die Wand gefahren Ja, das macht dich nicht deutlich langsamer Ja, die sind bei der Doppelrechte ey, das ist so schlimm, ich krieg das einfach nicht hin Das ist so wichtig, weil du den ganzen Speed auf diese lange gerade mit nimmst Du hast das völlig ambitioniert genug, Checkpoints verpassen ist die neue Materie, um die es geht Was? Ja, ich krieg das so der Doppelrechte auch nicht hin Oh Gott Hallo Darkness, my old friend Aber ich bin froh, dass Tobi wenigstens 10 Sekunden vor dem Weg gelegenen Auto ist Sonst würde ich mich super schlecht fühlen, dass ich jetzt wieder eine halbe Minute Rückstand hab Aber so denk ich mir, ey Hallo Scheiße Tobi, von Anfang an wirklich weggeflogen Muss man sagen, glück uns an Tobi, ey Krasse Leistung hier wieder Der hat wirklich den Jetmode aktiviert Kann man aber applaudieren Ja, der fährt halt echt wirklich super gut Ich kann doch nicht applaudieren Ja, doch kann sein, du hast jetzt genug Zeit Ich mach jetzt auch die Kohlen, die mehr fett gibt, ja 1065, ey Ganz kurz an Tess, darfst du gerne machen Also der heißt Tess Tobi hat safe Koks geschnüffelt Ja, das seh ich auch so Das wird's sein, definitiv, ja Hat jemand Knabberzeug hier? Ja, ich hätte ein paar Salzstangen für dich, Flynn Achso Ja gut, was jetzt hier wieder von anderen Menschen gedacht wird, das möchte ich jetzt mal nicht aktivieren Ich hab ein paar Salzstangen zu knabbern, hier kommst du vorbei Ich würde auch grad sagen, mein Gehirn hatte eine andere Assoziation da gehabt Aber hey Wenn ja, mein Beileid Johnson Auch manche müssen eine Salzstange haben Die anderen Sichten nochmal reingepostet, macht das jetzt Manuel Manuel, der macht das? Ah, nett von ihm Ach der Don hat das auch gemacht Easy Ja geil Mein Bot macht das Gott sei Dank richtig Ich glaube Ergebnis steht sogar schon drin, ganz fix Das ist der Ergebnis, ja, dann lass das doch mal fix das Ergebnis ankommen Ohhhh Ohhhh Das gibt Beef im Team Johnson Racing Eieieieiei Eieieiei Ach Gottes Ja gut, also ganz ehrlich, damit hab ich nicht gerechnet, dass es jetzt so einseitig schon ist Weil, ähm, halt auch wirklich Mr. Elwinko und Timo Lukas und Allah für GJR ziemlich viele Checkpoints verpassen Ja, die riskieren sehr viel, ja Genau, genau Ich glaub, die sind halt sehr nervös Ja, ist alles cool, ja Riskieren halt alles und das geht halt dann auch schief und so Ich muss auch, glaub ich, sagen, dass, ähm, dass die Startposition jetzt für die, also ich hab jetzt immer ein bisschen drauf geachtet, wo meine Jungs so stehen Und gerade für die war es bis jetzt in den 5 Rennen, das ist, glaub ich, einmal, wo, wo, äh, Vince vorne war, da hat er das Rennen ja auch dann gewonnen Ähm, halt sehr ungünstige Startpositionen jedes Mal, also immer eigentlich im unteren Drittel fast Und das ist halt natürlich auch immer so ein Glücksspiel, ne, aber ich mein, wir haben jetzt ja nochmal 5 Rennen vor uns Und wie mehr, das kann er jetzt ja auch noch andersrum laufen Definitiv Ich meine, zum Beispiel, Grady ist halt auch grad vom letzten gestartet oder so, ne, und, äh, war dann halt, äh, trotzdem bis auf 3 vorgefahren Also, es geht, aber es ist dann natürlich wirklich schwierig Und wie du schon sagtest, der Winko war halt dann vorne, äh, hat dann wirklich sehr gut geblockt auf dem Green Day Club Circuit und hat das Rennen aber auch gewonnen Also, das war schon eine gute Sache, definitiv Ich glaub, jetzt kommt der GTR, und zwar nicht der Nissan, sondern der AMG Jetzt kommt der AMG, GTR, genau, während wir wieder, ähm, zu zwölf sind Ah, AMG Ah, AMG Ah, AMG Ah, AMG 63 Sehr gut aus Komischerweise, Tobi ist auch noch drin, ich weiß nicht, warum der jetzt schon nicht geflogen ist, eigentlich auch der Reihenfolge Ähm, was ich noch sagen möchte ist, bei mir im Discord war grad, äh, Toilettenpause, genau, das ist diese, äh, Toilettenpause nach 5 Runden, die wir vorhin angekündigt haben Behalt euch Jungs, äh, wir werben so Ah, darf ich auch noch schnell, weil ich muss, weil Energy lässt Genau, genau, mach das, mach das, äh Ich bin gut vorbereitet, ich trinke nur Wasser Ja, sehr gut, aber, äh, Wasser zieht glaub ich aber fast genauso gut durch Kaffee ist schlimm bei mir, ich liebe Kaffee und das ist ein ganz großes Problem bei mir Ja, das stimmt natürlich, ja Ich hab einen Apfelsaft mit exakt 0,73 Liter, den musste ich einfach mitnehmen Ich dachte so 0,73% Bruchtgehalt Wir haben da so einen kleinen Kern reingepackt, reicht schon jetzt auch Der Rest ist Wasser Und, äh, das finde ich auch, das seh ich grad nochmal im Pixel-Hand-Chat, ähm, letzten Endes ist ja auch egal, wer wo landet Äh, es sind hier viele coole Leute dabei, auch in den Teams, die wir jetzt nicht hören, das ist definitiv der Fall Und, äh, es geht hier um den Spaß, Leute, der Community-Clash ist halt, äh, im Grunde ein Event, um unsere Communities zusammenzubringen Und nicht auseinander, wir sprechen mit der Band da zwischen uns und wenn wir uns ein bisschen aufbringen, das ist halt Teil des Turniers irgendwo Aber letzten Endes sind wir ja alles Homies und, ähm, es geht hier wirklich ab nur darum, zusammen Spaß zu haben Und einfach mal die drei Stunden dann eben ein wenig kompetitiver zu verbringen Aber das ist es dann letzten Endes auch schon, also, äh, hier soll kein böses Blut entstehen oder ähnliches Nee, vor allem, ich glaub, so in dem Stil, in der Größe haben wir das auf keinen Fall je veranstaltet Und, äh, wir haben auch von Anfang an gesagt, bevor das jetzt hier stattfindet, ey, das gibt einfach schon so viel Potenzial für zukünftige Projekte Ja Und, äh, das kann man einfach auch als Basis nutzen und natürlich auch, was lief gut, was lief vielleicht nicht so gut, was kann man da mitnehmen Und deswegen, also, natürlich jetzt während dem Wettkampf ist natürlich ein bisschen, äh, Wettkampfehrgeiz natürlich sehr wichtig Und das gehört auch dazu, aber alles cool heute Deswegen auch, Entschuldigung, meine Teammitglieder, wenn ich ein bisschen energischer werde, wenn der Scheiße baut Das ist nicht böse gemeint Der Moment ist einfach nur so, dass ich... Der Moment im Gesamtstand Äh, was war es mal mit deinen Teamkollegen? Was denn? Die sind ganz gut aufgestellt eigentlich Ja Ja, aber Lukas und ich haben schon von Anfang an gesagt, unser Team muss carry'n, also... Ja, das ist halt wirklich so Ja, aber es ist bei mir aber so ähnlich eigentlich, also... Ja, jemand hat auch so öfter, musste mal öfter stattfinden Ja, bisschen Organisationszeug dahinter, ne? Da steht, äh, da steht einiges an Organisation hinter, ja Hinter dem ganzen Turnier vor allem Ja, das denkt man auch gar nicht Wenn du auch bedenkst, wo du das erste Mal Kontakt mit uns aufgenommen hast, das liegt jetzt auch schon Monate zurück, also... Ja, eben Das darf man gar nicht so unterschätzen, wie viel da im Hintergrund auch passieren muss Allein halt auch, wenn man einen Partner mit reinbezieht, die möchten natürlich ja auch wissen, was sind die Deadlines und so weiter Das ist ja auch alles ganz wichtig Genau Da können wir euch zum Beispiel sagen, heute hat Xbox DACH noch den Weltrekord-Run von mir hochgeladen, den ich vor ein, zwei Wochen auf meinem Channel veröffentlicht habe Um halt auch das Turnier nochmal zu bewerben Ähm, hat mittlerweile auch mehrere tausend Klicks und dementsprechend geht es halt auch bei sowas um die Partner Zum Beispiel auch Thrustmaster, deswegen seht ihr halt auf unseren Autos eben auch immer das Thrustmaster-Logon Ja Daher steckt da auf jeden Fall einiges mehr dahinter, als ihr letzten Endes hier in diesen zwei, drei Stunden dann seht Auch schon in der Zwischenrunde beispielsweise oder in der Qualifikationsphase Wir bedanken uns auf jeden Fall für echt krasse Zuschauer Echt guter Schnitt, also zumindest mal was ich bei mir sehe und was ich von euch höre Ähm, auch da nochmal der Hinweis für die, die da zugeschaltet haben, Donations Vielen Dank, dass die reinkommen Wir werden die jeder bei sich dann am Ende des Streams vorlesen Wir wollen jetzt nicht während des Streams da ständig mit solchen Donations und so weiter kommen Genau, definitiv Aber danke auf jeden Fall Also wir lesen es auf jeden Fall noch vor Keine Sorge Gut, ich würde sagen wir starten Vielen Dank auch Mr. Waffel LP Nämlich den El Jefe Johnny Ähm, der hat sich nämlich gerade gefreut, dass der Sticker von ihm auf dem Auto ist Ja, nice Ich hab zu danken Das ist auch sehr cool, siehst du Ähm, wir haben ja auch so gewissermaßen die, ähm, Livery Contests ins Leben gerufen Dass die Leute eben auch ein bisschen, äh, hier zeigen können, was sie, was sie drauf haben diesbezüglich Äh, was wir halt nicht können Also ich kann das Beispiel sonst gar nicht Nee, null Für mich sind das immer Magier Also wenn ich mir meine AMG Livery gerade anschaue, dann frage ich mich, wie hat der Kollege das gemacht in Mr. Craig? Mit dem Editor Also Ja, weiß ich nicht Ja Wäre eine Wirklichkeit Und die ganze Magie ist mit einem Wort zerfallen Och man ey Und danke an Waldosensuppe für unsere, äh, Designs Ja manchmal ist es halt einfach Könnt ihr auch alle runterladen, sind öffentlich Öffentlich Ja Manchmal ist es halt lustig, wenn man halt einfach komplett rational bleibt, ja Ich bin im Editor, sorry Diese Magie Nimm den scheißen Vorhang weg Absolut auf den Punkt gebracht So, äh, ans Decki Äh, guter Vorschlag, werde ich auf jeden Fall den Jungs noch, äh, dann vorschlagen nach dem Event, aber Und Genau Ja, reden wir nachher drüber Alle nur auf die EP50 jedes Rennen Und, äh, ja, die Designs von uns, die sind von, äh, Stui, äh, hab ich eingangs schon erwähnt, die sind auch alle freigegeben Könnt ihr suchen, der macht auch sonst sehr viele geile Designs, wie zum Beispiel jetzt ganz neu Zum 600LT hat er das Spielkind Racing Design wirklich mega geil umgesetzt Also kann man auch nur empfehlen, da mal drauf zu gucken Der macht viele, ähm, wie nennt man das, äh, wenn man echte Designs übernimmt, ähm, jetzt fällt mir das auch nicht ein, egal, er macht das auf jeden Fall Erstmal, was mir eingefallen wäre Copy & Paste, aber das klingt ein bisschen negativ Ne, ne, das nennt man, das hat einen bestimmten Namen, wenn man quasi ein Original als Vorbild nimmt und das dann quasi versucht im Spiel zu integrieren Ähm, ja, ich weiß was du meinst Replica Replica, genau, also quasi Replica Designs, genau Macht er richtig gut und richtig schnell auch, also das ist echt krass Genau, Stui schreibt's auch nochmal selber Der weiß geschafft So, Moorhead Windfarm im AMG GTR, wo standen wir denn? Hatten Oh, schöne Ausgangslage, gefällt mir Was unser Team immer ziemlich weit hier steht, sind wieder Platz 8, 11 und 12 1, 3, 4 Gott sei Ich bin direkt neben Niklas Sehr schade eigentlich, diesmal Sehr genau Noch Tobi wieder mit ner richtig guten Startposition, oh man ey Ähm Ja, manchmal hat man einfach das Glück, manchmal nicht, das ist aber so Ja, definitiv, ja Das ist auch ein Multiplayer, wenn wir als Multiplayer-Wettbewerb oder so machen, ähm, wie oft dann einer immer vorne steht oder hinten und dadurch halt auch das ganze Ding sich verzögert, ähm, ja, verzögert, nicht, äh, verzieht, ja, so ein bisschen verzerrt, das ist das richtige Wett Definitiv, ja Oh, Dejima wurde hier gut, äh, geblockt vom Spiel, Synchronisationsprobleme, äh, sehr später Start von ihm Oh, bisschen später verbrennen, scheiße Ja, alle ein bisschen spät, hab dann, äh, ein bisschen mehr Momentum gehabt, ja, auf jeden Fall aus der Korbe raus Oh, ich hab ein bisschen Befehl wegen dem Ghosten, ja Ja, genau I love GTR jetzt Genau in meinem Auto Können Sie bitte auch mal mit Sirene hinter mir her zu fahren, Dankeschön Ich hoffe, wir bleiben Oh, mein Gott, I love GTR, warum machst du das dann? Oh, warum gehst du dann da so innen und dann Vollgas und haust mich komplett in die Wand? Egal Nein, dann bleib doch in meinem Auto Na gut, äh, ready hinter mir, Tobi auf eins Oh, wer ist das denn? Was war das denn? War neu, ja Ja, der Dejima war mal ein bisschen sehr spät dran, ja Daydreamer komplett den Bremspunkt verpasst, oh nee Das ist aber auch echt fies an der Strecke, ey, diese erste Kurve Ja Du rutschst da übelst rein Ich hab jetzt echt Glück, dass da ne Lücke war Also, sorry für die Divebomb angegen manche, also es gab keinen Kontakt immerhin, aber Oh, Gott, ey, das war krass, ey Ich kann hier sogar einigermaßen gut mithalten noch Sag mal, Dave Ich war trotzdem noch Zeug, aber ey, wenn jemand ein Checkpoint verpasst, ich bin da Alles klar, ich weiß Bescheid Oh, Dave, du immer, ich lass dich vorbei, wenn's geht I love GTR hier mit Oh, ich wurde angeschoben von Elvinco, danke Der Winzer hat das Auto fast weggeschmissen, das hat mich so verwirrt, dass ich's dann hinterher weggeschmissen hab Das ist das berühmte, die Linie des Vordermanns kopieren Ja Der Klassiker Oh, Mimit, fuck Ey Yo, danke Jo, danke für's rausschieben Jungs, der hat gut gefahren Ja, mich auch, ey Gut, damit hab ich grad vier Plätze verloren, danke Elvinco Da war keine Lücke Das war nicht der Elvinco, das war Pull, der da rauffahrt ist, der hat mich auch mit abgeräumt Okay, ja, ich wurde da von Elvinco getroffen, okay, dann war's Pull, ja gut, super Also, wie ich es jetzt gesehen hab Ja, wie gesagt, ich hab nur Elvinco in die Seite gekriegt, weil er sei, dass er voll gerammt worden ist, das hab ich nicht gesehen Ha, Flynn, auf dem Niveau machen die nix mehr aus, glaub mir Also, das ist halt ein blöder Kommentar So Mann Heiler für GTA, mach dir den Bus vor Grady und mir Gut so, weiter so Das führt doch dazu, dass Grady mich einfach mal gut gedacht hat, einmal, als ich für aller für GTA bremsen musste Ja genau, Grady, komm Oh, fuck, zu spät Ah, ich komm auch hinterher, Grady Jawoll Ich find die Strecke ultra schwierig mit dem AMG Ja, es ist halt sehr klein und trotzdem sehr fehleranfällig Wenn du halt relativ viel Geschwindigkeit mal wieder aufbaust Deswegen hab ich ein bisschen mit dem Bremspunk in meine Problemchen Also, I love GTA, meins auf jeden Fall ernst hier mit sein Ich stoß einfach mal innen rein und drück dich nach außen Ja, das hat er halt eben beim zweiten Rennen bei mir gemacht Deswegen war ich halt so leicht pissey Weil er dann auch nachher noch durch den Synchro-Bug auch noch vor mir dann gelandet ist Ja Deswegen hatte ich so leicht dieses Gefühl unfair behandelt worden zu sein Aber wie gesagt, alles Gute ist halt so Nein, alles Gute, alles Gute Ich hab grad nen schönen Zweikampf mit Fawcett Wir müssen uns aber einigen und Lukas anreifen Oder ihr lasst es sein und fahrt euch gegenseitig die Karre Nein, Wiese! Fuck! Ah, Karma! Fick dich! Naja, das Tempo kann ich nicht mitgehen da vorne Ich hasse die, ich krieg die Bremsbrücke mit dem AMG hier nicht auf die Kette Ich geh überall, geh ich nur ins Rutsche und die Karre geht mir weg, ey Kann das Tempo von der Spitze auch nicht ganz mitgehen leider Ja, aber es wird nur ein Rennen, nächstes Mal dann wieder Sorry, Flynn Ja, ich glaube auch tatsächlich, klingt immer nach Ausreden, aber ich glaube auch tatsächlich, dass das AMG Tuning hier auch jetzt nicht das Kompetitivste ist Obwohl meine Mates ganz früh gesagt haben, okay, mit AMG haben wir schon Tuning, das ist safe Und ich glaube, das war zuvor ehrlich der Schluss, da hätten sich wahrscheinlich mehr Tests noch gelohnt Wenn ich das so sehe, weil auch Vince, so wie auch Timo, hat so ein bisschen Probleme da das Tempo vorne mitzugehen Im Vergleich zu den anderen Rennen haben sie das ja besser bewiesen, dass sie es können Also jetzt gar nicht mal meine Leistung da mit reinnehmen Sorry, Fossett, das war nicht absichtlich Jetzt kann ich gerade die Pace auch nicht noch mitgehen von Tobi und Grady Also richtig krass, was die beiden Jungs hier gerade zeigen Ja, ich bin auch mit meinem Team so relativ zufrieden Ja, da steht ja auch vier, wir haben Timo Lukas auch fünf, wir können mal kurz zustand machen Hey, hallo, das ist keine Lücke, Kollege, muss ich nicht komplett durchprügeln Ups, drehen wir nicht über den Zwischenstand Ich lege mich hier echt mal mit Vorsitzenden an, das meine ich ehrlich, ey Ich wurde ja schon so auch von der Strecke geschubst Ich rede über den Zwischenstand, Entschuldigung Alles gut Ich bin auf 3.1, 6, ja Ray auf 1, LPN auf 2, The Dash Gaming auf 3, ich bin auf 12 Das wollte ich sagen, nee, du bist auf 14, Alter Oh, 14, okay Mach dich nicht besser, als du bist, ey Fuck, das war zu schnell Die ist nonstop in die Wand geschubst, ey Ja, GG Tobi, GG ready Richtig gute Performance hier wieder von euch beiden Wir haben gerade mit der letzten Kurve angefangen Ich sage auch gar nichts mehr dazu, ey, ich könnte gerade kotzen Aber gut, die Strecke ist halt auch sehr kurz, ne Die Strecke ist sehr kurz, alles gut Ja, daran liegt es, sonst bin ich immer wieder dabei vorne Ja, je länger die Strecke, desto schneller sind wir, ne Nächste Rennen fahre ich echt aggressiver, ich merke das schon, ey Wenn ich normal fahre, dann verliere ich nur Plätze, weil die Leute, die sich durchrammen, wie die blöden Also nachdem ich dich überholt habe, habe ich direkt Great Clean Racing bekommen Huch, Fossil ist... Ja, Fossil ist sich... Ach komm, weg mich doch am Arsch Entschuldigung In Okay That escalated quickly Top 10 Wir gehen mal ganz kurz in eine kurze Pause Top 10 Nice Ein Rennen, wo Dave die Gegner sieht, das gefällt mir sehr, dafür kann man mal leicht anlassen Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Sonst sieht er die Gegner doch auch beim Überrunden, ja Beim Überrundet werden Ja Was ist denn die nächste Kombo eigentlich dann? Ein Tracktoy, glaube ich, kommt jetzt, oder? Auf Bamberg Castle Rundstrecke Ach stimmt, das war lustig, da hatten wir, glaube ich, alle unterschiedliche Autos Genau, das war die einzige Disziplin, wo wir uns vorher schon besprochen haben, wer was fährt Genau, genau, beispielsweise, also ja, eine der Und da ist uns dann aufgefallen, nachdem wir am Anfang gesagt haben, hey, ich glaube wir fahren alle das gleiche Auto Ist es dann dazu gekommen, dass wir doch alle was anderes hatten Ja, also das war schon sehr gut Da wird gefragt, warum ich nicht mit Bremslinie fahre, weil ich die tatsächlich sehr verwirrend finde Gerade wenn man die Strecken oder weiß, wo eigentlich die Bremspunkte liegen, brauche ich die nicht Genau Ich werde sie aber nachher bei Goliath tatsächlich einschalten, weil Goliath, wissen ja viele von euch, fahre ich ja eigentlich so gut wie gar nicht Und deswegen, ja, brauche ich sie dort dann halt, um nicht ganz zu verkacken heute Weil das war auch, von der Zeit her, von der Vorbereitungszeit, hatte ich gar keine Zeit mehr, um Goliath zu üben Ich bin einmal gestern eine Runde gefahren und mehr nicht Also, deswegen, mal gucken Geil, ich habe dreimal so viele Punkte, die ich da als Ziel gesetzt habe Alles gut, alles gut, nein, nein, alles gut, klar Nein, ist richtig, ja Goliath ist schon sehr speziell, ich glaube am Ende geht es auch eher dann darum, wirklich das zu überleben und nicht da die schnellsten Rundenzeiten gefahren Genau, genau, das sage ich ja, mach die Linie an, halt mich da ein bisschen in der Linie, klar ist sie nicht schnell, aber wenn ich damit überlebe, soll es mir recht sein Definitiv, definitiv So, auf jeden Fall, Bamberg als nächstes Eine sehr kleine, winzige Strecke Also, fast so groß wie Dave, ne? Und, wow Wow Ja, ich muss jetzt auch mal ein bisschen Banter zurückgeben Auf jeden Fall Okay, dann gibt es auch ein bisschen Banter zurück von mir, denn wir gehen mal auf den Punktestand ein Da konnte nämlich Tobi seinen Vorsprung von Niklas ausbauen Ja, Johnson jetzt 10 Punkte Rückstand zum Teamkollegen Das wird, glaube ich, Stress geben, da wird er sagen, we speak after zu seinem Renningenieur Das finde ich sehr gut, dass das der Fall ist, das finde ich sehr gut Tobi soll das so machen In der Gesamtwertung hat Johnson Racing mehr Punkte als die Pixelhelden, LPN05 und sogar fast als Dave Gaming zusammen Dann würde ich sagen, an dem Punkt können wir ja dann das Ganze abbrechen, dann ist das ja jetzt entschieden Warte mal, es sind 259 Punkte, die wir alle gemeinsam haben, ne? Also außer Johnson Racing Ja, stimmt, ja 259, ja Das ist halt echt krass Ich würde sagen, wir drei fighten ja auch gegen Johnson Racing Also wir führen noch mehr zwei Punkten knapp vor Johnson Racing Ich würde sagen, das können wir noch schaffen, oder? Ja Wir legen dann einfach die Gewinne zusammen und dann ist das gut Johnson Racing darf sich dann, wenn sie verloren haben Community Crays, alle Communities von Deutschland gegen Johnson Racing Genau, so war das ja eigentlich ausgemacht, oder? Eigentlich ja Ja, auf jeden Fall Nächste Strecke Bamberg Äh, meine beiden Jungs kommen grad nicht mehr in die Lobby Seh ich gerade Kein Problem, wir können starten Wir sind nur zu 10 Okay Also wir sind zwar im Konvoi, aber nicht in unserer, in unserer Lobby Und ich weiß nicht, ob das, äh, Probleme bereitet dann Wenn man startet, ich glaub schon, oder? Da bin ich mir jetzt ziemlich unsicher Ähm, ein Kommentar im, im Kommentarbereich hier Mein persönlicher Typ fürs nächste Rennen Dodge Viper mit Drag Reifen Jein, wahrscheinlich zu wenig Handling Ähm, proben wir auf das Auto Also die Viper hat zwar mehr Speed und man könnte sie nehmen Wenn man, äh, dann auch den, äh, ein bisschen Ach, da war keine Ahnung Gut auch, glaub ich, einer, oder? Jaja, klar, aber ich glaub, ohne Drag Reifen Nicht Du kriegst halt auch noch mehr Speed rein Und, naja, es ist, es ist die Frage Aber ich glaube, das ist nicht, äh, der Weg, den man hier gehen sollte Ähm, so Tobi und Grady, ähm, geht doch bitte einfach mal kurz raus Und wieder rein, ich lade euch ein und dann sollte das funktionieren Ja, danke Andy in Chat Das ist nämlich auch genau das, was ich auch grad sagen wollte Weil in meinem Chat jetzt ganz viele Nachrichten an euch kamen Äh, die Jungs streamen auch alle Ja Alles in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Leitstream-Beschreibung verlinkt Dann könnt ihr ihnen das auch, glaub ich, selber schreiben Ich glaub, da würden sie sich auch freuen Wenn sie das nicht aus meinem Munde hören müssen Ich freue mich immer, was aus deinem Mund zu hören Das ist ne gute Formulierung Haha, das ist ja schön eklig Mh, sobald du es wund ist Haha, auch noch lieber Wörterchen in den Mund legen Haha, also die Session ist auch nicht voll Wir haben 67 von 72 hier Dementsprechend sollte das funktionieren eigentlich Ja, jetzt ist Tobi da Ja, das fehlt aber noch Einer fehlt, ja Ja, ja Können wir loslegen Los geht's Let's go Der Timo hat sich grad eingefahren Und ich bin parallel mit ihm gefahren Und da hab ich ihn einfach mal abgeschossen Ja, Ray übt Chopper fürs nächste Retten Hat er verdient Ja, kann er nur Wow, ich dachte Ah, sehr gut Ein Traumat wie Schlag den Rad, Schlag den Johnson Ich bin für die erste Disziplin Boxen Aber einseitiges Boxen Er muss doch spielen Wenn alle Communities gegen E-Fight Dann sind 3 gegen 1 Das find ich fair Sehr gut, sehr gut Ja doch sehr fair, muss ich sagen Ich find's auch gut Ich find's auch gut Was hier alles überlebt wird Um mich zu schlagen dann Ne? Von Wörtlichkeit Let's go Bamberg Bamberg Ja, wir spielen gegen Bamberg Wir spielen hier Basketball heute, Jungs Bumble Die nächste Strecke ist Bumblebo Bumble? Genau Okay, ähm Wir sind alle da Dann starte ich doch mal Bamberg Coast Circuit Unser Rennen Nummer 7 Tatsächlich schon Ähm Das ist... Also ich fahr jetzt ein Go-Kart Der Elise, der GT1 Was ist eure Wahl, Jungs? Anderes Go-Kart Anderes Go-Kart Ich fahr mit dem Rasenmäher Ah, der Rasenmäher Or go home Mh... Mh... Meine Motorhaube ist weg Meine Motorhaube ist weg Gut so Der braucht dich schon Ja, bessere Kühlung Ach du Schreck Irgendwie habe ich Irgendwie habe ich Vor dem Rennen am meisten Schiss Naja Das ist Grady for Und ich bin jetzt auf 3 Ja, also hier haben wir jetzt auch echt eine gute Schaffung gekommen Team Johnson Mh... Mh... Ich kann beim Start keine Plätze verlieren So, dein Thema zieht durch Ich will dich nicht aufhalten Also, wir sehen schon unterschiedliche Herangehensweisen Die Viper mit viel mehr Speed Als das, was in Grady... Dein Setup zu loben Was? Ich klub doch hier nicht Das ist ja gar nicht schön Du willst... Sorry Der negative Viper kommt durch Ich klub da ja nix Da gibt's nichts zu loben Er beschreibt Aber tatsächlich Wahrscheinlich die falsche Herangehensweise Weil wir gut überholt werden gerade Auf der Geraden Und dann in der Kurve Nicht überholen können Dave, geh weg Dave, geh weg Dave, geh weg Wenn du mich vorbeilässt Gehe ich ganz schnell weg Versprochen Boah, Timo Lucas Oh, was ist denn Daydream? Daydreamer Was ist das? Nein! Oh mein Gott, das blockt nicht komplett Der Der ist in den Wald geflogen Und auch Jobs fällt zurück Oh Gott, ey Oh mein Gott Ja, ein Dank an Daydreamer Der dort quer stand Aber Ich bin mal Ziemlich sicher Das es nicht Daydreamer Fehler war Alter, kommst du durch die Schnell Kommst du durch die Kurve durch? Ja Das ist ja der Flamme Der Motor aufm Sicht gewesen Dschuldige Ohp, sorry Das ist halt die Stärke unseres Autos Deswegen dachten wir halt Dass wir am Anfang schon weg kommen Aber es sind die Rückansicht Ihr wart halt echt zu schnell Auf der Geraden am Anfang Alter, schiebt die A dafür schnell Sehr gut Lukas, ich komm wieder zurück, ne? Nö, ne Doch, doch Nö, nö Nö, doch Nö Oh Gucken, bin ich auf der Geraden ein bisschen schneller? Ja Ich glaube, ja, ja Ich bin den Kurven ein bisschen überlegen Ein bisschen schneller ist gut Tobi und ich können die halt wirklich einfach außen vorbei Das ist halt so kratzer in der GT1 Oh nein Steht denn da irgendwelche komischen Da stehen Holzpöller, ja? Wollte ich dir grad sagen Also wollte ich dir nicht sagen Du hast sie jetzt gesehen Sehr gut Tobi, sehr gut Mach die Linie zu Tobi ein bisschen Feiert er auch noch seinen Teamkollegen an Obwohl er hinter ihm ist Furchtbar Widerlich Da kommen mir die Kotze hoch Ihr müsst euch zoffen, Leute Machen wir nicht Es geht hier um den Gesamtsieg bei euch Ihr seid doch die Zoffenhausener So, Timo Lukas wird uns jetzt auf der Geraden natürlich wieder davonfliegen Ähm Ja, wir haben die falsche Taktik gewählt Wahrscheinlich das erste Rennen, in dem wir nicht den Sieg kommen werden Mein Beileid, ich stelle Grafstein auf Ey, Timo hat schon ein Rennen gewonnen Ne, ich meine insgesamt jetzt, punktumäßig Oh Gott, und nicht mit dem Riesenfehler Der Riesenfehler Ja, nicht direkt hinterher oder voraus oder wie auch immer Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wenn du schon durchziehen willst, dann ganz. Immer dies halb gar nicht. Hey, also ich mach jetzt ab nächstem Rennen auch nur noch Dive Bombs. Das ist mir jetzt egal. Ich hab jetzt da keinen Bock mehr drauf. Wenn wir das so fahren, dann fahren wir halt so. Oh fuck, viel zu schnell, viel zu schnell. Erst Sekunden, scheiße. Alter, ihr kackt Bordschneinkanten. Wie ist sie gefühlt, aufs Dach fliegt? Timo Lukas, was ist das denn? D.V.R.C., ja, sehr gut. Alles gut, Timo Lukas. Hat jemand den Checkpoint verpasst oder so? Nee. Faut auf. Ob Otto bist du, Dave wartet auf. Das ganze Rennen besteht aber daraus, Leute Checkpoints verpassen. Oh Mann ey, ich komm halt einfach nicht vorbei. Das ist dasselbe Spiel, was ihr halt halt mit dem Tuskern-Chor hin. Ja. Das ist jetzt halt genau umgekehrt. Na, ein bisschen anders. Weil, weiß ich nicht, der Wagen ist halt hier noch, äh, zeitentechnisch auch schneller und der Tuskern-Chor besser, ne? Aber, ja, an sich hat es zurecht. Einmal kurz Team-Order, sehr gut, hat funktioniert. Was die Taktiken angeht, äh, A und B findet es zurecht. Lukas, du hast noch einen Kollegen hinter dir, lass dir mal vorwollen. Ich find's halt lustig, dass euer Vorteil, naja, ist egal. Ich kommentiere, dass es nicht ist, ist mir egal. Erzähl doch. Es soll um Spaß gehen. Alles gut. Was ist los, Ray? Was ist los? Erzähl. Alles gut. Die Leute haben's gesehen und das reicht mir. Ja, okay. Alles gut. Muss ja keinen Kopf machen. So. Kimo, Lukas und Ray vor mir. Die PXH-Jungs. Krieg ich euch noch? Das ist jetzt die große Frage. Drei Runden noch. Komm, Daydream hat das Fliegen. Ah, und der Pool packt dann einfach. Oh Mann, ey. Ja, okay, das war halt echt ein Blödinger mit dem Wagen. Schon wieder verbremst, erste Kurve, ey. Ich krieg's Kotzen. Ich glaub, Tobi hat den Checkpoint verpasst. Oh nein, Tobi hat den Checkpoint verpasst. Aber nicht, ich hab's nicht genau gesehen, aber ich glaub fast, das war ein sehr obeliches Manöver mit I Love GTA. Hiklas spielt sehr gut, dass er da entrüstet ist. Innerlich so, yes, ich kriege die Fahrer-Wertungs-Überung übernommen. Wir gewinnen ja jede Team-Wertung, dann ist es nicht so schlimm so. Auch hier wieder der Verweis. Natürlich ist das alles freundschaftlich gehalten unter uns. Wenn wir die Communities haten, dann ist es vollkommen ernst. Wenn die Community uns hatet, auch. Dass mir jetzt der Tod gewünscht wird, ja, ist die Wahrheit. Wir stehen damit voller Manneskraft. Wie kostet das deine PB? 51,3. Nicht so gut. Ah, 51,7. Ich krieg's erste Kurve, verkacke ich immer wieder. Entweder bin ich zu schnell, zu langsam. Wenn aber die Borschen kann, dann hebt sie gefühlt den BLC-Moto aufs Dach fast. Ich muss sagen, wenn wir beide neun Plätze weiter vorne wären, wäre es ein ziemlich spannendes Szenario. Eigentlich schon, ne? Einen Sieg. Ah, Moment, Elwinko und G-Ready sind ganz weit vorne. Zwei Zehntel, fünf Zehntel entfernt. Das ist auch krass. Und auch G-Ready ist da mittendrin. Oh, Daydew, man lässt aber noch gut fliegen, ey, Junge. Niklas, du bist direkt hinter Pull, ne, Rekord? Ja, also Pull ist halt der größte Roadblock, den ich jemals in meinem Leben erfahren durfte. Ja, mach den Trulli-Modus. Was für ein Auto hat er? Ach ja, lassen wir ja dann auch gar keinen Platz. Also, Daydew, cool, musst du auch nicht, musst du auch nicht. Würde passen. Hast du nicht Trulli mal Jaguar gefahren? Ja, Toyota, Jaguar. Nee, Jaguar ist, glaube ich, nicht gefahren. Nisch? Renault ist er gefahren. Vielleicht mit uns ist doch wichtig. Renault. Hey, ich glaube, Caterham ist er auch gefahren. Stimmt, Gratterham. Gratterham? Dadurch war sowieso schon überhaupt weg und der Wagen hat geholfen, dass es nicht besser wurde. Ich glaube, was hilft. Der Start ist, ey. Was fährt? Pull für mich geblockt. Danke an Pull, dass ich jetzt auch noch von meinem Teamkollegen überholt werde. Oh, Tobi, wenn du wieder die Führung in der Meisterschaft hast. Bis zum nächsten Mal an Lukas drangeblieben. Nein, nein, nein. Das war schon, ja. Sind schön gefahren, wir beide. Ja. Ja, das Ding ist halt... Sieger dein Herzen. Es ist halt auch nicht, dass Pull einfach jetzt nur defensiv gefahren ist, sondern er hat halt teilweise einfach in der Kurve geparkt. Und das ist halt einfach super nervig. Danke an I Love GTA für die zweite Position. Dankeschön. Ja, aber... Sehr gut. Wenn es da kein Parken vom Rotenschild gibt, tja. Ja. Glückwunsch an I Love GTA und Vince, dass sie dieses Rennen gewonnen haben. Auf Platz 3 dann, glaube ich, Grady. Das war ein sehr epischer Moment. Das war so. Die Gehirne sind auch noch komplett... Wir haben ja noch die langen Rennen vor uns. Oh, Mann. Hey, ja genau, der Funke gehört mir. Vier Punkte! Oh, Mann, ey. Damit sind wir auf 44. Ja, Hammer, Hammer. Oh, jetzt hat Johnson... Johnson Racing bei 278. Und damit habt ihr nicht mal mehr so viele Punkte wie die Pixelhelden und LPN05 zusammen. Wie fühlt sich das an? Das muss echt der Abstieg sein. Ja, das ist echt... Das ist ein richtiger Rückschritt. Ich glaube, seelisch macht dann das kaputt. Also, ich glaube, hey Jungs, wir schaffen es echt noch, diese Johnson Racing Dudes echt noch zu schlagen, ey. Denke ich auch, denke ich auch. Das wird richtig knapp. Das wird mir richtig knapp. Könntest du auch wenig ironisch reden, Alter. Ich bin aber auch mal gespannt. Also... Sag mal, die 50 Punkte sind für uns drin. Sehr gut. Ja, nice. Ach, das Rennen heißt, jetzt geht's in Schotter, soviel ich weiß. Oder in Schlamm. Nee, Kolossus. Da ist gar kein Schotter. Kolossus, ja. Echt? Erst Kolossus? Ja, ja, erst Kolossus. All Kolossus, ja. Oh, nein. Schotter ist das letzte. Genau, erst Kolossus in der S2-Klasse. Da können wir uns entscheiden, mit TCS oder ohne. Es ist ziemlich gleich. Muss man auch mal sagen. Ah, ja, stimmt. Ja. Ja. Magnussen of the Day. Ja, schon irgendwo. Nein, es sind natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also, verstehe das nicht falsch. Das ist vollkommen legitim. Das ist okay. Das Problem ist halt, wenn du weißt, dass du dann eben wirklich anderthalb Sekunden schneller gehen kannst pro Runde und immer in derselben Kurve, parkt einfach einer mit minus 5 kmh vor dir, weil es halt auch in diesem Auto schneller geht. Es ist einfach nur ein bisschen anstrengend, dass du sagst. Ach, der ist rückwärts gefahren. Ja, der ist schon leicht rückwärts gefahren, ja. Dezent. Ja, leicht dezent. Leicht dezent. So. Wer fehlt denn jetzt hier eigentlich wieder? Daydreamer. Wir haben hier jemanden verloren. Daydreamer wie immer. Ja, der tritt auch schon wieder bei uns. Gut. Das Lenkrad vom Ultima ist ja krass. Ja. Ach, Ultima ist ja ein Hoppala. Ich wollte mal gar nicht nehmen. Ja, das auch. Der 1080 hat, glaube ich, auch keine Straßenzulassung in Deutschland zumindest mal nicht. Der 1020? 1080 heißt er, oder? Ja, was ich mich gefragt habe, ob der 1020 eine Zulassung hat. Ah, nee, 1020 ist. Nee, okay, 1020, sorry. 1020 heißt er. 1080. Ich weiß nicht, wie ich auf 1080 komme. Ich schiebe mal den Niklas ein bisschen hier durch die Gegend. Ja, go. Ja, go. Betreutes Fahren. Warte. Links abbiegen. Jawohl. Ich halte dich nochmal auf. Jetzt zeige ich schon nochmal die Zwischenstände bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr die schon durchgegangen seid. Ja, wir können nochmal drüber gehen. Ja, gehen wir doch mal durch, genau. Also, wir haben auf Platz 4, Dave Gaming mit 44 Punkten, den LPN mit 100, also jetzt auch dreistellig endlich. Da ist vor allem der Alaph GTA, der vorne ist. Alaph GTA mit 46 Punkten und Dadeon mit 45. PXH auf Platz 2 mit 180, Elvinko mit 70, Timo Lukas 65, also da ist es schon echt knapp zwischen deinen Jungs. Und Ray dann auch mit 45, also genauso viel wie Lukas Beste quasi. Und dann ganz vorne Johnson Racing mit Tobi, Grady und Johnson. Wie fühlst du das an, wenn man seinen eigenen Namen ausspricht? Sehr selbstverliebt. Ich glaube auch. Wir können natürlich auch den Spruch jetzt bei jedem Mal nutzen, wenn wir die Sendings zeigen, aber wir können es auch lassen irgendwann. Okay, dann gehen wir mal zu Colossus. Okay, ich bin mal gespannt. Mein Ziel ist es irgendwie nicht abzufliegen, aber das ist schwer. Ja, das ist eine krasse Rennstrecke auf jeden Fall. Sehr schnell und sobald es ein bisschen schneller wird, auch vor allem mit den schnellen Autos, ist es halt super schwierig. Ich glaube halt in der Kombination mit dem Auto, das ist wahrscheinlich die schwierigste Kombi heute. Kann man schon sagen, weil RWD und dann wirklich dieses Speed-Monster. Naja, deswegen hat er ja kein Gewicht, super viel Leistung. Ja, naja, stimmt. Vor allem halt auch im Regen, darf man nicht vergessen. Wir haben einen Regenlast der Fahrbahn und das macht das Ganze nochmal schwieriger. Und es ist die kürzeste Strecke. Also wenn du hier von hinten stattest, hast du quasi schon verloren. Also es ist ja wirklich nur ein Sprintbrem. Dann weiß ich ja schon mal, wo meine Jungs stehen werden jetzt. So, let's go, ich bin hyped. Ich bin vorne auf jeden Fall, ganz, ganz vorne. Ich bin hyped. Wäre das denn eigentlich theoretisch erlaubt, dass ich dann quasi dein Auto auch nehme, Niklas? Äh, nein. Okay. Reiterisch kannst du dein Setup runterladen, so Reiterisch ja. Na gut, vielleicht hat er ein angepasstes Setup nochmal. Das wäre gewieft. Also auch nochmal an die Zuschauer, die das nicht so wissen, die quasi mir zum Beispiel ein falsches Getriebeeinstellung ankündigen. Ich fahre hier mit Kupplung und wenn man mit Kupplung fährt, dann ist es so, dass man eigentlich hier im Spiel nicht vom Gas gehen muss, vom Schaltwechsel. Das heißt, es wird eine kurze Zeit, geht natürlich die Drehzahl in den Drehzahlbegrenzer, was dir aber keinen Nachteil bringt. Und deswegen klingt es jedes Mal so, wie wenn ich einen Begrenzer jag und dadurch quasi das Getriebe falsch gesetzt hätte oder beziehungsweise falsch schalte. Das ist einfach nur so als Information. Aber ihr könnt natürlich auch der Meinung sein, dass das Fahrzeug falsch eingestellt ist. Nein, da gehe ich natürlich plakor und der Ray hat recht und jeder, der dann was anderes behauptet, hat einfach keine Ahnung. Punkt. Da muss man auch mal so straight sein. Der Ultimate sieht aber mega geil aus. Naja, definitiv. Ich finde es sehr schick, die Heckleuchten sind halt quasi so drei Kreise und dann auch noch die Auspuffrohre, die eigentlich in der fast selben Größe dabei sind nochmal. Ja, und wenn du richtig Gas gibst, leuchten die sogar noch mehr. Also, die haben Vorteil jetzt nicht, aber in echt denke ich halt mal, dass die schon gut leuchten können. Ja. Okay, gute Ausgangslage für mein Team. Für mich nicht, aber für mein Team zumindest. Aber für ATT&CKs natürlich wieder eins und zwei. Das gibt es nicht, Alter, ey. Oh Gott. Das ist so geschenkt, ey. Cool und Fosse von 9 und 12 in Fosbach. Ja, aber das ist echt krass. Also, das ist schon bitter auf jeden Fall. Ich meine, das tut mir selbst auch schon irgendwo leid, aber ich kann nichts sagen. Ja, natürlich nicht. Das ist halt echt gescheuert, ja. Nee, da hast du wirklich keinen Einfluss drauf, das stimmt wohl. Ja. Ja, gut, aber gucken wir mal. Aber doch. Ich kenne es halt auch von meinen Recordings, ne, dass ich da teilweise immer von hinten starte und mir immer denke, alter Leute, da vorne, die besten Leute starten immer von eins und ich starte immer von zwölf, was soll das, ne? Und das ist halt dann irgendwie mal andersrum, ja. Ja. Man muss auch mal Glück haben im Leben. Kann ja nicht immer nur... Donßen, Glück im Spiel, Pech im Gesicht, ne? Pfff, pfff. Okay, das hast du jetzt gesagt. Wir nehmen das gerne klatschend an, aber du hast es gesagt. Wow, 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 wow. Fossit, ey. Keep cool. Gut, ich hab mich gerade seit nicht gedreht, ich bin nur einmal vollgastrünge Steimauer geschleudert worden, aber alles cool, danke euch. Oh, I love GTA nimmt komplett den Fall, der links an mir vorbeifahren wollte. Ah, da bin ich auch noch, Lukas. Ja, ich war ganz links, sorry. Ich war das ja nicht mal. Ich hab gehofft, dass ich da rechts rum bin. Ey, das ist so eine Chaos-Kombination. Ich glaube, jeder, der hier abschießt, tut es mit absoluter... Absicht. Ja, oh Gott. Ja, das zum Beispiel. What the fuck? Sorry, sorry, ich bin komplett unkontrolliert. Ey, da steht ja, nein! Boah, Bremse, Bremse, Bremse! Boah, fuck, ey. Ja, und riecht auch schnell aus und so. Und dann halt die Nase fahrbern. Gut, da hab ich halt die Traktionskontrolle. Das bringt ein bisschen Sicherheit. Ja, aber der rutscht hier trotz dessen immer noch. Ey, das ist der Wahnsinn. Ich hab's ja auch an. Das Ding geht trotzdem alle Richtungen. Vor allem jede kleine Bodenwelle wird schon irgendwie zur Gefahr. Ja, ja, das ist echt kräftig. Ja, dann müsste man das Auto halt super weich einstellen. Aber dann ist es halt in den Kurven richtig schlecht. Und man weiß halt nicht, ne? Nein, ich glaub, Fossett hat den Checkpoint verpasst. Hey, Grady vorne gut weg auf jeden Fall. Gute Startposition. Oh. Timo Lukas auf 3, Kubi 4, Daydreamer 5. Ray auf einer guten 6. Prosi. Ja, ich bin ja auch... Oh, Elvinko, Mensch. ...aber irgendwie am Start direkt ganz nach hinten durchgereicht worden. Okay. Ein bisschen blöde. Irgendwie nicht in die Pötten gekommen. Oh, mein Gott. Bisschen gehypt gerade. Bin auf P7. Nice, Dave. Meine Gäste, ehrlich. Sehr gut. Ich bin super, wie die Gehirnestellber bei einigen Stellen synchronisiert sind. Definitiv. Gute, Daydreamer. Er macht Offroad. Das ist gefährlich. Ich glaube, das wollte ich dir auch gerade bei der Parallele wieder sagen, oder? Nee, das kann er gar nicht gesehen haben. Oh, Daydreamer. Nein! Die 6. Geht doch nicht immer so viel Risiko, Jungs. Jetzt bin ich aufgeregt. Mensch. Pull. Nein. Müsste doch gar nicht. What are we doing here? Nicht pingpong. What are we doing here? No. Why? Pullen, nicht pingen. Oh Gott, jetzt bin ich wieder auf 7. Aber knapp vor Elwinco. Das wird knapp. Nein. Elwinco ist nervös. Müsste aufpassen. Oh, Grady gegen Johnson hier vorne. 1 gegen 2. Okay, jetzt einfach ruhig bleiben, Ray. Oh, die fucken. Und keine Scheiße im Raum. Aber Grady auch. Okay, ja, Ray, bleib ruhig. Fahr durch, fahr durch, fahr durch. Ich hasse gleich uns. Go. Oh boy. Komm, ein Laufjuff, die GDA. Lass fliegen. Oh, oh. Oh nein, nein, nein. Ich fahr natürlich gegen die Scheißmauer. Oh, Mann. T-Mex ist auch noch auf 3 vorgefahren, so wie ich das sehe gerade. Sehr gut. Sehr gut. Du bist Comeback. Der ist nämlich hinter mir, glaube ich, gestarrt. Oder war das winzig? Ich weiß noch, wie man es auch war. So, jetzt Treppe. Das ist sogar ein ganz gutes Stichwort. Ich hab's auch gerade auch super sicher genommen, weil ich echt ein bisschen mehr rausgekommen bin und hab so viel Tempo aufgenommen. Naja, ich fahr jetzt auch ganz sicher, weil nach vorne und hinten geht eh nix mehr. Wenn ich keinen Fehler mache. Oh doch, Tobi mit dem Fehler. Und ich krieg den noch. Tobi mit dem Fehler? What the hell? Was macht Tobi dort? Aber ich glaube, wenn er gut gefahren schreibt, da war wahrscheinlich eine Kollision im Spiel, schätze ich mal stark, mit Team X. Tim X. Schätze ich mal stark. Sonst würde er nicht so spammen. Persönliche Bestleistung. P8. Ganz stark, Dave. Nice. Richtig gut. Oh. Du machst dich halt erst. Alter, da bin ich echt super, super zufrieden damit. Ich hab's ihm vielleicht mal kurz noch kurz vor Ziel vorgelassen, sicherheitshalber für die Punkte. Auf meine Scheiß ich da mal. Bei diesem chaotischen Rennen sind alle ins Ziel gekommen. Das ist krass. Das ist ja das kürzeste Rennen. Das hat man natürlich auch nicht vergessen, ne? Ja, aber es hat sich eine lange Odisee angefühlt. Also ich glaube, das Rennen ist, hätte man so im Nahen hinein gesehen, glaube ich, wäre das ein gutes Rennen gewesen, was man vielleicht auch ohne Kollision hätte fahren können. Ja. Weil erstens, weil es so kurz ist. Und zweitens, weil es der Kampf alleine mit dieser Kombination ist schon heftig genug. Und ich gehe auch stark davon aus, ich entschuldige mich da einfach schon mal für mein Team und auch für Team X. Ich hab's zwar nicht gesehen, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Team X wirklich auf letzter Rede da wahrscheinlich gebremst oder irgendwas versucht hat. Und dann gab's halt einfach den Kontakt mit Tobi und dann einen halt, und Forza Crash-Physic ist bekannt, und dann gibt's halt den einen, den's halt weggeknallt. Und in dem Fall war es jetzt halt Tobi. Aber ich glaube, Johnson wird's freuen. Dadurch kann er sich ein bisschen Vorsprung sichern in der Meisterschaft. Junge, Punkte verdoppelt. Tobi hat das auch gerade so geschrieben, dass da wohl eine Kollision im Spiel war, definitiv mit Team X und er diesbezüglich einfach rausgeflogen ist dann, ja. Wobei das denn davor natürlich Tobi sich auch nicht mit Ruben gegen mich bekleckert hat. Gleich sieht es wieder aus. Klar. Sagen wir mal da so ehrlich. Eben. Beifle ich mich bereit dazu, die Punkte stand vorzulesen. Ja, wir können gleich die Punkte machen. Wir können es auch jetzt machen, wenn du Lust hast, genau. Punkte verdoppelt. Ende. Ganz hinten zumindest. Ja, ganz vorne ist es halt richtig krass, dass ihr alle drei ganz vorne auf einem Niveau seid, so über die Rennen gesehen, habt ihr drei aus dem Johnson-Team halt fast dieselbe Punkteausbeute gehabt. Ja. Da wird es halt nochmal richtig spannend, wer von euch sich da jetzt letztlich durchsetzt. Auch dahinter zwischen Elwinko und Timo Lukas, also ganz vorne 113 Punkte, jetzt G-Ready vor Tobi 106. Niklas, wie er eigentlich am Anfang angekündigt hatte, im Moment das drittstärkste Fahrzeug aus seinem Team, aber ja, ihr seid halt super eng beisammen. Dahinter Elwinko und Timo Lukas. Elwinko im Moment einen Punkt hinter Timo Lukas. Auch hinter GTR-Lover und Daydreamer. Richtig, richtig knapp. Aber Ray ist da nochmal vorbei. Da ist momentan noch die Reihenfolge. Ja, ist noch nicht sortiert. Genau, er hat es noch nicht sortiert. Deswegen sind wir zu früh draufgegangen gerade auf jeden Fall. Okay, sorry. Sorry dafür. Andi, lass dir Zeit auf jeden Fall. Lass dich nicht hetzen, alles richtig machen. Aber wir sehen ja die Punkte trotzdem. Der Hype war mit mir. Der Hype war mit dir. Jetzt passt es, alles gut. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht es sehr gut aus. Ich würde sagen, an der Stelle können wir das so beenden. Ich bin zufrieden mit, wenn ich auf der vorderen Hälfte da bin. Das Problem ist, ich weiß halt noch, was kommt. Und deswegen weiß ich, es gibt eine richtige Blamage. Rancy ist positiv. Du fährst unter anderem gegen Lukas und mich. Also da hast du auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen. Und Daydreamer verlässt wieder die Kolonne. Daydreamer, ey, was ist das? Genau, dann bringt die mal schnell wieder rein. Ich glaube, Daydreamer sind in Wirklichkeit eigentlich zehn Personen und jeder hat eine Strecke trainiert und die müssen immer die Accounts dann wechseln und sich neu einloggen. Vielleicht ist das ja ein drittes Willing zwischen Oceanic, Titanic und Titanic, Oceanic. Vielleicht sind das drei Leute. Daydreamer ist der dritte. Ich bin wirklich gespannt drauf, was ihr jetzt für Autos nehmt, weil ich habe mich für ein Rallye-Auto entschieden. Ich habe den Subi genommen. Das ist auch ein Rallye-Auto. Das ist auch ein Rallye-Auto, ja, tatsächlich. Ja, ich habe einen Escort. Ähm, ich weiß nicht, ob Tobi fährt den Lancia. Ja, ich fahre auch Lancia. Lancia, ja, Lancia. Lancia? Lancia, Lancia. Lancia, Lancia. Lancia, Lancia. Tobi scheint den Evo 6 zu haben, so wie ich mir sehe. Ich fahre ein Dacia, genau, ja. Der Evo war mir ein bisschen zu untersteuernd auf dem Asphaltteil. Der Subaru war da ein bisschen knackiger in der Lenkung. Genau. Äh, wir können auch mal sagen vor dem Rennen, danke an über 1000 Zuschauer insgesamt, channelübergreifend. Ich glaube, wir sind gerade so bei, was weiß ich, 1200, 1300 Leuten, die zugucken, wenn nicht sogar mehr, was richtig krass ist. Also, ich glaube, so viel haben wir nicht mal erwartet. Natürlich hat Rayday auch gerade den Bärenanteil mit 940 ungefähr, was natürlich schon krass ist. Ja, aber das liegt daran, dass ich halt auch für jedes Rennen, was ich gewinne, äh, was ausziehe. Das Problem ist, ich habe noch nichts gewonnen, ich bin noch komplett eingegangen. Achso, ah, klar. Hat nicht so geklappt. Die Leute warten noch. Okay, ich bin dafür, dass wir ab jetzt noch Ray gewinnen lassen. Wir bremsen vorher. Aber macht es nicht so langweilig, wenn ich fange mit einer Socke an oder so. Nee, natürlich, bleib mit dem Oberteil, hallo. Bleib mit dem Buddy. Aber es sind noch zwei Rennen, also so richtig nackt wird es nicht mehr. Es sind noch zwei Rennen und die starten wir jetzt auch, damit Dave dann pünktlich zu seinem 21 Uhr Termin kommt. Das ist ja wohl motiviert, ey. Ja, let's go. Ehre. Ehre. Ja, und, äh, was? Einer. Oh, nee, das ist ein Anzeigefehler, glaube ich. Nein, das ist kein Anzeige. Und Dave, du bist noch nicht in der Lobby drin, ja. Was? Oh, er synchronisiert das schon seit drei Stunden. Ja. Oh, gut, müssen wir restarten. Ja, müssen wir restarten. Oh Gott, ey, ich hab zum letzten Mal eine Minute vorher drauf geguckt und dann... Ja, das ist auch gerade irgendwie sehr lange bei ihm. Da können wir mal auf den finalen Punkt, also, finalen Punkt ist dann nach acht Läufen mal kurz nochmal gucken. Ja, lass uns nochmal auf die Punkte gehen. Das ist nochmal spannend zwischen Lukas und mir tatsächlich. Zwei Punkte nur noch zwischen uns. Ja, aber in Sachen Teams, äh, ja, ist es halt schon so ein bisschen eindeutiger. Ja, auf jeden Fall. Johnson Racing richtig stark mit 321 Punkten kann man da mal nicht absprechen. Vor allem ist es auch so ein bisschen, so ein bisschen grob gerundet, aber verdoppelt man Daves Punkte, ist man bei Lukas nicht da sogar genauso. Verdoppelt man Lukas Punkte grob gerechnet, landet man bei uns, verdoppelt man... Nee, das stimmt, nee, das stimmt nicht. Ah, okay. Da bin ich von Johnson eigentlich echt, wir sind mal ein bisschen enttäuscht eigentlich, da war mehr, aber... Ja, das ist echt enttäuscht, also da war ich schon eine Verdoppelung nochmal, ja. Ja, das liegt daran, dass Dave mich einfach in der Burg in die Wand gedrückt hat, also aus Versehen natürlich. Ja. Und, ähm, dass das Pool halt auch dachte, er muss parken. Also, im Grunde liegt es nur an Daves Team, ja. Die Lenkhilfe war an. Die Lenkhilfe. Die Lenkhilfe. Nee, bei euch ist es halt die Regelmäßigkeit, dass ihr so, also die Teams, die halt dreistellig sind, dass da halt irgendwie immer 100 Punkte dazukommen. Ja. Ja, das ist krass definitiv, ja. Also, im Event müssen wir jetzt wieder raus, ne? Ja, im Endeffekt, im Endeffekt muss man jetzt auch sagen, saumäßig stark unterwegs, also, weiß ich, das Ding ist halt, wenn man es so übt, dann denkt man sich, ja, das ist ganz eine gute Pace, die ich jetzt erreicht habe, aber da geht halt nochmal immer und immer mehr. Ja, mir persönlich, ich kann ja mal zum Beispiel schildern, was mir so teilweise das halt schwer macht. Dadurch, dass es halt so ein bisschen noch Open-World-lastiger ist und dass du halt so ein bisschen offenere Streckenbegrenzungen hast, ist es halt schwierig, dann zu wissen, welche Linien du richtig fahren kannst. Natürlich musst du auch dir die Physik nochmal aneignen. Ich glaube, da ist Forza auch nochmal ein bisschen eigen. Ja, auf jeden Fall. Allein in den Tunings, da gibt es spezielle, sag ich mal, Hotlab-Tunings, die so keinen Sinn machen, aber sie funktionieren halt. Und wie jetzt auch Johnson vorher gemeint hat, aktuell jetzt der neueste Trick ist, dass man Tracks da reif nimmt, die eigentlich nur für geradeaus Beschleunigung ausgelegt sind. Und da kann man auch jetzt ein bisschen was twicken und so. Und sowas ist halt natürlich dann irgendwo, da geht halt dann auch irgendwie der Realismus flöten. Das ist auch sowas, wo ich halt zum Beispiel gar keinen Bock habe. Und ja, deswegen ist das auch nicht so meine Welt, diese Art und dem, was wir jetzt hier gerade machen, das ist ja mehr, was auch wirklich Niklas macht viel. Deswegen glaube ich, das ist auch dieser Vorteil, den er einfach in diesem Wettbewerb mitbringt. Und ja, das ist aber auch völlig in Ordnung dann auch so, dass es dann halt so ausgeht. Ja, natürlich. Ich habe eine Frage, Niklas, weil vielleicht können wir da so ein bisschen E-Sports-Talk mit reinbringen. Wie ist das denn? Wird bei Forza immer wieder so eine Meta, also wird da immer wieder ein bisschen was gepatcht, was so ein bisschen die Fahrphysik auch ändert und die Tunings auch ändert, dass da eine neue Meta entsteht? Oder ist es halt so, dass man sagt, hey, wir haben jetzt halt einfach, also irgendjemand entdeckt halt irgendwann etwas? Weil das Spiel war jetzt ein Jahr draußen, bis die Drag-Reifen quasi die neue Meta wurden auch. Ja, definitiv. Also es wird kaum was gepatcht in Forza, vor allem in Forza Ryzen 4, was das Fahrverhalten angeht. Also wir wissen ja auch, dass der Bone Shaker beispielsweise super OP ist und der Chevy Monaco. Es wurde verneint von den Entwicklern, es ist nicht OP. Genau, es wurde verneint. Ja, ja, genau. Deswegen, wenn die das sagen, dann patch wir auch nicht. Genau. Das ist zum Beispiel ein großes Problem, diesbezüglich, obwohl die ganze Community das sagt. Bei Motorsport ist es natürlich ein bisschen anders. Da gibt es schon ein paar Patches, aber performancemäßig, was die Autos angeht, sind die auch nicht. Also das ist dann eher Grafik-Performance, Lobby-Performance, Netcode, was weiß ich. Und neue Modi. Aber in-game spezifisch, wenn wir wirklich über die Leistung der Fahrzeuge reden, ist es schon sehr statisch auf jeden Fall, ja. Okay, also es ist halt so, dass immer irgendjemand aus der Community halt irgendwas Neues entdeckt und dann sagt, ey Leute, guckt mal, die Drag-Reifen, die sind halt super OP auf dem Ascari zum Beispiel, was du für ein Video gemacht hattest letztens. Okay, das ist cool. Ist halt auch echt interessant, ne? Aber gut, es gibt halt auch unfassbar viele Kombinationen und vor allem, wenn du das Tuning dazu nimmst. Also da hast du halt tausend Milliarden Kombinationen theoretisch, wenn du alle Autos nimmst, alle Tuning-Teiler, alle Setup-Optionen. Da hast du wirklich Milliarden Kombinationen. Ja, also gerade Forza ist im aktuellen Stand einfach das Spiel, ob jetzt Motorsport oder Horizon, mit den meisten Fahrzeugen einfach zur Auswahl. Plus halt, wie du sagst, die ganze Tuning-Geschichte. Das zu balancen ist halt eigentlich schier unmöglich. Es ist nur manchmal schade, dass halt, wenn halt irgendwas rauskommt, wie jetzt eben der Bone Shaker, wo man sagt, hey, das ist viel zu overpowered, dass da dann halt erstmal so eine Anti-Haltung ist, so nach dem Motto, nee, nee, wir machen nix falsch, das ist nicht OP. Und das ist halt sowas, was ich halt sag, das finde ich halt scheiße. Und deswegen ist auch zum Beispiel sowas, wo ich von herein einfach gar keinen Bock hab auf diesen kompetitiven Aspekt. Auf das hier jetzt schon, das ist ein geschlossenes Event, wir können uns die Regeln irgendwo selber machen. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, okay, Bone Shaker ist gar nicht erst erlaubt, wenn der irgendwo jetzt reingepasst hätte, weil wir sagen, nee, komm, das passt nicht rein. Dann können wir uns die Regeln ja ein bisschen selber machen. Dann ist das ja noch irgendwo was anderes. Dann könnte man jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, Trackster-Reifens sind einfach nicht erlaubt zum Beispiel. Hätten wir jetzt im Vorfeld einfach sagen können. Dann ist das ja okay. Aber so ist es halt, wo ich zum Beispiel sage, ich habe gar keine Motivation hier irgendwo eSport-technisch oder kompetitiv unterwegs zu sein. Da gibt es einfach dann andere Spiele oder Simulationen, besser gesagt, wo das einfach dann halt besser anbieten, wo mir persönlich das auch mehr Spaß macht. Ich habe Spaß mit Horizon, aber halt in anderen Dingen und nicht in dem halt. Ja, mich hat es halt nur interessiert, wie das halt ist, dass halt immer wieder mal eine neue Meta so auftaucht. Aber das ist halt spannend, ja. Genau, das ist echt nur, dass Leute was Neues finden, vor allem Horizon. Man darf natürlich nicht vergessen, Horizon ist jetzt kein krasses eSport-Spiel. Wir sehen das ja auch, dass es nicht ready ist einfach. Allein schon wegen der Server-Probleme, was wir vorhin hatten mit Ray. Okay, er ist als fünfter WT hingegangen. Und was ist er gewonnen am Ende? Sechster. Ja, Pool ist auch ausgeblungen, genau. Er ist ja in der Bagada. Ja, genau. Daydreamer. Warte kurz. Und dementsprechend, wir haben keine TV-Kamera. Wir können uns die Rennen nicht anschauen. Überleg dir mal, was wir in der Zwischenrunde machen müssen. Wir mussten dann mit Kamera-Autos rumfahren. Ja. Dementsprechend ist das Spiel diesbezüglich einfach nicht ready und wir sind da irgendwo auch ein bisschen Pioniere gerade, dass wir somit die Ersten sind, die das eben ein bisschen größer aufziehen. Ich meine, klar, das GameStar-Event gab es am Anfang von Horizon 4, aber darüber hinaus halt nix. Und da können wir trotzdem schon so ein bisschen stolz auf uns ein, dass wir das jetzt so über die Runden gebracht haben. Der Daydreamer dauert das Synchronisieren wieder übel lange. Ja, definitiv. Jetzt ist er noch im Rutsch. Jetzt ist er drin. Sehr gut, okay. Ist er drin, ja? Hey. Let's go. So. Let's go. Gut, dann spring ich da mal wieder hin. Da sehe ich das Rennen, bei dem ich neben Goliath am wenigsten geübt habe. Ja, Tito. Ja. Ist auch mit mein schlechtes. Es ist fast ungefähr in das Cross-Country-Rennen rein. Da bin ich auch noch Sechster geworden, glaube ich, oder so. Also das ist halt so ähnlich. So, Daydreamer ist da. Das ist sehr gut. Und dann PvP. Let's go. So, und Leute, vergesst da nicht das Däumchen, ne? Ihr kennt ja diesen YouTube-Algorithmus. Das ist auch immer was sehr Wichtiges letzten Endes. Ja. Ja. Vor allem bei Lukas. Vergesst es nicht. Ja, bitte drückt den Daumen, so weit ihr könnt. So sucht ihn erstmal. Viel Spaß dabei, dauert ein bisschen. So, gerade eben standen die PXH-Leute auf 1, 2 und 3. Dann muss aber abgebrochen werden. Ich erwarte jetzt 10, 11, 12. Ach echt? War das so? Ja, er stand auf 1, 2, 3. Endlich verstanden wir mal vorne. Jo, die Atex Johnson-Leute stand nicht vorne. Das geht nicht. Genau, das war jetzt auch der Grund. Nicht Daydreamer. Die sind nicht rausgeflogen, die wurden gekickt. Systematisch rausgemobbt. So, jetzt erinnern wir uns ab. Ich bin nochmal an die ersten zwei Rennen, wo wir rausgegangen sind. Jeweils, wo ich jeweils eine Sportposition hatte. Okay? Ja, und dann aber trotzdem Dritter. Ja, eben also. Ja, oder Fünfter, Sechster. Also, ich habe trotzdem eine Top 6, ja. Ja, definitiv. Top 6. Let's go. So ein Standrunner neu, ja? Ja, auf jeden Fall. Alles gut. So. Mal aus Interesse, wie habt ihr hier den Audi gefunden oder habt ihr den gar nicht getestet erst? Weil für mich hat er sich sehr langsam angefühlt. Ich weiß, dass meine Jungs den getestet haben, aber für mich kam man nicht in die Frage, weil der Audi eigentlich ein mega Turboloch hat und das ist eigentlich ziemlich scheiße zu fahren meistens. also dann habe ich einfach so aus dem Verstand heraus einfach schon mal ausgeschlossen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre er trotzdem gut gewesen oder so, je nach Setup oder so. Ich weiß es nicht. Von mir gerade an deinem Chat, ich glaube, Daves Termin drückt schon weiter Ferne. Ja, das könnte aber noch reichen, ne? Ja, wenn es jetzt durchgeht, ja. So live halt 15 Minuten noch, könnte genau passen, ja. Ja. Oh. Da muss es zwischendurch einen Ticken kürzer sein. Ja, okay, ist okay, es sind trotzdem alle in der Top 6, also es ist halb so gut. Aber einer fällt trotzdem wieder. Ja, wer ist jetzt raus? Oder? Nee. Nein, äh, wer ist rausgeflogen? Greddy. Greddy ist rausgeflogen. Oh. Greddy ist rausgeflogen. Damit hat sich der Kampf um die Meisterschaft in der Single-Wertung. Oh ja. Alter, dieser Johnson, ne? Mit allen den Tricks, ey. Das ist so toll. Ja, wobei, wenn jetzt Johnson und nach Tobi ein schwaches Rennen haben, also falls. Ja, klar. Ja, falls, ja. Ich wollte gerade sagen. Ja, das sind halt jetzt echt leider nur Punkte, weil Greddy halt vor dem Rennen jetzt rausgeflogen ist. Ähm, das machen wir jetzt aber wirklich nur, weil ihr seid, kamen wir jetzt weiter. Vorhin haben wir halt auch mal neu gestartet, aber passt schon, wir sind da jetzt ziemlich da vorne. Ja, ja, ich denke. Ja, ja, ist jetzt, ist jetzt okay, auch aufs Zeitfreund. Es geht ja auch nicht um die Teamwertung, ich glaube, die ist wahrscheinlich deswegen jetzt nicht benachteiligt. Ja, ganz leicht halt, passt schon, sagen wir mal, ne? So. Ähm, Lukas, ganz vorne ist er. Oh, Bremse! Äh, drutscht wie so. Sorry, sorry. Ich muss halt irgendwie noch rüber zum Checkpoint. Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Das gibt's ja nicht. Daydreamer bei mir mit der Dive-Bomb. Oh, Herr Wenger. Oh, sorry, sorry, sorry. Er ist schon echt super akkur unterwegs. Ja, finde ich auch. Er hat Timo mal so richtig in die Wand geworfen. Ja, also ich bin auch, an der GTA muss ich echt mal ein bisschen zurückhalten. Also das zieht sich wirklich durch alle Rennen. Also gegen jeden von uns, glaube ich, schon. Äh, auch gegen meine Jungs und, und gegen euch ja auch. Also auch gegen diese Zeit. Oh, imikor, ich war noch nicht so hin. Ihr legt doch nicht einfach ein. Ach, Checkpoint verpasst ein Träumchen. Du wolltest grad sagen, hast du den bekommen? Ja, nee, ich hab bei mir einen leichten Schlag an die Seite gekriegt. Warum bin ich denn... Ja, Checkpoint verpasst. Ja, klappe jetzt. Ja, das war gar nicht personiert. Du meinst, aber... Checkpoint war es ja, ich hab Checkpoint verpasst. Irgendwer hat ein Checkpoint verpasst. Ey, Tobi, krass, ey. Ach, Mann, ey. Ich dachte, du hast ihn noch erwischt, weil Rayman... Ja, ich war mir selbst sicher, weil einfach alles drumherum geflogen ist. Aber, ich sag mal so, unmöglich ist es nicht, dass du mich da mal einholst. Ich fahre einen Landcheck, kein Toyota. Oh, ja, soviel zum Thema einholen. Du musst halt direkt... Hä, warum ist Tobi so weit hinten? Checkpoint verpasst. Tobi hat ein Checkpoint verpasst wieder. Oh mein Gott, Jungs, was ist hier los? Ja, ich kann ja von meinen behaupten. Die sind immer viel zu aggro und verballern sich dann die Checkpoints. Stellt mal ein bisschen ruhiger an. Also, falls Tobi und Niklas ein schwaches Rennen fahren... Niklas fährt gerade kein schwaches Rennen. Ja, falls du ein Checkpoint verpasst. Hallo, Dave. Oh, sorry. Oh, alles gut, ich hab nichts gemerkt. Ja, ich bin auch irgendwie komisch, hab plötzlich nie wieder hinter dir gewesen, schon neben dir, aber gut. Sag irgendwas, wenn du neben mir bist, weil ich fahre gerade aus der Sicht, wo ich aus der Stoßstange gucke. Nee, nee, ich melde mich, keine Sorge. Also, mit dem Auto. Einfach mal so ein B oder so. Einfach mal so ein bisschen in die Seite. Komm jetzt, Timo, wenn ich schon vorbeilasse, dann mach jetzt keine Kacke. Das hatte ich bei McGrady auch, tu's nicht. Das findest du nichts Gutes. Ich bin die Exce. Oh, nein, Daydreamer, ach, kommt schon, Leute. Warte, Mann, nee. Ich hab so gute Fahrer, aber sie sind... Also, so langsam, aber... So, umvorsichtig. Ich hab' den anderen die Nerven. Den neuen bei Dave. I love GTA, du musst es aber jetzt da vorne durchziehen. Ich will dir keinen Druck machen, aber doch schon. Ach, deswegen ist der so akzeptif, weil du die ganze Zeit Druck machst. Ja, genau. Ja. Under pressure. Under pressure. Sorry, Timo. Oh, aber du bist jetzt so langsam, du musst dich jetzt halt doch wieder vorbei. Rutscht dir wie die Hölle, ey. Richtig, richtig langsam gerade von mir hier, aber irgendwie ist grad jeder sehr auf Sicherheitskurs unterwegs. Nö, ich nicht. Nein, Dieter. Deswegen mal jetzt auch den großen Fehler. Ich bin insofern sicher unterwegs, dass ich einen sicheren Punkt habe. Daydreamer, gib ihm. Ach, stimmt, da hast du ja trotzdem sicher einen Punkt, ja auch. Ja, ich mein, ich weiß ja, wie viel langsamer meine Zeiten, als die von Tobi und Grady hier auf der Strecke waren. Dementsprechend überrascht mich das grad schon ein bisschen. Leide ich zu sehr. Fast wie Lukas am Anfang. Boah, was für ne Fisikonwelle. Wie meine Oma, ey. Trifft die auch so sehr mit ihrem Auto immer durch den Wald? Ja, wir waren ja immer fix unterwegs. Schon grad sagen. Wie dir deine Oma fährt. Deine Oma auch irgendwo Weltmeister. Nein, was tue ich? Oh Gott. Ja, ja. Innen und außen gerade an der Bande. Richtig schlecht. Und da ist Eilat GTA dran. Ich würde mich bestimmt divebomben. Komm, der erste Sieg, Jungs. Er würde mich bestimmt divebomben. Geh davon aus, ja. Reiß, Bosset und Pool auf sieben und acht. Ah. Oh nein, was macht denn Vince? Kann man denn den Checkpoint in der ersten Kugel verpassen, ey? Ich glaub, wenn man zu weit innen fährt. Ich glaub auch, das war aber dann das Problem. Komm, der, die mal wenn du rankommst, ist es dir auch vorbei für den Punkt. Das hilft nicht, Lukas. Das haben wir ja schon abprobiert, alle heute. Doch, hat voll funktioniert. Mit den Fenchers hab ich schon entspannt vorbeigehen. Also bei mir hat es auch nicht funktioniert so wichtig. Ich hab ja keinen Druck von hinten, also das ist gut. Danke. Ja, Timo, meine Damen und Herren. Sorry. Ich meine von Platz 12, so. Oh, einer sieht ja auch mit dem Fehler wieder. Sehr gut. Ich dabbel hier einfach ein paar Skillpunkte. Hab wieder einen Drift-Tab gesammelt. Auch mal geraden. Ja, man merkt, wir sind gerade ein bisschen konzentriert, ne? Das Problem ist, ich hab halt die Strecke gar nicht geübt. Obst du mal P4, GG? Ja, ja, eben deswegen, ich versuch hab mich echt da gerade rein zu kämpfen. Ja. Nimm mich auch gerade selber wundern, dass ich doch so eine gute Speed irgendwie gehen kann. Zum Teil, je schneller wie mein Mate hier bin. Nimm das positiv aus diesem Rennen mit. Vielleicht sieht es ja beim Go-Live-Rennen ähnlich aus. Schau mal. Komm, der Drift, mach mal vorbei. Ah, tschüss, voll die Punkte. Oh, jetzt zwei oder mehr Punkte holen, ist auch scheißegal. Ja, schade, wenn sie einen Checkpoint verpasst hat, ey. Das wären schon richtig Big-Points gewesen. Ja, das stimmt. Pobi kommt auch überhaupt nicht ran, das verwundert mich total. Aber was hat er auch einen Checkpoint verpasst dann? Ja, genau. Und danach nicht mehr, oder was? Ne, ne, ich glaube nicht. Vermutlich nicht, der Abstand ist jetzt nicht so riesig dann tatsächlich. Ey, das Tempo ist, glaube ich, ganz gut, was die gehen, aber ja. Ja, ich carry das Team dann halt mal. Es ist okay, Johnson Racing Team, passt schon. Sympathisch wie je und je. Komm, Daydreamer, hol die noch. Ja, Mann. Schon mal stark. Da hat sich der Niklas schon mal eine gute Position für den finalen Laufen gemacht, auch in der Single-Wertung jetzt. Ja, Daydreamer. Komm. Fuck, das Ubi ist schneller. Scheiße. Ich komme leider knapp nicht ins Ziel. Schade. Aber, hey, ein Pünktchen. Immerhin. Oh, Daydreamer wurde vor Pulse sogar noch gewertet. Ja. Sehr gut. Eieiei. So krass, Tobi. Da hat ihr Team auch da doch was gebracht. Tobi ist einfach mal eine 12-7 gefahren, ne? Als beste Rundenzeit. Das ist so im Rennen. Dann denke ich mir auch so, okay. Ja, 12-7 ist so krass, ey. Ich habe mal geguckt, in der B-Klasse, glaube Weltrekord oder so. Also, natürlich mit dem Boneshaker komisch, obwohl der nicht OP ist. Ja. Da sind die Zeiten auch so in dem Dreh. Also, das ist schon echt krass. Ja, definitiv. A-Klasse meinst du, ne? Aber, ja, genau. Also, einer steht, die hat bei mir im Chat, der hätte sich nur gewertet, weil er aus dem Checkpoint rausgerammt wäre sonst. Ach, sehr, sehr cool. Also, ja. Ist das dann ein Grund, einen voll in die Wand zu klatschen? Ich weiß es nicht. Aber gut, ich diskutiere da jetzt nicht drum. Das sollen andere entscheiden. Ich bin da vielleicht auch zu parteiisch. Sah halt nur sehr krass aus, wie er halt, ich glaube, Timo war es oder Vince war es, da mal voll gegen die Wand geklatscht hat und quasi entsprechend fast auf Null abgebremst wurde. Ja. Kann ich jetzt ja nicht zu sagen, nicht gesehen. Ja, ist auch egal jetzt. Ja. Wie gesagt, das... Man kann nur drum bitten, ja, das gibt einem nicht das Recht, wenn man den Checkpoint sonst verpasst, dann dafür alles zu opfern und dementsprechend dann alle, die da sind, dann abzuschießen. Definitiv. Es geht darum, dass man halt vom Gas geht einfach, ne? Dass man die Leute dann... Ja, dann musst du halt bremsen und gucken, dass du halt dich hinten dran sortierst und dann den Checkpoint bekommst. Das sehe ich komplett genauso. Definitiv. Das ist halt, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wir denken an Dave und starten dann, glaube ich, auch direkt das nächste Rennen. Ja, wir können... Ist Bär wieder mehr da drin? Ich sehe auch gerade im Fernsehen. Tobi ist im Training eine 11.9 gefahren mit dem Auto übrigens, eine 11.9. Wow. Okay. Lass mir ganz kurz mal noch Zeit, ich muss ganz kurz jetzt mit der Linie gucken, wo die ist. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, ja, vielleicht noch mal ganz kurz ganz vorne, Niklas jetzt mit 8 Punkten Vorsprung mit 8 Punkten Vorsprung zu Tobi und mit 9 Punkten Vorsprung vor G-Ready. Also, da wird es richtig, richtig knapp jetzt im Finale zwischen den dreien. Gut, was die Teamwertung angeht, da kann man, glaube ich, Johnson Racing schon mal direkt gratulieren. Sehr stark gefahren, schlicht und ergreifend. Dankeschön, dankeschön. Ja, es liegt ganz gut. Ja, und ich muss sagen, tatsächlich mit mir, obwohl ich der Letzte bin, bin ich noch positiv zufrieden. Positiv zufrieden, gut, dass ich das dazu gesagt habe noch. Positiv zufrieden, also ich bin eigentlich schon eher negativ zufrieden, also das ist schon mal einfach. Ansonsten. Sehr knapp ist es noch zwischen Ray und GTR-Lover, da gibt es noch. Ich glaube auch Daydreamer könnte noch tatsächlich drankommen. Ja. Also natürlich, ich weiß es jetzt nicht, wie ich bin im Vergleich, weil ich halt einfach das nicht geübt habe. Ich gehe aber davon aus, dass ich jetzt hier nicht der Schnellste sein werde. Ja, ich gehe aber davon aus, dass Daydreamer auch nicht ganz der Schnellste sein wird. Aber sehen wir es mal selbst im Rennen. Ja, ich bin jetzt echt gespannt auch wirklich, also wie die Leute es trainiert haben. Ja, und wie viele Leute abfliegen. Also gar nicht. Ja, wie weit das Feld sich beim Auseinanderzieht, das frage ich mich jetzt. Das wird halt super interessant sein zu sehen, oder? Also, das wird echt cool, glaube ich. Was für ein Fahrzeug habt ihr dann genommen jetzt fürs Finale? Äh, ein Subaru 22B. Ja, stimmt's gut. Lamborghini flittes Element, aber ich kann es so hoch tunen, wie du willst. Ja, würde glaube ich ganz gut passen. Nein, das würde nicht funktionieren. Genau, jetzt sind die Punktestände dann auch mal sortiert. Dave ist immer ein bisschen schnell mit den Punkten. Äh, ja. Wer hetzt Andi hier? Ja, 122, 114, 113 für uns. Dann, äh, es ist ziemlich knapp bei Ray auch wirklich zwischen Timo Lukas und Mr. Elvinko. 89 und 72. Und ja, äh, Ray hat dann auch echt noch die Chance, wirklich, äh, auf 6 reinzufahren. Okay, du bist gerade 6 da. Hinter dir ist halt dann der I Love GTA, da musst du ein bisschen aufpassen. Ja. Und sonst scheint es sich schon eigentlich ziemlich geordnet zu haben, ne? Also klar, in meinem Team kann auch noch jeder Erste wahrscheinlich werden und jeder Dritter. Aber ansonsten? Ziemlich knapp eigentlich. Also bis auf Team Standings natürlich, leider. Ja. Ja, aber das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen Praxis und gut, auch allgemein Skill. Weil, ich muss mich halt nochmal ordentlich einfahren, ja. Aber hey. Klar, klar. Man kann letzten Endes auch nicht alles planen, das weiß man halt im Vorfeld nicht. Das stimmt, ja. Im Endeffekt ist man, glaube ich, auch in unterschiedlichen Spielen unterschiedlich schnell. Ja, das ist ja auch der Erfahrungspunkt, der da mitspielt. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Also vor zwei Horizon-Erfahrungen habe ich eine bombastisch riesige. Ja, es kommt ja beinahe täglich auch was bei mir auf den Kanal. Aber in dem Gebiet, wo wir uns jetzt befinden, das habe ich ja vorher versucht zu erklären, da bewege ich mich ja gar nicht, weil auch gar kein Interesse besteht. Und bei Niklas ist es genau sein Ding. Und deswegen hat er ja da auch diesen, sage ich mal, Erfahrungs- oder Heimvorteil. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Also das soll jetzt kein Mimimi sein, sondern einfach nur... Nee, nee, klar. Wenn wir jetzt einen Community-Clash in Formel 1 machen, was ja nicht unmöglich wäre, hätte natürlich Dave entsprechend mit seiner Community auch einen Heimvorteil. Das wäre ja dann auch völlig legitim, dass er seine Dominanz da dann auch ausspielt. Und da würde ja dann auch keiner sagen, ist ja unfair. Das ist ja nur okay. Da muss man schlicht und ergreifend die Leistung einfach anerkennen. Und in diesem Fall, ja, well played. Zumal im Vorfeld wussten wir auch gar nicht, wer sich für welche Teams anmeldet. Ja, ich war auch ein bisschen verwundert, dass das so krass verteilt war, wie es jetzt am Ende dann der Fall war. Ja, als ich dann irgendwie mehrere PXH-Leute auf einmal bei Johnson bei der Bewegung gesehen habe, dann wurde natürlich auch so, alles klar. Ja, oder auch allgemein, dass sich so viele bei dir angemeldet haben und dann doch weniger bei Lukas und bei Dave jetzt auch wirklich... Obwohl eure Teams ja schon recht ausgeglichen gerade sind, muss man sagen, was jetzt den Speed angeht. Ja klar, weil es am Ende halt dann nur die zwei sind. Genau, genau. Also ich hätte jetzt hier wirklich nochmal vier, fünf Leute in der Pipeline, die halt genauso dieses Speed-Teil gehen. Und das ist halt dann auch krass, ja. Also das ist schon... Zum Beispiel Andi, der letzte Woche bei der Zwischenrunde keine Zeit hatte zu trainieren und dementsprechend sich schwer getan hat und ganz knapp es nicht geschafft hat, hatte jetzt die Woche Zeit und hat den anderen beiden geholfen. Und würde Andi an meiner Stelle fahren, ey, der würde hier echt krass unterwegs sein. Der wäre wahrscheinlich vielleicht sogar der Schnellste von allen. Aber das ist halt genau das, man hat mal die Zeit und etc. und so weiter und so fort. Okay. Oh, da starte ich von ganz hinten mit Vorsitz. Ich hoffe, die Linie hilft mir, ey. Ich hab sie gar nicht an. Die verarscht, wie ich jetzt denke. Ach, lol. Ich hab die Traktionskontrolle wahrscheinlich noch an. Nein, aber das hatten wir denn noch im Dirty-Wand. Das fällt mir gerade auf. Ja, das würde im Dirty-Wand übelst abgebremst haben. Ja. So, okay. Dann starte ich mal von ganz hinten mit Vorsitz. Ja. Elfter Platz. Ja, toll, toll, toll. Das ist das Finale hier. Ja, Tito. Viel Glück an alle, vor allem an Teilnehmer. Oh, ist gut verkackt, Chat. Boah, guter... Oh, aber voll. Mann, ja, aber richtig Auto. Krasser Lag, aber auch ja, ne? Ich bin gerade. Ne, ich bin wirklich so schnell abgeflogen in der Herbstruppe. Also ich hatte gerade... Voll unterscherzt, ey. Xbox halt. Xbox-Probleme. Da hing gerade jemand. Oh, das war so klar, dass ich da heranhängen bleibe. Sorry, sorry, sorry. Alle, wie sind mich alle nach vorne prügelt? Er hat GDA hängen geblieben. Sorry, Vince. Das war ich nicht. Das waren die anderen. Die haben mich alle nach vorne gedrückt. Super ärgerlich. Oh, Vorsitz. Nimm dir die ganz alternativen Linien, ey. Ich war immer am Stück. Also, weil es auch im Chat gerade angesprochen wird mit der AOR, ist es kein Problem, glaube ich. Hab abgesprochen, fünf Minuten Verspätung. Geht klar. Kannst du ja ihnen ein Stück von der Jacke... Oh, Tobi fliegt gerade voll vor mir ab, der ist voll in den Hand geflogen. Tobi hat einen Abgang gemacht. Das Problem ist, meine Community weiß... Oh, wow, was war das? Wow, right? Es kommt von Ihnen, es kommt von Ihnen. Ja, alles gut. Alter, das Auto hat einfach nach rechts gezogen. Einfach so, da war einfach eine Bodenwelle. Ja, ja. Die Straße scheiße. Meine Community weiß es, ich bin kein Goliath-Fan. Und ich fahre so gut wie nie. Und... Tobi hat übrigens noch ein Checkpoint verpasst. Oh, Tobi hat auch den Checkpoint verpasst. Was machen Tobi? Was machen Tobi? Er macht Tobi. Oh, und Daydreamer komplett draußen. Oh, mein Team, ehrlich. Der macht die Dinglinie... Fuck, 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 alter Bodenwelle, scheiße. Ah, weggedreht. Oh, jetzt häng ich an dem Baum fest. Komm schon, Kiste. Oh, Mann, ey. Ready vorne. Mann, Mann, Mann. Ich habe auch keine Konzentration mehr, ey. Mir fallen echt fast die Augen zu. Übelst müde. Tatsächlich. Ja, nach drei Stunden... Sorry, sorry. Nach drei Stunden sei das verziehen, glaube ich. Und jetzt überleg mal, Volta R.C. damals in Le Mans, 2017, glaube ich, da sind wir zehn Stunden am Stück gefahren, ohne Pause. Alter, das ist krass. Das hat vollkommen gestört. Aber das ist auch, dass bei eSport das halt oder so generell diese Konzentrations, der Konzentrationswege ist so hoch. Ja, das sieht ja wieder abgeflogen. Auch im Simracing wird ja gerne gesagt, dass oder auch gerade Rennfahrer, die Simracing betreiben, sagen auch, das Konzentrationslevel bei solchen Spielen ist viel, viel höher als im Rennwagen. Du bist eigentlich bei diesen Simracing-Games oder sowas, bist du so wirklich bei 100% Konzentrationsauslastung. Das hast du im Rennwagen nicht... Sorry, Tobi, wollte ich vorbeilassen. Du hast halt natürlich mehr die physische Belastung. Ja. Auf jeden Fall. Auf allem die Augen hier sind auch mega beansprucht immer. Naja, klar, mega Reiz und so. Und gerade die Spiele, weil die immer mehr Details auch darstellen, hast du ja auch eine... Wenn das jetzt Minecraft-Grafik wäre, wäre das natürlich deutlich angenehmer. Ja, obwohl... Ja, obwohl, ja, weil es also hässlich ist, kann es natürlich auch weggehen. Ja, eben, ich wollte gerade sagen. So. Wenn du was da gerade passiert ist, ey, Leute. Tatsächlich ein großes Problem. Es wurde ja gesagt, Kreisverkehr darf man abkürzen. Das Problem ist, ich kann das nicht. Ich bin immer abgeflogen bis jetzt, wenn ich das versucht habe. Einfach geradeaus drüber. Einfach geradeaus drüber. Nee, geht bei mir. Ich habe da immer irgendwas mitgenommen und dann, ja, keine Ahnung. Hi, Dave. Probierst du es jetzt einmal? Hoin, Lukas. Ach, du Schreck. Okay, es hat irgendwie geklappt. Aber ich bin lieber auf den Gas gegangen. Es ist Sicherheit. Aber ich würde dieses Rennen mit Sicherheit nicht zu Ende fahren können. Eieieiei. Ja, ich wäre fast mit meinem Teamkollegen fast gemeinsam abgeflogen. Da war vor der einen Brücke so eine Kack-Kuppe ist und so bei uns, dass wir das beiden Wheelie geschoben haben und wir nicht mehr lenken konnten. Niklas, jetzt würde mich interessieren, dass der G-Ready allgemein schneller als du jetzt auf dem Kurs oder ist es so, dass du noch nicht ganz das Potenzial ausschöpfen konntest? Ja, hast du einmal abgeflogen, Niklas? Ich bin gerade komplett abgeflogen. Also, ich habe gerade einen richtigen Mutfehler gemacht. Und warum Wind jetzt hier 80 Meter vorher bremst? Och, fünf. Ja, es tut mir auch leid für den Tobi. Wind ist nervös, Mann. Das ist ja erstes 10 Rennen. Ja, genau. Es tut mir leid für Tobi, weil ich habe auch einmal abgebremst mitten auf einer Geraden, weil ich ihn eigentlich vorbeilassen wollte. Ich dachte eigentlich, dass er da schon neben mir war. Töne vor dem Zelle, scheiße, bloß halte Stelle. Davor hatte ich halt ein bisschen unsanft in der Kurve ihn aufgehalten. Und nein, also das war gerade auf jeden Fall auch mein Fehler, dass ich da komplett verkackt habe. Die Karre hat sich komplett weggehauen. Das hatte ich vorher nicht, als ich das mal gefahren bin. Das war jetzt eine neue Erfahrung für mich, gehört. Aber mein Gott, scheiß drauf. Ja, wie da, wo du mich überholt hast vorhin, an der Stelle, das habe ich auch noch nie erlebt. Aber wie gesagt, mir fehlt sowieso die Streckenerfahrung hier. Wegen das mit der Linie war tatsächlich keine dumme Idee. Okay, muss ich ehrlich gestehen. Wie so ein Anfänger, einfach mal die Fahrlinie reinzunehmen. Ja, vor allem dieser Top-Speed-Part, in dem zumindest ich gerade bin. Ja. Da irgendwann fliegt es halt nicht mehr durch, wann du überhaupt von der Kurve mal bremsen musst. Und da ist es ganz gut, wenn irgendeine Linie dir sagt, hey, jetzt wäre es mal langsam ganz gut, vielleicht mal kurz vor dem Gas zu gehen. Genau, genau. So, Daydreamer, hallo. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Speed auf der Geraden scheint es. Ich glaube, unser Setup ist auch nicht das schnellste, was Top-Speed betrifft. Ja, merke ich. Ich komme da, ich glaube, es geht ganz gut dran. Könnte aber auch einfach sein, dass ich nicht so viel Speed ausdrucken kann. Ja, die schlimmste Kurve der Strecke mal mehr noch. Ja, da bin ich schon oft abgeflogen, leider. Ja, kenne ich. Ja, weil die sieht nicht so aus, als ob es günstig ist, sie müssen so langsam fahren. Die wirkt immer noch nicht so. Ja, vor allem, wenn es auch die Linie hat nicht gesagt, dass ich so krass bremsen muss. Aber gleich blau wieder. Was gemacht. Wow, jetzt haupt es mich ja auch noch mal raus. Daydreamer ist auch raus, ja. Komm, Konzentration, Konzentration, Konzentration. Aber auch gerade wirklich wieder letzte Anfänger. Ja, das ist ja traurig, ey. Ja, wow, das ist auch noch eine Pfütze. Komm, Konzentration, Ray. Nein. Ey, lenkt doch jetzt, du dummes Teil. Sorry, da muss ich mal laut werden. Ey, ich lenkt ein wenig in Verknüppern und er fährt doch gerade aus, ey. Aber das war auch der Wunsch, als diese Strecke gewählt wurde. Ja, alles, dass halt der Survival Horror ist am Ende und alle noch mal richtig schön abziehen. Ach, Golliard ist auch die größte Rottstrecke, ist mir echt leid. Ja, ich mag die auch nicht so sehr, muss man wirklich dazu sagen. Also, ich bin auch kein großer Fan davon, quasi nicht gern. Ja, kaum besser als die Strecke in Sochi ist es. Das kann gut sein, ja. Ich muss dir ehrlich sagen, Sochi gefällt mir besser. Sochi hat mir Auslaufen gezogen, die dich komplett direkt töten. Na gut, wenn es danach geht, ist dann die Nordschleife auch eine Kackstrecke. Ja, gut. Ja, mein Team ist auch am Strugglen mit der Strecke. Kann ich aber vollkommen nachvollziehen. Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, zwei Abflügel. Ich gucke mich hier gerade auch ein Meter. Oh, natürlich, ich diese Rechtskurve in dem Ort, natürlich nehme ich diesen Idiot in die Wiese mit, ey. Ah! Größter Fehler. Ja, ich habe dir auch diese schnelle Linkskurve gut genommen. Da kommt jetzt auch der Tobi gut ran. Oh, sorry, hol, sorry. Oh nein. Oh, fuck. Mach dir mal Platz, Tobi. Oh, Tobi jetzt auch mit dem Fehler. Oh, Gott, ey. Oh mein Gott, er hat doch alles zum ersten Mal stehen hier. Das war keine Absicht. Konzentration ist aber auch echt drauf gerade, ne? Ich fahre komplett... Ich fahre gefühlt durch Büsche und Bäume, ist es der Wahnsinn, ey. So, hier ist einfach die Mangel der Erfahrung, das ist so schlimm. Letzte Runde school day, die sind aber noch lange nicht. Ich bin nicht mal so weit. Ich habe jetzt schon fast eine Minute... Ah, schon wieder gerade Ausdruck abgeflogen. Ja, ich bin knapp drüber über... Ich habe jetzt gleich schon eine Minute Rückstand. Ja. Ja, sei froh, dass es knapp eine Minute ist. Oder fast eine Minute. Bei mir ist es schon ein bisschen mehr als das, aber GTR-Level ist sogar noch ein bisschen weiter zurück. Will jetzt nicht gemein sein, aber... Aber... Aber nein, Ray, genau, das wird andere entscheiden, stimmt? Genau, ja. Eben, ich sage es nicht. Ich sage, ich denke es nur. Ja, genau, 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 ja. Ja, wir brauchen jetzt nicht andere Teamkollege, weil dann würde ich nämlich auch gerade ein bisschen ausfahren. Ach, alles gut, alles gut. Nee, gar nichts, alles cool. Ich habe nur im Ansatz laut gedacht, aber zu Ende war es dann im heimlichen. Und einmal durchs Café, ja geil. Aber ich fahre jetzt hier super auf Vorsicht, einfach nur, damit ich mich nicht töte. Das versuche ich eigentlich für das ganze Rennen, das versuche ich eigentlich für das ganze Rennen, hat aber leider zweimal hintereinander nicht geklappt. Ich glaube, das war auch mein Problem, weil ich halt mir auf Sicherheit fahre und vorher das mal getestet habe, bin ich halt einfach Fullspeed-Level. Oh, Junge. Und so weiter. Es ist auch mal so, macht es einen Unterschied, fahre ich voll durch oder nicht? Ja, genau. Welche Geschwindigkeit habe ich? Wie funktioniert gerade das Fahrwerk in dem Moment? Das ist ja auch alles immer so ein Punkt. Oh, ich gebe meine Motivation in den Keller. Oh, same. Oh, nein, nein, nicht den Abhang runter, nicht den Abhang runter. Im Fall sind wir hier auf 1 und 3. Was sind die Stellen eigentlich jetzt? Erwinko auf... Fickern. Nein, Quatsch. Timo Lukas ja 2, mein Fehler. Well, ich habe deine Bodenwelle gefunden. Erwinko auf 5. Alter, mich hat es komplett in den Abhang runtergeschossen, ey. Die Karre ist plötzlich komplett weggegangen. Ich habe es auch gerade noch so einfallen können in der 1. Runde. Und letzter. Alter, was eine Scheiße, ey. Die Karre erhebelt es einfach komplett aus und machst nichts mehr. Oh. So, warum ist die Karre jetzt da nicht rechts rausgeflogen? Weil es random ist. Ja, manchmal ist es echt random. Es gibt auch bei der zweiten Strecke, die wir gefahren sind mit dem RS2, bei diesem Bergaufstück. Da gibt es auch irgendeine Stelle, das ist wie so eine Straßenschiene. Da kann es sein, dass Reifen sich so drin festhakt und du quasi den Rechtsknick, ey, den Linksknick, entschuldigung, überhaupt nicht bekommst. Definitiv, ja. Und das Fahrzeug dann aber gerade ausfährt. Und da ich der Abschnitt der Strecke öfters auch mal fahre, ja, ist mir das schon oft passiert und das ist echt frustrierend. Also manchmal trotz halt echt so ein paar random Faktoren. Ich komme gerade gut an Timo, Lukas, ran. Leider habe ich so viel Zeit verloren im Vorfeld, dass mir das nicht mal helfen wird. Das passiert gefühlt so häufig, dass die Karre sich irgendwo versetzt, ey. Ja, der Sesto ist auf der X-Klasse halt auch echt so wirklich auf Messerschneide unterwegs. Das war in Horizon 3 noch schlimmer. Dort hat er quasi nonstop Wheelspin auf allen vier Rädern gehabt. Also wie ich bei der Strecke schwitze, hätte ich auf jeden Fall auch Handschuhe anziehen können. Oh Gott, ja jetzt geht gar nichts mehr. Ja, meinen Controller kann ich ja auch auf jeden Fall an die Wäscheleine danach hängen. Da ist eine Nässe, das ist der Wahnsinn. So, Timo, Lukas, mach mal bitte einen Fehler. Can you handle the Johnson pressure? Das ist jetzt die Frage. Ah, komm, Fehler hier. Go. Ich möchte noch den zweiten Platz erringen, das wäre voll freundlich. Besser. Ich mache bestimmt gleich einen Riesenfehler. Wow, was macht das Auto? Oh, beruhig dich. Ja, Maffel, ich habe das mit dem Leuchtturm gelesen. Da war gerade meine Phase von ganz vielen Fehlern. Deswegen dachte ich mir, dass ich da mal bremke. Okay. Okay. Ja, mal zwei Minuten Rückstand, ne? Das ist... Boah. Krass, ne? Also ja, hier trennt sich, glaube ich, wirklich die Spreu vom Weizen so ein bisschen. Ja, wobei, wobei, Goliath ist so super speziell. Also wenn jemand gut auf Goliath ist, das habe ich im Vorfeld auch mit meinen Jungs gesprochen, heißt es noch lange nicht, dass du gut in dem Spiel bist. Weil es gibt so viele Leute, die sagen so, boah, geil, Goliath. Und dann suchten die Goliath 50 Runden und mehr und bla 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 und sind der größte King auf Goliath. Ja, klar, wenn du das sagst. Und lachen dich dann aus, wenn du so verkackst, so wie ich, wo du sagst, ich fahre halt gar kein Goliath. Und wehe dann, du fährst mal auf anderen Strecken gegen die, ja, dann siehst du mal wirklich Spreu vom Weizen. Also das ist so ein ganz eigenes Fahren hier. Also Respekt natürlich an die Leute, die das können, aber es ist nicht das Abbild des Ganzen einfach. Ich finde vor allem diese Highspieler, da habe ich schon übelst anstrengend. Ja. Ja, aber einmal falsch gelingt, bist du halt komplett weg. Ja. Ja, okay. Gut, Johnson. Sehr gut. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Was machen Sachen? Also ich bin sehr gut an Timo Lukas rangekommen, muss man sagen. Also die Pressure hat wirklich geholfen. Jetzt hat Timo nicht seine Fußbombe gezunden, oder? Nein, nein, nein. Ich habe jetzt gesagt, er soll es nicht machen. Alles gut. Er hat eine Banane gelegt, die ganze Strecke. Er hat eine Banane gelegt. Ja, da bin ich gerade drauf ausgerufen. Ich hätte ja jetzt gerne einen blauen Panzer. Ja. Ich bin gut rangekommen und dann wieder in Zuback. Andi, komm her, du bist ja blauer Panzer bei uns. Räume die von da vorne weg. Ja, wir spielen noch zur Zeit ein Mario Kart-Format in Forza. Und da gibt es auch einer, der dann den blauen Panzer spielt. Und das hat jetzt Andi das letzte Mal gemacht. Sehr lustig auf jeden Fall. Also, wenn ihr auch mal auf sowas komplett verrücktes Bock habt. Ja, hier vorhin einfach nicht durchgekommen bin. Ja, auf jeden Fall. Gerne. Das wird noch richtig knapp zwischen mir und Forza. Ich mache mal einen Fehler, er macht mal einen Fehler. Wem ist wer hat jetzt mehr Erfahrung auf der Strecke? Ich würde es jetzt ihm wahrscheinlich zurechnen. Jo, ist klar. Und Bray gewinnt das Rennen. Weißt du, wo ich bin? Ich habe da einfach 190 Kunden stehen. Ich komme ins Ziel auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut. Good Job, Timo, Luka, muss man sagen. Auf K2, auf jeden Fall konstanter als ich in diesem Rennen. Well done. Respekt auf jeden Fall. Nein. Jetzt fliege ich ab am Ende. Und Tobi auf vier. Schade, Posted hat mich jetzt geklickt. Hier hat man zu viel riskiert am Ende. Da fehlt die Erfahrung. Ja, GG an alle. Es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen abrupt hier gerade mich verabschieden muss. Aber... Ja, alles cool. Kein Problem, gerne. Ich bedanke mich viel, vielmals dafür, dass ich dabei sein konnte. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Es war sehr geil. Vielen Dank fürs Organisieren, Niklas. Gratulation für den Sieg. Sowohl an dich als auch an das gesamte Team sehr stark gefahren. Und ja, bis demnächst. Dann hau mal rein und viel Spaß bei Funde 1. Leute, nachdem direkt rüber zu Dave und da Funde 1 schauen. Auf jeden Fall. Danke. So, genau. Aber wir gucken erst mal noch, was die... Die Zustände ausmacht. Genau. Wie sind die Zustände? Wie die Zustände sind... Katastrophal. Ich hatte die schnellste Runde. Also, wenn wir jetzt am Ende punktgleich sind, Gratulation und ich, dann gewinne ich das Turnier, weil ich auf Goliath im längsten Rennen die schnellste Rundenzeit hatte auf jeden Fall. Wow. Sehr langsam, wa? Ich sehe schon kaum, dass die Diskussion nichts ausgeben wird. Nee, aber ich glaube tatsächlich, ich muss leider dir mitteilen, Niklas, es hat mit einem Punkt ganz knapp für dich gereicht. Ja, echt, Alter. Oh Gott, ja, siehst du, sogar die meisten Punkte. Oh je. Krass. Das ist echt krass, ey. Ja, aber mit Fawcett, geiles Rennen am Ende, war so ein Fehleraustausch, Deluxe, mal er, mal ich. Aber immer dann nicht den anderen irgendwie bedrängt beim Vorbeifahren. Das war echt sehr cool am Ende noch. Vince, alles gut, alles gut. Das hat mich halt nur komplett überrascht. Du warst so 100 Meter zu früh auf der Bremse, warst dann komplett innen und so. Und dann dachte ich mir, okay, ich gehe innen vorbei. Und wo steht dann Vince wieder? Innen. Aber alles gut, ey, alles schick, mein Freund, alles schick. Für Marvel, schnellste in Anführungsstrichen, genau, so ungefähr. Aber gut, ich meine, die Rennbedingung ist trotzdem eine andere als Zeitfanier, vor allem auf Goliath. Ja. Wenn du halt weißt, wirklich ein Fehler kostet dann nicht mal 10 Sekunden. Das ist eine ganz andere Anspannung, das kann ich sagen. Und ich habe schon bei ein paar E-Sports-Turnieren mitgemacht. Und da ist es dann doch schon wirklich eine ganz andere Drucksituation einfach. Ja, Grady, wegen deines Disconnects, definitiv, ja. Wir warten mal noch kurz, bis Andi in Ruhe fertig geworden ist mit den Punkten. Und dann können wir uns das Ganze mal nicht sagen. Sieht danach aus, meine ich. Ich glaube, die Punkte sind, also zumindest mal die Spielerpunkte sind, glaube ich, sortiert. Ja. Wenn die sortiert sind, dann können wir uns das gerne anschauen. Ja. Gut, dann sind wir da bei den Punkten, bei den Zwischenständen, nein, beim Endstand. Ja. Aber es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Puh. Und Team Johnson Racing gewinnt mit 391 Punkten. Glückwunsch, Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe eigentlich mit 500 gerechnet, aber... Eigentlich sind wir enttäuscht. Pure Enttäuschung, pure Enttäuschung. Ich bin immer noch sehr enttäuscht über das Cross-Country-Rennen auf jeden Fall. Und Bamberg, das war ein Tiefpunkt für mich auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch ein echt schwieriges Rennen. Also die wenigen Minuten, die ich da drauf geübt habe, haben mich schon sehr schockiert, als ich dachte, ja gut, mehr wie Vollgas geben kann ich ja nicht. Und dann trotzdem irgendwie drei, vier Sekunden langsamer pro Runde war. Da dachte ich auch so, okay, ist vielleicht doch ein bisschen noch irgendwo der Trick, den man rausfinden muss. Okay. Ja, klar. Das ist auch ein ganz anderes Fahren wirklich. Pixel hält nur auf Platz zwei. Genau, auf zwei. Also, seien wir ehrlich, mit Platz zwei habe ich eigentlich auch maximal nur gerechnet. Und von dem her bin ich auch super, super zufrieden, super stolz vor allem auf Timix und Mr. Elwinko, die sich die Woche richtig ins Zeug gelegt haben. Aber auch vor allem nicht nur die beiden, sondern zum Beispiel den Andi, wo klar war, okay, der ist raus, der hat es ja nicht geschafft ins Finale. Und viele, viele weitere haben die ganze Woche zusammen trainiert. Gestern habe ich gehört, waren sie zum Teil zu zehnt zusammen bei uns auf dem TeamSpeak. Also die komplette Community hat für die beiden nochmal da zusammengearbeitet, geguckt, was für Autos machen Sinn, was für Setups und so weiter und so fort. Wenn man halt wirklich bedenkt, dass ein Großteil von uns halt eben nicht so in diesem, sagen wir mal jetzt, kompetitiven Bereich in Horizon unterwegs ist, sondern mehr eigentlich diesen Spaßfaktor, so das normale Rumdümpeln, nenne ich es jetzt einmal mal im Spiel, hat von dem her finde ich der mega, mega krass stolz auf die beiden, aber auch das gesamte Team, die auch dahinter gesteckt haben und die auch mir tatsächlich sehr geholfen haben, weil ich habe ihnen ganz früh schon gesagt, hey Leute, es tut mir mega leid, ich kann nicht viel trainieren und dann trotzdem mir gut Tipps gegeben haben, gesagt haben, hey, da musst du drauf achten, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Mit mir, wie ich die Setups durchgegangen sind, nicht nur einfach gesagt haben, hier musst du das einstellen und das, sondern auch erklärt, warum das, warum nicht, was ist, wenn man so macht, was ist ihre Erfahrung, was kann ich daraus machen, weil einzelne Autos habe ich dann auch nochmal auf mich ein bisschen abgestimmt, ein bisschen verändert und das konnte ich auch nur, weil sie mir die Tipps gegeben haben und das ist von dem her echt top gewesen, deswegen Top-Team und deswegen zweiter Platz geht auf jeden Fall. Absolut zufrieden, sehr geil. Ja, Glückwunsch wirklich an euch Leute, also ihr seid da wirklich gut gefahren. Man hat ja gemerkt, dass einige Fahrer dann wirklich aufgeregt sind, ne, innerhalb der Rennen und dann wirklich viele Fehler auch machen, also dann denke ich jetzt an Vince zum Beispiel, der an sich wirklich eine ganz gute Pace hatte, aber ich habe es auch auf Green Day gesehen, da sind dann Fehler passiert, ich meine, ich bin da nicht vorbeigekommen auf jeden Fall, weil er trotzdem gut verteidigt hat, aber Fehler, die ihm wahrscheinlich so in einem normalen Rennen nicht passieren und auch bei anderen, also I Love GTA zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch so ein Fall, der Junge ist richtig schnell, er ist wirklich stark, aber ich glaube, manchmal dreht es dann ein bisschen bei ihm durch. Ich glaube, meine beiden Fahrer, die haben echt alles reingesteckt, die waren da, glaube ich, teils ein bisschen übermotiviert. Ja, ja, ich bin auch gar kein böses Blut, das ist, wie gesagt, eine Erfahrung, die man mitnimmt, da hat man jetzt Sachen gesehen, wo man halt sagt, war das jetzt wirklich so in Ordnung, wurde auch im Chat schon heiß diskutiert. Das war jetzt von mir auch eher so im positiven Sinne, ich meine, für die Jungs. Genau, genau, ich meine, ich will das ja nur nochmal aufgreifen, da ist natürlich Feuer drin, wie Lukas sagt, da will man halt alles zeigen und dann passiert halt sowas. Ich glaube aber, da muss man einfach dann Resümee draus ziehen, sagen, hey, alles cool und dann muss man halt einfach schauen, beim nächsten Mal, okay, was soll man achten und so weiter. Und dann halt beim nächsten Mal das einfach irgendwie besser machen. Ja, genau, das trifft, denke ich, mal ganz gut auf den Punkt. Definitiv, genau. Und auf Platz drei haben wir dann halt Lukas mit seinem Team 133 Punkte. Ich bin sehr stolz drauf. Ey, du kriegst eine geile Bomberjacke, ja. Ich freue mich halt wirklich drauf. Ja, du kriegst die neiste Bomberjacke. Ich bin echt sehr happy mit sogar. Ja, die ist ganz cool auf jeden Fall. Und dann auch vier haben halt Dave, der uns leider schon verlassen musste. Cool, dass er dabei war, obwohl er halt wirklich nicht so im Forza Horizon Game ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Und dafür haben sie sich echt gut gehalten, muss man sagen. Finde ich auch, finde ich auch. Und auch seine Jungs, soweit ich es gesehen habe, konnten man echt geil mit ihnen fighten. Also jetzt gerade am Ende mit Forzaid am Ende. Ja, es wie gesagt war ein Fehleraustausch, aber trotz, dass der andere dann auf der Strecke stand, hat er nicht sich irgendwie breit gemacht oder wollte im Weg stehen. Also auf beiden Seiten, das war dann auch ganz cool und war spannend. Am Ende hat er es gewonnen, also Glückwunsch an der Stelle. Und die kriegen ja auch was. Also auch auf Platz vier gibt es geile exklusive T-Shirts und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das Weitere möchte ich aber an der Stelle noch ankündigen. Es sind immer noch knapp über 600 Zuschauer da. Ich würde es aber auch natürlich nochmal schriftlich ankündigen. Ich möchte es aber jetzt hier auch noch im offiziellen Stream machen. Für den zweiten Platz gibt es ja Controller, soviel ich weiß. Und ich finde, eigentlich müsst ihr das bekommen oder die, die mitgemacht sind. Klar, Timix und Vince, klar, die haben den verdient. Ich brauche den aber nicht. Ich war einfach nur der Teamcaptain. Und deswegen würde ich unter allen Teilnehmern, die sich quasi für das PXH-Team am Anfang schon in Woche eins und zwei eingetragen haben, unter allen, die da mit sind, die Liste müssten wir ja noch haben. Die Leute, die sich da eingetragen haben über den Discord, würde ich dann den Controller, der eigentlich mir zu stehen würde, würde ich dann an die verlosen, einfach weil sie gesagt haben, hey, ich drehe dir für PXH an. Ich finde, das habt ihr euch verdient. Wer dann da glücklich ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall die faireste Möglichkeit, da nochmal was euch auch mitzugeben. Gerade die, die sagen, hey, ich bin für euch gefahren, ich wollte für dich fahren. Finde ich, das haben sie verdient dann. Oder derjenige. Sehr schön gesagt. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine sehr nette Geste von dir. Abgefundenen Gesten, auf jeden Fall sollten wir nochmal erwähnen, dass wir hier Xbox Dach am Start hatten, die uns wirklich gut unterstützt haben dabei, was die Preise angeht. Vor allem jetzt auch wirklich die Controller, die du jetzt eben dann rausgehen möchtest. Die Shirts und auch die Bomberjacken, auf die Lukas sich sehr freuen wird. Ich freue mich da wirklich drauf, ja. Genau. Außerdem haben sie natürlich auch unsere News geteilt. Sie haben Videos von mir hochgeladen und dementsprechend war das eine ganz gute mediale Aktivierung von Xbox Dach. Dementsprechend auch wirklich Danke dafür. Und natürlich der Hauptdank an Thrustmaster, die halt einfach mal Preise im Wert von 800 Euro oder so rausgehauen haben hier für das Turnier, was ziemlich geil ist. Das stimmt, ja. Und da auf jeden Fall ein richtig dickes, fettes Danke. Danke. Und ja, das Gewinnerteam, also der Grady und der Tobi, die können sich jetzt auf Lenkräder freuen. Was ich mit meinen mache, ich werde es wahrscheinlich ähnlich wie Ray halten, dass ich es möglicherweise einfach dem Dritten der Zwischenrunde schicken werde. Oder einfach beispielsweise Scolese, der sich um die Grafiken gekümmert hat. Auch wirklich dicken Dank an Scolese für die Turnierposter. Die sind echt geil geworden. Echt schön, ja. Das stimmt. Dementsprechend Scolese-Slayht-Top-Typ. Guckt ruhig auch mal bei Twitter bei ihm vorbei. Macht das öfter. Und ich hoffe, da sehen wir in Zukunft auch noch ein bisschen mehr von ihm. Natürlich Dank an alle Admins, die uns unterstützt haben. Ich glaube, wir können jetzt nicht jeden einzeln benennen. Heute auf jeden Fall Andi, der die Punkte gut gemacht hat, definitiv. Also Andi, Props to you. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke an alle. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Turnier. Also Verbesserungsvorschläge gerne an uns. Und an Ray, an mich, an Lukas und natürlich auch ihr beide. Danke, dass ihr dabei wart. Sehr gerne, danke schön für die Einladung. Immer wieder. Solche gemeinschaftlichen Sachen sind ja auch immer ganz cool. Ich meine, jeder hat so seinen Content. Aber wenn dann noch irgendwie mal das sich so ein bisschen überschneidet, dass man gemeinsam irgendwie mal was macht, das ist doch immer eine schöne Sache. Und wie es ja auch mehrfach im Stream gesagt wurde, auch wenn wir uns ein bisschen geneckt haben während dem Event. Aber das gehört einfach dann dazu. Ich finde, das ist wichtig. Man muss es nur richtig einsortieren können. Nee, aber ich finde es halt einfach geil, dass wir uns jetzt zum Teil schon über sehr viele Jahre kennen. Und dass da einfach eine mega Freundschaft entstanden ist. Und dass, wenn man das dann mit solchen Events dann einfach, ja, Tüpfelchen draufsetzen kann, die Kirsche auf die Sahnetorte setzen kann, ist das doch immer eine geile Sache. Und deswegen sehr, sehr gerne wieder. Ich glaube, wir kommen zum Ende. Ich würde dann wahrscheinlich aber jetzt noch quasi separat mich um die Donations kümmern. Deswegen sage ich jetzt einmal an der Stelle auch nochmal Dankeschön an alle Partner, an alle Admins, an die Moderatoren und so weiter und so fort. Ich bedanke mich bei euch beiden. Vielleicht hört man sich später nochmal. Und dann würde ich jetzt hier gerade mal aus dem Channel gehen, wenn es euch genügend ist. Hau rein auf jeden Fall. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Wir hören uns die Tage. Ja, mach's gut. Glückwunsch zum Zweiten. Ja, Glückwunsch zum, was warst du geworden? Erster. Oh, ja, knapp. Ah, ja, knapp. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Dass du dich auch da gegen deine starken Mates durchsetzen konntest, ist auf jeden Fall echt stark. Ja, das war auf jeden Fall überraschend, muss ich sagen. Also ich habe wirklich mit einem lockeren dritten Platz in meinem Team gerechnet. Und dass ich das jetzt dann am Ende doch mit den meisten Punkten beende. Natürlich auch dem geschuldet, dass Grady einmal rausgeflogen ist. Das darf man nicht vergessen. Ist dann trotzdem irgendwo überraschend, dass ich halt auch einfach vor Tobi lande. Also, ja. Aber gut. Dargesehen. Ja. Okay, also. Macht's gut. Bis dann. Und ich gehe mal raus. Genau, ich würde, denke ich, mal dasselbe machen. Um auch nochmal kurz bei mir Tschüss zu sagen. Und ich bleibe mich auch hier nochmal für die Einladung. Und ja, ich hoffe, man sieht sie dann nochmal in einem weiteren Community Clash. Das wäre zu bisschen zu sehen. Genau. Auf jeden Fall. Nächst mal in Need for Speed einfach, Lukas. Da wäre ich dabei. Das haben die gerade alle vorgeschlagen. Kein Scheiß. Machen wir. Gut. Ja, das Problem ist halt, wenn Need for Speed vernünftige Multiplayer-Sachen bringt, dann können wir das gerne machen. Ja, okay. Den Punkt gebe ich dir. Das stimmt leider. Davon ist leider noch weit entfernt. Das ist richtig. Gut. Ja. Ich gehe mal raus, ne? Tschüss, tschüss. Hau rein. Ciao. So. So. So, Jungs. So, jetzt sind wir nochmal kurz alleine. Ich würde auch nochmal bedanken fürs Einschalten, Leute. Auch wenn das Turnier heute so okay für uns lief. Ich bedanke mich auch nochmal an I Love GTA und Daydreamer, die wirklich alles gegeben haben. Auch wenn sie dann teilweise über das Limit hinausgegangen sind. Aber das macht man nicht für den Sieg. Dementsprechend Dankeschön an die beiden Jungs. Dankeschön auch an alle, die zugeschaut haben. Auch an die neuen Subscriber. Sorry, dass ich das während des Streams wenig darauf eingehen konnte. Das war leider ein bisschen, weil ich nicht so zwischengrätschen wollte immer. Ich bedanke mich auch wieder für den Support und fürs Zuschauen. Und ich würde einfach sagen, ja, mit dem schönen Abschluss wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntagabend wünsche und morgen einen wunderschönen Wochenstart. Und dann nächste Woche geht es dann wieder gewohnt weiter mit normalen Streaminhalten. Dann geht es nämlich weiter mit Nifus mit Payback, dem Finale, hier auf dem Stream. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.